Also, willkommen beim Civilization 6 Bootcamp mit vier Civ-Einsteigern und Einsteigerinnen, die in den letzten Wochen gnadenlos hart trainiert und gecoacht worden sind von Matzo Man. Hallo Matze. Hallo zusammen. Von mir selber, von WB, von Writing Bull. Und es wurden trainiert unter anderem die glorreiche, die einzigartige Bienenkönigin Matti mit den Sküten. Hi Matti. Hallo, ich habe Angst. Nein, nach der Anmoderation doch nicht mehr. Du warst wirklich super fleißig beim Training. Ja, ich habe nochmal so ein paar Testrunden gemacht, um das Gelernte aufzusaugen. Und wenn man es denn alleine macht, ohne dass der Coach anwesend ist, ist es schon immer ein bisschen schwieriger. Ich bin sehr gespannt, wie heute läuft. Wirklich, ich kann es gar nicht einschätzen. Ja, stimmt. Du hast trainiert, du wurdest von mir trainiert, von mir wurde ebenfalls Toni trainiert. Hi Toni, Grüße an dich und an den Schlesen. Ja, hallo. Vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr auf heute. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, es wird sehr cool und ich habe jetzt schon Lust. Bis zum letzten Augenblick hast du noch trainiert und auch Edo P war fleißig unterwegs. Grüße an Edo P, du spielst die Perser. Du wurdest von Matsumen gecoacht. Coaching war super oder der Coach. Der Schüler ist, guck mal, mach. Also der ein oder andere von meinen Zuschauern, der bei euch gucken war, schiebt unter anderem dich in die Favoritenrolle rein. Mich? Ja. Wahrscheinlich aufgrund deiner gnadenlosen Fähigkeit zum Understatement. Nun, das bezweifle ich, aber ja. Gucken wir mal. Mit dabei fürchte aber nicht der letzte Chagas, trainiert von Matsumen und du spielst die Römer und Trajan Chagas. Chagos Fäzikos mein Name. Ja, das ist korrekt. Du hast... Entschuldige, stimmt das Gerücht, dass du extra in Vorbereitung des Bootcamps damals in der Schule das große Latinum gemacht hast? Äh, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Und ist dementsprechend nicht korrekt. Ich fühl mich aber tatsächlich ganz gut, ganz okay vorbereitet für meine Verhältnisse, weil ich wirklich am Anfang relativ viel nicht geschnallt hab. Und dann hab ich aber nochmal so ein paar Röntgen für mich selber gemacht, wo sich dann die Puzzlestücke so zusammengefügt haben. Und jetzt denke ich, ich hab das Spiel zumindest in seinen Grundzügen genug kapiert, dass ich jetzt hier nicht komplett auf die Visage fliege. Wunderbar. Matsumen erklärt euch die Regeln. Entschuldige. Ich wollte nur noch kurz sagen zu deiner Frage vorhin. Ich hab tatsächlich eine Multiplayer-Runde auch mal getestet und bin auch sehr froh, dass ich diesen Runden-Teil mal jetzt mal erlebt hab, denn der hat mir völlig irgendwie den Teppich unter den Füßen weggezogen. Oh boy. Und jetzt fühl ich mich da zum Glück gewappnet, der mich nicht komplett rausbringt. Einer von euch vier, oder eine von euch vier wird am Abschluss eine Belohnung bekommen für eure Communities. Der Sieger oder die Siegerin des heutigen Abends bekommt nämlich fünf Steam-Keys der Civilization 6 Anthology-Version. Dürft ihr verteilen unter euren Leuten am Ende des Streams. Ich entschuldige mich jetzt nochmal meiner Community, ihr kriegt da dann nichts. Wir wollen keine Drucksituationen aufbauen, aber von dir aus liebe Grüße an vier Communities. Letztendlich liegt es an euch. Ob ihr entscheidend genug eure Leute voranpeitscht oder ob ihr loost. Falls ihr es nicht auf die Reihe bekommt, gibt es halt keine Keys für euch. Ja, und wenn ich das verkack, ist es meine Community schuld. Das finde ich gut. Das halten wir mal so fest. So, fünfmal die Civ 6 Anthology-Version drin sind das Grundspiel. Beide Add-ons Rise and Fall und Gathering Storm. Und außerdem der New Frontier Pass, das inoffizielle Beritte-Add-on Season Pass. Und mit diesen Versionen kann man auch freischalten den frisch erschienenen Liederpass für Civ 6. Matze, du bist Host. Führ uns mal ein in das Regelwerk und was die Leute jetzt machen müssen. Genau, also es sieht ja so aus, wir haben nur Begrenzzeit und werden die Standard-Sieg-Varianten von Civ 6 wahrscheinlich nicht erreichen in dieser kurzen Zeit. Deshalb haben wir uns ein Punktesystem überlegt, mit dem wir die Siegerin oder den Sieger später küren können. Und zwar haben wir vorbereitet für euch 25 Mini-Aufgaben. Die Liste sollte euch nach meinem Kenntnis dann auch schon vorliegen, aus denen ihr euch Aufgaben raussuchen könnt. Jeder von euch hat den gleichen Pool an Aufgaben. Und es geht darum, da so schnell wie möglich zu sein. Sucht euch eine Aufgabe aus, erfüllt sie als Erste, sagt uns als Moderatoren Bescheid. Wir sind im Laufe der Partie entweder bei euch, um euch ein bisschen zuzuhören oder zwischenzeitlich werden wir uns auch mal vielleicht kurz rausklinken, damit wir dann ein bisschen, ich sag mal, über das Spielgeschehen allgemein erzählen können. In so einem Fall drückt ihr bitte die Pause-Taste, das ist die Taste P, dann kommen wir zu euch. Gucken uns an, ob ihr wirklich die Voraussetzungen für die Punkte erfüllt habt. Und wenn dem so ist, bekommt ihr fünf Punkte für jede Aufgabe. Wenn ihr sonst irgendwie die Pause-Taste fälschlicherweise, böserweise drücken würdet, ziehen wir euch zwei Punkte ab. Also es ist nicht erlaubt, selbst zu pausieren, außer dann, um uns vielleicht Bescheid zu geben. Wir können euch auch spontan ein paar Zusatzaufgaben stellen. Diese Zusatzaufgaben werden wir uns im Laufe der Partie überlegen, was es da geben kann. Werden wir euch dann natürlich auch gemeinsam ankündigen, auch wie viele Punkte es dafür geben wird. Und am Ende besiegt natürlich der oder diejenige, der am meisten Punkte gesammelt hat. Dafür werden wir erstens in der Übersicht mit den 25 Aufgaben das auch einfärben, sodass ihr da, wenn ihr das zum Beispiel teilen möchtet mit den Leuten bei euch in den Twitch-Streams, dann auch sehen könnt, wer hat jetzt welche Aufgaben vielleicht gerade schon erfüllt, dass ihr dann nicht nochmal versucht, die zu erreichen. Und es gibt ja dieses Punkte-Overlay, wo wir dann auch euch live zeigen können, wer gerade wo in Führung liegt, mit wie vielen Punkten. Und es gibt für euch die Herausforderung mit dem Punktetimer. Entschuldigung, mit dem runden Timer. Aber wir haben uns auch was überlegt, um euch das Leben einfacher zu machen. Ihr habt nämlich zwei Joker, Daniel. Zweimal dürft ihr, wenn ihr möchtet, wahlweise Matsomen oder mich euch holen als Zwischencoach. Das heißt, ihr könnt in einen Audioraum reinkommen, dem euer Coach, eurer Wahl bei euch ist und euch dann einen Tipp gibt. Ihr habt einen Joker, jeder von euch, jeder von euch in diesem Match einen Joker Matze, einen Joker WB. Ihr könnt euch also auch von einem anderen Coach coachen lassen dann. Meine Zwischenfrage? Ja. Wo finde ich die Liste? Ich würde dich auch fragen. Oh Gott, wir haben sie auch nicht. Oh Gott, was habe ich schon wieder verpeilet. Ich hatte auch gerade voll Angst. Okay, wir haben sie alle nicht. Schon hier Regeln-Kanal. Ich schätze mal, da würden wir es finden, wenn es da wäre. Es gibt auch keine Liste. Okay, okay. Ich habe die nämlich noch nie gesehen. Und eine Frage, habe ich das gerade richtig verstanden? Wir sollen immer Pause drücken, wenn wir eine Challenge beendet haben, zum Scheiß sagen. Oder, okay. Dann ist es kein Strafpunkt. Ihr müsst euch selber melden, wenn ihr glaubt, eine Challenge beendet zu haben. Weil wir können nicht, wir beobachten zwar die ganze Karte. Bei mir auf Twitch zeige ich die ganze Karte. Matze und ich reden darüber. Aber wir können nicht immer jedes Detail der Karte einblicken. Das heißt, wenn ihr glaubt, hey, ich habe es geschafft, pausiert ihr. Sprecht uns an. Kommt in unseren Audioraum rein oder wir zu euch. Und dann checken wir, ob das stimmt. Wenn es stimmt, bekommt ihr fünf Punkte. Wenn nicht, gibt es einen Moment des peinlichen Schweigens. Und gibt es auch Punktabzug für Pause drücken? Ja, wenn ihr einfach so Pause drückt, weil ihr sagt, ich will mal in der Nase bohren oder meine Trinkflasche ist voll in die ich reinpinkle. Wenn ich Pause drücke, weil ich denke, ich habe eine Aufgabe erfüllt und dann habe ich sie aber doch noch nicht erfüllt. Jetzt kriege ich dann die Strafpunkte für es einfach so Pause drücken. Du ja, die andere nicht. Nein, alle. Ich frage Matze. Matze, soll man das auf grausam machen oder nicht? Wir sind grausam. Wir sind total grausam. Danke, dass ihr uns darauf angesprochen habt. Jetzt wissen wir, dass wir grausam. Aber mal eine Frage. Darf man seine Helferlein das am Ende überprüfen lassen? Also sagen wir mal, wenn der Chat die Aufgaben sich anschaut und sagt, hier, mach mal das. Und wenn ich das erreicht habe und der Chat sagt, du hast die Challenge geschafft, mach Pause. Ja, mach das einfach. Also wir appellieren alle an euch, wir werden ja wahrscheinlich, die eure Zuschauer und die anderen werden wechseln. Die werden springen von einem Kanal zum anderen. Die werden bei euch in den Chat reinkommen, werden euch irgendwelche Geheimnisse verraten. Das kann man nicht unterdrücken. Wir appellieren jetzt mal in Anstand der Communities, keinen Schimpf und Schande über euren Liebling zu bringen. Denn ganz im Ernst, was ist das Ziel hier? Es ist das Ziel hier, die fünf Keys zu bekommen. Nein. Es ist das Ziel, zu gewinnen. Nein. Das Ziel ist es, Ehre zu bekommen. Wir starten zu Beginn der Partie. Es geht in einer grauen Vorzeit, Bronzezeit. Es geht um Ehre und Reputation. Und gibt es irgendwas Peinlicheres, als von seiner Community runtergezogen werden, in der man so Cheat-Infos bekommt aus anderen Streams eigentlich nicht? Ich habe eine Frage noch. Wie ist das? Ich sehe, das sind viele Sachen und ich kann mir das wahrscheinlich gar nicht merken und werde bestimmt irgendwie Sachen erfüllen hier von dieser Liste, ohne es zu merken. Dann habe ich mich dann vergurkt? Oder kann ich die Liste mit meiner Community teilen, die mich dann darauf hinweisen, wenn ich davon irgendwas erfüllt habe? Ja, mach das. Ja, das ist gut. Sehr gerne. Beratet euch in der Community, beziehungsweise mit eurem Chat. Und der Chat darf euch alles an Hinweisen geben, wie sie möchten, wie ihr glaubt, dass ihr euren Streamer eurer Wahl, euren Anführer eurer Wahl am besten unterstützen könnt. Mit einer Ausnahme, kein Metagaming. Also bitte nicht bei anderen Streamern oder auch bei uns in der Gesamtansicht luschern gehen und dann rüber marschieren und petzen. Das wollen wir bitte nicht haben. Aber ansonsten dürft ihr euch gerne beraten lassen von euren Leuten. Ich habe Fragen. Also erstmal, dürfen wir die Liste in unseren Chat posten? Dürfen die anderen dir auch angucken, während wir spielen? Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Und zweitens, werden die Sachen abgehakt, während wir spielen? Also ist denn zum Beispiel Besitze vier Städte durchgestrichen, wenn jemand das hat? Okay. Ebenfalls. Wir werden das einfärben in der Farbe von dem Spieler, die seht ihr nachher auch gleich dann im Spiel, der das gewonnen hat. Ja, mit der Farbe, mit der ihr auch auf der Karte von euren Anführern her unterwegs seid. Sodass das für alle klar ist. Wo ist die Herausforderung, erstmal die Sachen zu merken hier? Ja. Im Prinzip ist das so ähnlich wie die Zeitalterpunkte, die ihr im Laufe der Zeit bekommt. Wenn ihr erfolgreich spielt, wenn ihr Modernisierung baut, irgendwas anderes macht, irgendwas entdeckt auf der Karte, wenn ihr aktiv seid, dann schaltet ihr diese Dinge von alleine frei. Das heißt, ihr müsst nicht all die 25 Aufgaben im Auge behalten. Wenn ihr das hin und wieder eurer Community teilt, manche Leute werden sich sicher einen Screenshot davon machen, dann werden die euch das schon sagen. Also die Aufgaben erfüllt ihr von alleine im Laufe der Zeit. Ihr müsst euch nur selber melden und sagen, hey, ich habe die erfüllt, aber dabei helfen euch eure Zuschauer. Kurze Frage, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Marty entdeckt ein Naturwunder und macht Pause und kriegt dann den Punkt dafür, kriege ich das dann auch mit? Also sehe ich das nur in der Liste oder sind wir alle in einem Channel und ich höre das dann quasi, dass Marty Pause einreicht? Das müssen wir mal ausprobieren. Also wir haben zwar irgendwelche Pläne vorher geschmiedet, aber wir müssen mal ausprobieren, wie das klappt. Also Ziel ist, dass ihr immer alle Infos bekommt, aber wir müssen auch mal schauen, wie das Event sich entwickelt. Wir wissen zum Beispiel nicht, wollt ihr zu viert immer zusammenhängen, wollt ihr euch freundschaftlich nissen oder geht jeder eher so, gibt es ein paar Leute von euch, die lieber alleine mit ihr und mit euren Zuschauern unterwegs sind und dann laut nachdenken. Das wissen wir nicht, deshalb wollen wir euch so ein Konzept nicht aufzwängen. Also ihr seht aber immer, ob was erfüllt ist in der Liste. Es ist farblich markiert, wenn jemand es erreicht hat. Das heißt, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Challenge geschafft, schaut mal kurz in die Liste rein, ob sie noch frei war oder nicht. Vielleicht ist sie noch frei, pausiert dann das Spiel und dann sagt, hey, hallo, ich hätte gern die Punkte. Okay, ja, alles klar. Ich soll fragen von meinem Chat, erobere eine fremde Stadt, gilt da auch ein Stadtstaat? Wahrscheinlich nicht, ne? Erobere eine fremde Stadt, gilt auch ein Stadtstaat, ja. Ah, okay. Die armen Stadtstädte. Die kriegen ja da gleich richtig was ab. Am Ende zählt als Siegesbedingung nur die Dinge von der Liste oder kommt auch noch was aus dem Spiel dazu? Nur die Dinge aus der Liste plus die ein oder andere Überraschungsfrage, die Mats und ich euch improvisiert machen werden, damit wollen wir ein bisschen den Verlauf des Events beeinflussen. Also wenn wir merken würden, ihr spielt zu passiv oder irgendwas passiert, wo wir euch gerne Überraschungen sagen wollen, wir haben ein paar Dinge vorbereitet, dann können wir, dann kann es passieren, dass wir euch, dass wir kurz mal euch alle zusammentrommeln und euch eine Challenge geben, die besonders viele Punkte bringt und die euch vielleicht erstmal sehr in Erstaunen versetzt. Überlebe den Vulkanausbruch in deiner Hauptstadt. Toll. Na gut. Ich fände es übrigens cool, wenn wir gemeinsam in einem Kanal sind die ganze Zeit. Wir können uns ja muten, damit wir unsere Monologe für unsere Community hier, damit wir unsere Leute voll labern, aber dass wir uns gegenseitig mal anpöbeln können. Ja, das war meine Strategie. Meine Strategie beruht komplett auf Shit-Talk. Ja, sehr gut. Du musst aber noch üben, den Shit-Talk. Oh, ich bin so schlecht. Oh, ich habe keine Chance. Geht aber anpassen. Du musst mal Edo auf 30 Prozent runterregeln. Ja, ja, ja. Und nun. Ich konzentriere mich doch lieber aufs Spiel. Seine Soldaten sind schon in meiner Hauptstadt teabaggen. Meine Hauptstadt, ich bin so schlecht. Gut, dass man nicht teabaggen kann in Civilization, oder kann man? Nee, aber die Animationen sind super witzig teilweise. Meine Legionäre, wenn die irgendwen kaputthauen, dann machen die mal so ein Salto am Ende. Matze, wir haben eine Reihe von Optionen bei Spielstart. Wir sollten dafür sorgen, dass alle dir eingestellt haben, damit es nicht dazu führt, dass einige von euch eventuell langsamer zieren können nur als die anderen. Nennst du uns die mal? Genau. Also, falls ihr noch nicht Civ VI gestartet habt, macht das bitte jetzt einmal. Ähm, ihr werdet uns auch helfen, wenn ihr bei euch in Steam euch auf online schalten würdet, damit ich euch auch sehen kann zum Einladen. Ähm, habt ihr alle schon Civ VI gestartet, oder läuft das gerade bei euch im Hintergrund? Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Ich bin schon offen. Startet gerade. Ich muss erst mal hier die tausend Sachen auf meinen Bildschirmen sortieren, so die Liste kommt da hin. Gut, dass ich drei Bildschirme habe. Ich hätte gerade gerne einen vierten irgendwie. Ich will auch schon seit Ewigkeiten einen vierten. Drei reichen nicht. Drei, also die Tendenz geht zum vierten Bildschirm. Ja. Bei uns im Chat wird gefragt, ob die Aufgabe, Matze, besitze Luxusgüter, ob da auch Luxusgüter vom Sozereinstatus mitzielen. Ich denke, mitzählen. Ich denke, ja, ne? Die würden dann auch mitzählen, ja. Ähm, wenn ihr jetzt im Hauptmenü seid, dann klickt ihr bitte einmal auf Optionen und geht in die Einstellungen rein. Und es gibt drei Einstellungen, die wir einstellen wollen, direkt auf der ersten Seite. Schnellkampf und Schnellfortbewegung müssen bitte aktiviert sein. Und Autodownload... Moment, Moment, ich starte gerade noch. Mhm. Ich starte gerade noch, sorry, ich bin gleich drin im Game. Alles gut. Noch eine Nachfrage, Matze. Ja, wir haben uns geschlossen, heute ein bisschen länger zu brauchen. Matze, noch eine Nachfrage zu Luxusgüter, ob auch Luxusgüter mitzählen, die man durch Handel bekommt? Äh, nein. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir groß Handeln sehen werden mit dem Rundentimer und Handeln. Ich weiß gar nicht, wie weit du mit deinen Padawans Handeln groß durchgesprochen hast. Wir haben ja hier nur menschliche Spieler, keine KI-Mitspieler mit drin. Ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass jemand seine Luxusgüter mit jemand anderem handelt, solange man sich nicht klar darüber ist, ob es wirklich ein Vorteil ist oder nicht. Sagt mal ihr vier, kanntet ihr euch vorher und wie gut? Ähm, kannte Matze und Chagas. Die Tuni kenne ich gar nicht, aber freut mich, die kennenzulernen. Ich kenne euch auch nicht. Ihr seid mir noch alle, ich kann euch noch nicht so vertrauen, aber... Ja, du lernst uns heute schon noch kennen. Ja, von Chagas habe ich schon einiges mitbekommen. Ich kenne die anderen, ich traue dir aber trotzdem nicht. Ich würde dir niemals in den Rücken fallen. Wir müssen, die Riding-Bull-Schüler müssen zusammenhalten hier. Ja, das auf jeden Fall. Mati, vertraue ich. Chagas hat mir schon eine Kriegsankündigung gemacht. Was? Von Edo-P habe ich noch nicht so viel gehört. Naja. Aber ich freue mich, Edo. Also ich und Edo, wir spielen ja beide Rimworld. Wir wissen beide, zu welchen Gräueltaten wir fähig sind. Nun. Das spricht jetzt nicht für uns. Ein paar Einstellungen von meinem Spiel haben sich zurückgesetzt. Das muss ich noch mal ganz kurz ändern hier. Sonst kriegen wir ein bisschen Frame-Probleme. Ach du Scheiße. Also ich habe meine dunkle Seite auch vor kurzem kennengelernt, als ich mal Crusader Kings probiert habe. Eieiei, düster. Ja, geht ganz schnell. Wie sieht es aus? Seid ihr so weit in den Einstellungen drin? Ich muss noch einmal ganz kurz neu starten. Das ist irgendwie meine Spieleinstellung. Ich habe sich zurückgesetzt seit dem letzten Mal. Ist ja immer, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ist ja immer, wenn man es nicht gebrauchen kann. Schnell Fortbewegung und Auto-Download anmachen. Genau, alles bitte auf aktiviert setzen. Und Barbaren aktiviert? Ja, ich gehe davon aus. Oder? Nochmal bitte, entschuldige. Barbaren sind aktiviert, ne? Barbaren sind selbstverständlich aktiviert. Sie werden den einen oder anderen von euch möglicherweise quälen. Hm. Also neben den anderen drei Barbaren natürlich jeweils, ne? Die noch mitspielen. Ich habe wirklich eine Testrunde mal gespielt neulich, wo ich am Anfang komplett von Barbaren überrannt wurde und einfach gar nicht, also wirklich nach den ersten fünf Minuten schon raus war. Aber das sollte dir heute nicht passieren. Ne, jetzt bin ich ja gewappnet. Das passiert ja einmal und danach weißt du Bescheid. Mhm, mhm, mhm. Aber bei der Proberunde waren die Barbaren dann halt auch stärker als ich dachte, muss ich sagen. Gegen mir ähnlich, weil ich war auch mal so, ach ja, die Barbaren und dann so, oh. Es hat, es hat echt, hängt super mit Glück, das habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie so zwei, drei Runden mal gestartet, um den Startmusset kennenzulernen und du kannst super Glück und super Pech haben mit den Barbaren. Hm. Ja, auch mit diesen kleinen Dörfchen da, diesen Grundspunkte-Dörfchen so. Da habe ich mal eine Runde gestartet, da habe ich vier von den Dingern einfach direkt nebenan gehabt. Und dann nochmal, was da drin ist. Wenn du Glück hast, hast du irgendwie Handwerker oder so drin. Ja, ich hatte da eine religiöse Reliquie drin. Der Chat meinte irgendwie Jackpot, so. Besser geht's gar nicht. Und du dachtest, was soll ich damit machen? Ich konnte damit auch eine lange Zeit nichts machen. Da muss man dann erstmal irgendwie eine heilige Stätte bauen und so weiter und so fort, aber ja. Oh Gott. Aber ja, so gratis Siedler, gratis Handwerker ist natürlich nice. Ja, OP. OP? OP, Oberpower. Ja, das sind meine Initialien übrigens. Das stimmt, weil du OP bist? Nee, weil ich aus Kampagnie geheißen. Das weiß ich, wie du heißt. Aber das ist meine... Ja, natürlich. Das ist beides halt. Ach so, na gut. Verstehst du? Der Name ist OP. Nun. Verstehen wir. Ja, unter anderem. Bei uns wird gefragt, warum Mats und ich als Spectators hier stehen. Also als Beobachter, das funktioniert so, wir spielen mit einem bestimmten Mod, mit einer Modifikation und da gibt es halt die Möglichkeit, Leute so einzustellen, dass sie als Beobachter mit dabei sind. Das heißt, wir, die vier Teilnehmer und Teilnehmerinnen streamen ihre Perspektive bei sich auf Twitch und dann gibt es einen fünften Kanal bei mir, von Mats und mir kommentiert. Da sehen wir halt die ganze Karte. Das heißt, wir sehen, wo, wer, welche Stadt gründet, wo die Einheiten rumlaufen und kommentieren das ein bisschen in Fußballreporter-Manier und zwischendurch gehen wir auch zu euch rüber vielleicht mal, treffen uns mit euch, falls ihr nicht, doch nicht die ganze Zeit in einem Channel sein solltet und fragen euch mal, wie sieht es aus mit eurer Taktik, was habt ihr vor? Und ansonsten auch an die, die später gekommen sind, nochmal der Hinweis, das ist ja finanziell unterstützt vom Publisher 2K Games. Vielen lieben Dank dafür. Das ist das erste Civilization Bootcamp. Alle, die später gekommen sind mit Chuggles und mit Marty, mit Tuni und mit Edope, die vier wurden gecoacht in den letzten anderthalb Wochen von Mats und Mann, von meinem Community-Moderator und von mir und treffen sich jetzt zu einem großen Multiplayer-Finale auf einer Pangea-Zufahrtskarte mit Online-Spielgeschwindigkeit und mit einem speziellen Punktesystem, durch das der oder diejenige, die besonders erfolgreich spielt, am Ende des Ganzen, so ungefähr um 19.40 Uhr mit einem Siegeskranz ums Haupt das Match verlassen kann und mit fünf Steam Keys der Civilization 6 Anthology-Version, die der Sieger oder die Siegerin dann verteilen kann unter den eigenen Leuten bei sich im Twitch-Chat. Sehr üblich. So, ich bin dann inzwischen auch mal fertig, Entschuldigung. Sehr gut. Die Einstellung, konntest du die auch schon umsetzen oder soll ich die dir nochmal sagen, kurz? Genau, wir brauchten die schnellen Animationen, wie genau hießen die nochmal? Schnellkampf und Schnellfortbewegung. Schnellkampf, ist das ein Interface oder ein Spiel drin? Das ist ganz oben in der ersten Spiel. Schnellkampf, schnell, ja, ist aktiviert, super. Und dann genau da auch nochmal Auto-Download zusätzlicher Inhalte bitte auch einmal aktivieren. Okay. In der Zwischenzeit habe ich Edo schon mal eine Einladung zum Spiel gesendet. Du bist auch schon bei uns in der Lobby mit drin. Ja. Gerne, prüf gerne einmal, du siehst bei den anderen Teilnehmern immer so einen grünen linken Punkt oben links, das ist für euch alle wichtig, dass ihr da einmal rüber geht und da muss eine Zahl stehen größer 0, wie viele Millisekunden der Ping ist. Dann ist alles gut, wenn es bei 0 sein sollte, dann gerne nochmal Bescheid geben. Nur bei den anderen, bei mir selbst nicht, ja? Bei dir selbst nicht, genau. Ja, bei dir, okay. Genau. Kyros hast du dir schon ausgewählt, bei Team kannst du gerne einmal das Haus nehmen, du bist ja alleine im Team, deshalb brauchst du nicht im, äh, da jetzt in einem Team zu sein. Ähm. Mache ich das einfach 0? Mach das einmal weg. Genau. Und dann habe ich noch für dich eine besondere Herausforderung, ne, für dich, die Farbe stimmt auch alles. Und als nächstes würde ich, Marty, dich vielleicht einmal einladen, wenn ich darf. Du kriegst jetzt eine Einladung von mir. Yes, ist angekommen. Sehr schön. Dann warten wir einmal kurz, bis du da bist. So, sie haben angenommen. Hat das funktioniert? Verbindung wird hergestellt. Wunderbar. Ja. Falls bei euch irgendwas komisch angezeigt werden sollte, ähm, sagt ihr auch gerne einmal Bescheid, dass es dann häufig nur eine Interface fragt, die können wir dann ganz schnell lösen. Warum heißt du bei mir eigentlich Edo Peer? Als Spectator? Dann ist das eine komische Anzeige, dann oben bitte einmal auf Spielset abklicken und dann wieder auf Sammelraum zurück. Ach ja, jetzt stehst du wieder als Mats, du hast mich ein bisschen gewundert. Okay. Ja, ich wollte mich nicht unter, unter deinem Namen ausgeben. Ich habe es versucht, aber ich habe es leider schnell geschaut. Hey, wir können, wir können fünf Keys gewinnen, du spielst für mich und ich tue so, als würde ich spielen. Martin, magst du so lieb sein und du siehst ja das Symbol von deinen Sküten, ähm, magst du da einmal bitte das so umstellen, dass das rot im Hintergrund ist und ein bisschen genau, danke dir. Ach, dabei wolltest du auch Bienengelb nehmen, aber okay. Kann tauschen, also ich wäre gern grün eigentlich, aber es ist jetzt da ein bisschen spät. Man hat leider nur eine begrenzte Auswahl und ich habe mir das ein bisschen überlegt, sodass ihr euch gut auseinanderhalten kann. Sorry, du bist jetzt eine rote Bienenkönigin. Ja, die afrikanisierten Todesbienen sind das. Die roten Todesbienen, ja. Die Amazonasbienchen. Ja, da kippt noch das Blut am Stachel. Tumi, darf ich dich als Nächste einladen? Natürlich. Bin auf dem Weg. Das kann durchaus passieren, sollte aber gleich klappen. Okay. Solange du siehst, irgendwie wird verbunden. Ja, sehr schön. Auch gerne nochmal bei den anderen so ein bisschen gleich rüber hovern mit den grünen Symbolen, dass da überall Zahlen drinsteht, dann ist alles gut. Bei mir steht bei Writing Bull 0 MS. Das ist nicht gut, dann ist das bei euch anderen auch so. Sieht man das? Indem du dieses grüne Icon neben dem Namen links drüber haverst. Bei mir steht zum Beispiel, bei Matti steht 21 MS, bei Toonie steht 25 MS, also da kommt was an. Und bei Diamatsu steht 33 MS, aber bei WB ist 0 MS. Hier steht gar nichts, also auch keine Zahlen. Ich habe euch auch 0 MS, bei allen außer Matze. Dann gucken wir gleich nochmal. Ich nehme dich jetzt auch nochmal mit dazu, Chaggis, und schicke dir eine Einladung. Es kann sein, dass wir unseren Daniel, unseren Writing Bull gleich nochmal neu einladen müssen, weil dann dort keine richtige Verbindung ist. Wir testen das jetzt nochmal. Vielleicht beruhigt sich das Spiel, wenn Chaggis mit dabei ist. Natürlich, ich tue mein Bestes. Ja. Im Chat wird gefragt, was passiert eigentlich, wenn zwei Leute in der gleichen Runde eine dieser Aufgaben, für die es Punkte gibt, abgeschlossen haben? Um das kurz zu beantworten, dann bekommt derjenige die Punkte, der sich als erster gemeldet hat und gesagt hat, hier, ich pausiere, ich bin mir sicher, ich löse auf. Quasi, wer zuerst die virtuelle Glocke geläutet hat. Macht eigentlich von euch irgendjemand Cosplay hier, ist kostümiert, als Anführer, Anführerin ihrer, ihrer Nation hier? Äh, ja, ich natürlich. So, fertig. Mit Krone auch. So. Edo hatte das auch groß angekündigt, oder habe ich dich da falsch verstanden? Nein, 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 nicht heute. Aber ich habe das schon mal gemacht. Aber das sieht bei mir eher aus, so wie Cosplay auf Wish bestellt. Ja, und ich habe vorhin überlegt, das wäre bestimmt cool gewesen, aber ich wäre da vorher nicht drauf gekommen. Schagges, hat das bei dir geklappt mit der Einladung? Bist du da schon auf dem Weg? Hat nichts, hat nichts. Ach doch, da, entschuldige bitte. Ne, sie ist da, sie ist aber bei mir nicht hochgeploppt. Ah. So. Entschuldige. Ob auf den klassischen Blub gewartet. Dann kommt nur die Frage rein, ob, wie festgelegt worden ist, wer wen spielen darf. Das haben wir den Leuten überlassen. Also Mats und ich haben einen Pool aufgestellt von Fraktionen, von Zivilisationen, die eher einsteigerfreundlich sind, weil es gibt welche, die sind super spezialisiert und die würde ich eher Veteranen empfehlen, um die zu spielen. Aber es gibt ein paar, die sind man, also da kommt man auch als Einsteiger eigentlich gut mit klar und haben einen Pool zusammengestellt von sieben Fraktionen und dann haben die sich jeweils den rausgezogen, den Anführer oder die Anführerinnen, die sie cool fanden. Tuni, ich habe für dich noch die Bitte, dich bitte einmal neu einzufärben und dir doch das Symbol auszusuchen, was so grün im Hintergrund ist und wo dann Drache, sehr beeindruckend übrigens, so weiß ist. So? Ist das... Ja, perfekt. Trajan sieht auch schon super aus mit dem gelben Hintergrund. Aber erst kommt für mich, danke. Ja, super, alles gemacht. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass unser Daniel manchmal... Jetzt bist du bei mir wieder gut verbunden. Also bei mir steht immer nur, ich bin im Spiel, ich kann das... Du bist im Spiel, ja, das ist für dich selbst, ne, genau. Hast du denn bei den anderen einen Ping, wenn du bei den anderen rüberfährst, Daniel? Ja, 35 bei Edo P, 25 Tumirus und so weiter. 30, 25 meistens. Dann sind wir aus meiner Sicht startbereit. Es sei denn, ihr habt noch irgendeine abschließende Frage oder möchtet noch ein Stoßgebet aussprechen. Das fehlt mir auch nicht mehr. Ich würde sagen, good luck have fun, ne? Good luck have fun. Da fehlen doch noch zwei Leute in der Liste. Wie funktioniert das? Habe ich nicht zugehört? Das ist dann bei dir vielleicht nur eine falsche Anzeige. Dann klicke oben bitte einmal auf Spielsetup und einmal auf Sammelraum wieder zurück. Das ist ein bekannter Bug, leider. Okay, ich sehe alle. Sehr gut. Wenn ihr bereit seid, gerne auf bereit klicken und dann wird ein 10-sekündiger Countdown euch ins Spiel führen. In der ersten Runde habt ihr keinen Rundentimer, könnt euch in Ruhe angucken, wo und wie ihr siedeln wollt. Denkt an die Tipps von uns Coaches und viel Spaß. Tschüsschen. Es wird glaube ich echt hart, man hat nicht viel Zeit in den Zügen, um dann noch sich zu unterhalten, nachzudenken und die Ziele zu lesen und Chat zu lesen. Jetzt halt die Klappe, ich kann mich nicht konzentrieren. Jetzt stell dich schon mal drauf ein, ich werde drei Stunden durchreden. Nein, würde ich nicht. Mats und ich lassen euch mal alleine und bis nachher. Jetzt sind wir wieder unter uns, lieber Daniel. Prima, dann kann ich dich auch wieder im Bild anzeigen. Oh, das hat doch nicht geklappt. Kleinen Moment bitte. Ich muss dich mal kurz anzeigen lassen. Bumm, 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 und kleinen Augenblick. So, jetzt sollte eigentlich alles klappen. Ich zeige euch jetzt im Bild, glaube ich. Und jetzt solltest du auch zu sehen sein, ne? Ja, alles wunderbar. So, Mats, dein Feeling? Die sind auch sehr aufgewandt. Die vier sind gut drauf und haben auch richtig Bock, jetzt mal zu zeigen, was sie alles gelernt haben. Und das ist ja immer das Großste, das Spannendste bei Civ VI, finde ich. Zumindest ist ja immer der Startpunkt, wo man rauskommt. Da werden sie sich jetzt ganz stark verraten, denke ich mir, mit ihren Communities. Sollen sie noch groß durch die Gegend ziehen? Sollen sie wandern oder vor Ort siedeln? Denn sie haben ja keinen Zeitdruck in der ersten. Wir gehen mal ganz schnell alle durch. Das hier vorne ist Tuni, das ist Peking, ganz im Westen in grün. Ihr Startpunkt, wir spielen mit einem guten Startpunkt für alle. Mit einer speziellen Mod, durch das die einen überdurchschnittlich guten Startpunkt bekommen für alle halt. Zu Beginn hängt es, hängt viel davon ab, dass dann viel Nahrung und viel Produktion hat. Sie hat ihre Starten sofort an der Stelle gegründet, wo sie auch gespawnt ist, nach meinem Eindruck. Da ist Süßwasser in der Gegend hier vorne zu sehen. Das heißt, sie hat auf jeden Fall viel Wohnraum. Sie hat eine Luxusressource. Was sie noch nicht sieht, sind die Pferde. Die muss sie erst freischalten durch Forschung. Zwei Steine vorkommen gut. Da kann sie eventuell Richtung Stonehenge schielen. Ich weiß noch nicht, ob sie das auf dem Schirm hat. Sie hat leider kein Feld im ersten Ring, das sehr viel Nahrung und sehr viele Produktion bringt. Das wären hier vorne die Bananen, aber das ist zum Start schon mal okay. Auch die anderen strategischen Ressourcen sieht sie im Augenblick noch nicht. Ist ein guter Startort, aber es ist kein sehr guter. Also es könnte sein, dass das, ich hoffe, sie geht auf Pferdezucht und deckt das auf. Falls ihr Leute von Thunny im Chat seid, bitte seid zu Nobel und gebt ihr nicht diese Info weiter. Ich glaube auch nicht, dass ihr das gefallen würde. Nächsten Standort erklärt euch Matsumen. Sollen wir rübergehen zu den Persern? Ja, unbedingt. Das ist dann die Sicht von Edo P. Und ja, wie wir sehen bei unserem Edo P hat er auch Süßwasser, hat direkt am See gesiedelt und hat super Glück, was die Nahrung angeht. Das ist ja der Hammer. Ein Orangenfeld mit vier Nahrung, zwei Summfelder, drei Nahrung. Also der wird mächtig schnell wachsen können. Wir sehen auch schon in zwei Runden, wird er den nächsten Bürger haben. Er hat offensichtlich auf meinen Tipp gehört und hat als erstes einen Speer eingestellt, um die Welt zu erkunden. Und Pferde auch, wie bei den Chinesen direkt nebendran. Eisen allerdings, wenn ich das richtig sehe, gar nicht in der Nähe. Das ist echt hart. Doch, nordwestlich. Ach doch, nordwestlich. Gott sei Dank. Sollte ich das sagen? Darf ich das sagen? Als halbneutraler Coach von unserem Edo P. Er braucht das Eisen nämlich für seine Spezialeinheit. Also insofern wird er sich sehr freuen, wenn er das sehen kann. Und ich glaube, er kann sie auch ganz gut ausbreiten mit den Städten. Also ist auch ein schöner Standort für die Perser. Das ist ein verdammt guter Standort. Er hat auch Produktion, also den Nahrungsboost über Sumpf und über das Orangenvorkommen, wenn er die beiden Felder nutzt für die Bewirtschaftung der beiden ersten Bürger, hat er ein sattes Fundament, dass er auch noch mehr Bürger schnell bekommt. Und die Produktion bekommt er über solche Waldfelder wie dieses hier oder halt über Steinbruch und über das Eisenvorkommen. Wir gehen eins weiter zum nächsten Spieler, Richtung Osten. Das ist hier Pokrovka. Das ist Mati mit den Sküten. Sie selber ist nicht an einem See, aber an einem Fluss. Das bringt er ebenfalls Süßwasser. Wohnraummäßig also kein Ding. Sie hat... Nein, unfassbar. Nein. Sechs Reisvorkommen, Matzer. Sechs. Das habe ich in meiner ganzen Civ-6-Geschichte noch nie gesehen, dass man Sechsreisvorkommen nebeneinander hat, zwei Pferde vorkommen. Das ist ja der Hammer. Sag mal, hast du gecheatet, Daniel? Nein, 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 nein. Hammer. Da habe ich mal... Also, sie hat kaum ein Feld ohne Ressource um sich rum. Das ist unglaublich. Jetzt wächst da gerade die Perspektive. Die haben eine Runde gespielt. Ab jetzt gilt der Rundentimer. In der ersten Runde gilt der Rundentimer noch nicht. Wenn alle dann aber durchgekommen sind, dann geht es mit Rundentimer weiter. Also, das Startfeld ist genial. Das ist absolut... Da fällt einem nichts mehr zu ein. Vierter im Bunde, jetzt bist du wieder dran, ist... Wo ist, ähm... Der ist ganz im Süden. Ganz im Süden hier unten. Süden. Da ist Schagges, ne? Mit Rom. Das sieht nicht so gut aus, Matzer. Ja, der hat es offensichtlich ein bisschen schwerer, unser Schagges und die Römer. Also, der ist nah am Dundra-Gebiet gesiedelt. Das ist naturgemäß ein bisschen karger. Er hat Berge in der Nähe. Da kann er dann nachher auf Forschung gehen. Aber er hat wenig Nahrung und auch wenig Produktion. Nach meinem Dafürhalten dazu. Eisen sieht genauso wenig wie die Kohle, sieht er ja aktuell. Also, äh... Ich hoffe sehr, dass er die Tierzuchtzeit nach erforscht, um die Pferde anschließen zu können. Und dann, äh... Auf Wanderung geht, um ein, ja, ein paar bessere Städte vielleicht gründen zu können. Das wird jetzt schon schwer. Das ist ganz klar. Weil er kann natürlich Mieden bauen, hier auf diesen Hügeln. Aber die muss man erstmal, ähm, dann auch bewirtschaften können mit Bürgern. Dafür braucht man viele Bürger in der Stadt. Und die wird er schwer bekommen. Er hat hier wirklich... Das sind die einzigen beiden Zweiernahrungsfelder mit ein bisschen extra Gold und Produktion. Grasland hier unten ist ganz Meer und Mau. Und selbst wenn er einen Siedler hat und loszieht, um irgendwo an einem besseren Standort die zweite Stadt zu gründen, das ist auch in direkter Umgebung schwierig. Er hat ganz im Nordosten, hier oben zu sehen, da gibt es ein Naturwunder. Da kann er raufrennen. Er muss es aber erstens finden. Und dann muss er wirklich auch erkennen, dass es eine gute Gelegenheit ist. Hier vorne beginnt der Dschungelbereich der Karte schon. Hier kann man natürlich vernünftige Nahrungs- und Produktionserträge bekommen. Hier ist auch ein Fluss. Aber das ist bei weitem nicht so eine Killerposition wie Marty. Also Martys Position ist, ähm, das ist fast schon unfair. Ja, also Marty würde ich sagen, ist natürlich echt krass, was sie hat. Ich fand da auch Edope mit den Persern auch schon nicht schlecht. Genauso bei den Chinesen kann man durchaus mit arbeiten. Aber Chaggis, ähm, wird leiden. Im Chat hier heißt es, einer der Seen würde angeblich kein Wasser bringen. Welcher ist damit gemeint? Kein Trinkwasser? Die Peking ist... Doch. Das ist Küste. Ah, das gilt nicht. Als Peking hat sie nicht... Ach, Mist. Tuni hat, äh, hat leider an Küste... Das ist ein See, der ist so groß, dass er als Küste, als Binnenmeer gilt. Und dadurch hat die keinen Wohnraum mehr. Einen kleinen Wohnraumvorteil nur. Ähm, ja, da wird sie dann möglicherweise eingeschränkt sein im Wachstum. Weil je weniger Wohnraum man hat, desto weniger bringt es allen Nahrung anzuhäufen mit der Zeit. Mal gucken, wie sie damit umgehen wird. Das wird heftig. Also, Marty hat auf jeden Fall einen klaren Vorteil. In der Kartenmitte oben mit Edope und mit den Persern. Das sieht auch gut aus. Nicht so gut wie bei Marty. Aber die beiden haben eindeutig zwei Startvorteile gegenüber den beiden anderen. Da kommt man nicht raus. Und so ist es halt auch Zufallskarten. Es gibt auch Multiplayer-Karten-Matze. Die funktionieren noch ein bisschen anders. Die sind gerecht, aber sehen auch irgendwie doof und langweilig aus, oder? Ja, es gibt sowas wie eine sechseckige Schneeflocke zum Bealspiel. Ähm, da ist das alles ganz symmetrisch verteilt. Da hat dann auch wirklich jeder genau, ähm, die gleichen Ressourcen in der Nähe, die man anschließen kann. Hat sehr gleiche Startvoraussetzungen. Und die Karten treiben die Spieler auch so Kartenmitte, sodass man früh oder später tatsächlich auch etwas sich reiben wird um neue Plätze. Nachteil ist, die Karten können wir nicht gut mit der Spectator-Bot uns angucken, weil wir technisch gesehen auch als Mitspieler gelten. Und man kann bei diesen speziell für Multiplayer angefertigten Karten nicht zusätzlich noch, manuell sagen, ich möchte ein paar zusätzliche Spieler dabei haben. Das geht dort leider nicht. Insofern haben wir uns jetzt mit einem Zufallskartenskript beholfen. Wenn wir auf einen der Namen der Porträts oben drauf klicken, dann sehen wir die Karte aus deren Perspektive. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel klicke auf Chagas, dann sehen wir die Welt aus der Sicht von Chagas. Wir sehen die Felder, die er kennt, die Felder, die er aktuell einblickt und drumherum, Fork of War. Das funktioniert bei allem. Außerdem haben wir oben die Möglichkeit, noch in verschiedene Kategorien zu wechseln und sich dann noch andere Sachen anzeigen zu lassen. Ja, oder halt einmal raus und dann sehen wir uns alle wieder und die Sicht auf die gesamte Karte. Meinst du, jemand wird, wer, was meinst du, wer wird als Erstwert eventuell die großen Probleme mit Barbaren zum Start? Also bei Chagas, da habe ich eben schon gesehen, dass da tatsächlich Barbaren relativ frühzeitig auf die, ausgrenet auf Chagas noch zu bezogen sind. Und gleich zwei Camps auf einmal, eins im Süden, eins im Osten. Das ist echt heftig in dem Augenblick, Matze, wo einer von den Speerern halt die Stadt sieht, die Stadt Utopia. Ab dann wird es noch kniffliger. Ja, dann ist es so, dass die Speer-Petzen gegangen sind. Die werden dann, ja, das Heimatcamp animieren, dazu noch mehr Einheiten zu bauen und auch auf den Spieler zu schicken. Ähm, und das kann einem zum Beginn der Partie sehr stark ausbremsen, weil man ja auch erstmal selbst Militäreinheiten bauen muss, um überhaupt dagegen anzukommen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist Chagas übrigens dabei, den dritten Speer zu bauen. Das ist ja eine der Aufgaben, die wir haben. Der wäre auch in zwei Runden fertig. Ich bin gespannt, ähm, ja, ob er dann dafür vielleicht die Punkte bekommt. Andererseits, diese Speer sind nicht sehr kampfstark, äh, und die werden ihm nicht sehr bei den Barbaren helfen. Mhm. Magst du uns mal für einen Moment in einen gemeinsamen Audioraum reinbringen mit beiden? Ich wechsel hier schon mal die, ähm, die Szene bei der Übertragung. Da können wir ein bisschen hören, wie die Stimmung da ist. Hm. Du hast Katzen. Das ist ja cool. Äh, ja. Keine Katzen, ich hab hier nur mal Bahn. Hey, eure Couches, eure Coaches sind bei euch. Hättet ihr gerne eine Couch, um euch jetzt hinzulegen? Oh! Matti hat pausiert. Ich hab drei Speer. Nice. Nö, das ist nicht cool. Ich hab auch fast drei Speer, eine Runde noch. Schiebung. Naja, sehen wir auch, ersten fünf Punkte gehen raus an Matti. Sauber abgeräumt hier. Let's go. Glückwunsch. Das ist voll blöd mit dem Muten, weil ich hab nur, äh, Hold to Mute hab ich nur. Und ich muss mal raus tappen, wenn ich mich anmuten will. Vielleicht muss ich das immer, äh... Wollt ihr das kurz umstellen sonst? Die zwei Minuten haben wir ja. Ja, würd ich sagen. Ja, wär vielleicht okay, ne? Weil sonst bin ich hier die ganze Zeit ein bisschen gehandicapt. Wo geht das denn? Ja, mach das doch mal. Mach das doch mal schnell. Und so lange können die Coaches ja erzählen, was sie erzählen wollten. Ich möchte ja auch mit euch reden hier, ähm... Habt ihr eigentlich euch gegenseitig schon erzählt, ob ihr gute oder schlechte Startpositionen habt, oder ist das Geheimwissen? Wenn ich das wüsste, er... Äh, äh, ich glaube, man ist ganz okay. Seid ihr denn zufrieden mit euren Punkten, oder möchtet ihr da so gar nicht so weiter das ausführen, damit da die anderen keinen Vor- oder Nachteil da drin sehen können? Also ich bin nicht, nicht zufrieden damit, dass ich da direkt an einem Barbarencamp dran bin, mit vier Barbareneinheiten, die jetzt hier um meine Stadt tanzen. So ein bisschen semi-ungeil. Scharges, wenn wir dir jetzt sagen würden, du kommst in einen Topf, oder die anderen drei kommen jeweils in einen Topf, du darfst Blüte reingreifen und da ist ja irgendeine andere Startposition nehmen. Und ziehen, würdest du reingreifen? Nö. Also doch nur gejammert. Mensch, das war durchsichtig! Nö, ich stelle mich der Herausforderung, das will ich damit nur sagen. Ah, sehr gut. Das heißt, du willst dich nicht wegdrücken hier. Das ist... Respekt, Respekt. Tuni, würdest du tauschen wollen, wenn man dir das anbietet? Einmal blind in den Topf reingegriffen, irgendeine andere? Nee, also ich habe jetzt was Neues, was ich vorher, was ich im Tutorial, also in den Coaching noch nicht hatte. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was mich jetzt erwartet, aber ich würde es einfach mal aussetzen. Ich bin auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn ihr mich seht, solltet ihr direkt wegrennen, soweit ihr könnt. Also... Das habe ich gemacht. Das ist total nett. Ich bin wieder weggelassen. Ja, ja, ja. Also ist nur so ein Tipp an euch, ne? Ich helfe euch ja nur. Ja, ja, ich herzlichen lassen. Gilt das auch, wenn man nicht im Real Life trifft? Ich kann jetzt mit euch reden. Juhu. Let's go. Also ich drücke dann P und dann geht's weiter, ne? Ja. Dann viel Glück und bis gleich. Tschüss. Habt ihr eigentlich eure Overlays benutzt, Reddy? Und dass ihr euren Leuten zeigen könnt, wie viele Punkte ihr habt? Wunderbar. Ja, ich muss dich gerade fünfmal verschieben, weil ich immer irgendwas überlappt habe damit, aber jetzt sollte es funktionieren. Und wie ist der Rundentimer für euch? Macht Spaß? Also noch geht's, aber ich glaube, es wird sich noch ändern, wenn ein paar mehr Einheiten dazukommen. Wenn wir euch noch einen kleinen Tipp geben dürfen, euch vieren zum Rundentimer, wenn ihr alle eigentlich fertig seid. Wenn der Letzte dann rechts unten klickt auf die Uhr, dann geht die Runde für alle weiter. Das heißt, eventuell, falls ihr zum Beispiel alle schon früher fertig seid, nicht einfach warten, bis der Rundentimer durchläuft. Vielleicht einfach mal rechts unten draufklicken, dann geht's eine Runde weiter auch. Ich glaube, es beraten sich jetzt alle mit ihren eigenen Chats gerade, was die nächste Aufgabe sein könnte. Sehr spannend. Nachdem jetzt die drei Späher schon weg sind. Lass uns mal wieder rausgehen in unseren Kanal. Wir kommen später wieder, liebe Leute. So, jetzt sind wir wieder unter uns. So, ich gucke mal, dass ich dich auch wieder ein Bild anzeigen kann. Das ist leider gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da habe ich ja immer mehrfach hin und her klicken müssen. Hast du mich runtergezogen, Jana? Ja, ja, wir sind beide wieder unter uns. Ich suche gerade mit deinem Kamerabild und finde es nicht. Die ersten fünf Punkte sind ja vergeben. Ihr seht das unten in der Anzeige an Marty. Die anderen müssen es nachziehen. Wir haben euch ja vorhin die Liste der Aufgaben gezeigt. Habt ihr da einen Favoriten unter euch? Wenn ihr euch daran erinnert, was gibt es da noch an anderen Aufgaben? Welches würdet ihr als nächstes in Angriff nehmen? Was würdet ihr dem Streamer eurer Wahl jetzt sagen, nachdem die drei Spieler weg sind? Konzentrier dich auf das Nächste. Schreib das gerne mal in den Chat. Das würde mich doch sehr interessieren. Und dich vielleicht auch, Daniel. Ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich kann euch ja noch mal ganz kurz die Punkte zeigen. Das ist die Liste hier links mit allen Punkten. Wie bei einem Bingo. Im Chat wurde eben gefragt, ob wenn man eine Zeile voll macht oder eine Spalte oder ein Diagonal, ob das extra Punkte gibt. Nein, da haben wir nicht gemacht. Das wäre sonst noch komplifizierter. Dafür kann man die fünf Punkte bekommen für diese Sachen hier. Eine Aufgabe ist weg. Drei Speer hat Marty bereits gebaut. Die anderen Punkte werden vergeben. Am Ende des Matches, über den Daumen um 19.40 Uhr, wird ein Strich drunter gezogen. Und es kann auch passieren, dass Matze, Mann und Herr Ich Sonder-Challenges gleich haben werden. Genau. Ja, also das ist echt. Ich glaube, das mit den drei Speeren war vielleicht für alle mehr oder weniger das Offensichtlichste als erstes zu machen. Wird ihnen natürlich auch ein bisschen helfen, in die Spiele jetzt reinzukommen, weil sie dadurch jetzt ja auch gezwungen werden, die Karte zu erkunden, damit neue Siedlungsplätze aufzudecken oder coole andere kleine Bonusdörfer oder so zu entdecken. Deshalb haben wir uns auch die Aufgaben extra ausgesucht, dass das also nicht nur Gängelei ist für die Spieler, jetzt was zu machen, was denen gar nichts bringt, sondern wo sie tatsächlich auch einen Mehrwert von haben. Matze, schau dir das mal an. Marty, die schwimmt in Glück und in diesem überschwemmten Fluss. Sie hat sechs Reisfelder rund um ihre Hauptstadt und eine Runde, bevor sie den ersten Handwerker hat, der dort Modernisierung bauen könnte, Bauernhöfe, die Modernisierungen könnten kaputt gehen bei einer Flut. Eine Runde, bevor sie den Handwerker fertig hat, kommt noch schnell eine Überschwemmung rein und sorgt dafür, nee, die haben keine höheren Erträge bekommen, ne? Ja, das wäre auch echt unverschämt, aber natürlich hat sie insofern Glück gehabt und ich hoffe, sie hat ihre Schwimmflügel nicht vergessen zu Hause, dass der Handwerker nicht jetzt schon was produziert hat und dass man das dann wieder heile machen muss. Aber es ist trotzdem ein Hammer von der Erträge. Wissen wir schon, ob sie die Pferdes schon erforscht hat? Wissen wir das schon? Ich kann mal bei mir mal kurz gucken, ob ich das irgendwie sehen kann. Aber ich kann mir das nicht ausreiten lassen. Ich kann nur sehen, die Bogenschützen hat sie halt gleich. Also wenn sie Bogenschießen erforscht hat, dann wird sie ja auch die Tierzucht erforscht haben. Ah, stimmt. Dann wird sie auch die Pferde. Wir schauen uns einmal nochmal alle Positionen der Rhein nach durch. Von links nach rechts beginnen mit Tunik, ganz im Westen der Karte. Hier vorne ist sie unterwegs. Also die Chinesin hat echt, ich würde auch sagen, schon vielleicht nicht den ganz coolen Standort, was die Ressourcen angeht, aber sie scheint in einem sehr abisolierten Gebiet zu sein, wo man sich gut ausbreiten kann, zumindest in Ruhe. Sie hat nicht so das Barbarenproblem wie Schakke es aktuell zumindest nicht. Das kann sich kurzfristig ändern, aber sie wird da viele coole Plätze finden zum Siedeln. Also falls sie defensiv spielen würde und sie würde sagen, ich versuche nicht immer Militär und das Erober in fremder Städte durchzukommen zu den Punkten, sondern ich verschanze mich hier und gehe aus Bildern und sammle darüber meine Siegpunkte ein, dann könnte das gut klappen. Dieser Gebirgszug östlich von ihr bildet nur zwei schmale Pässe, einen hier unten und einen ganz im Süden. Ansonsten sind die unüberwindbar, einer noch hier im Norden. Ein dritter noch hier. Schagges hat schon einen Speer rübergezogen, wird selber mittlerweile übrigens bedroht, Matze, seine Römer mit Barbaren, mit Haufen von Barbaren. Was meinst du, dein Schützling, wie nimmt er das an? Die Herausforderung wird er natürlich annehmen. Ich weiß aus zuverlässlicher Quelle, dass er das auch tatsächlich schon hatte. Ich meine sogar, wir hatten das im Übungsmatch ganz zu Beginn auch gehabt, dass wir uns gegen viele Barbaren erwehren mussten. Also er kennt die Situation ein bisschen, aber es ist total brutal für ihn, weil man nichts weiter bauen kann. Jetzt einen Siedler zu bauen ist schwierig. Er selbst baut, zu meiner Überraschung muss ich sagen, dass ich gerade noch einen Speer hinterher. Aber er muss jetzt erstmal Militär bauen, damit diese Barbaren-Schwämme aufhört, um überhaupt eine Modernisierung machen zu können oder wirklich einen Siedler dann auch geschützt zu einem anderen Ort bringen zu können. Kannst du sehen, ob er schon über die Karte verfügt, Agoge mit Emma schneller vorankommt? Ich glaube, das klappt gerade nicht, ne? Das war ein Blicken können. Leider nicht. Das kann ich leider nicht sehen. Wir haben gar keine Möglichkeit, um mal mit ihm... Mati, pausiert schon wieder. Magst du mal rübergehen? Ja, ich nehme dich mal mit. Kleiner Augenblick. Das ist ein Kobustan. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Du hast schon wieder eine Aufgabe erfüllt. Ist das richtig? Ja, guck mal, anfangs overachieving, damit ich danach dann hart enttäusche, weißt du? Ja, ist ja der Hammer. Eine coole Strategie übrigens. Was hast du geschafft? Ich wollte nachvollen, dass das gar nichts mit Glück zu tun hat. Wow. Ich mache das Gegenteil mit Edo. Ich mache das Gegenteil mit dem, was Edo macht. Ne, tatsächlich einfach Lucky. Ich habe ein Naturwunder gefunden. Das macht mein Speer einfach Glück gerade. Ein Kobustan, das kannte ich noch gar nicht. Ein Kobustan. Cool. Ja, da hast du tatsächlich Glück gehabt. Hast früh offensichtlich den Speer in die gute Richtung gesendet. Ja, das waren jetzt wirklich Lack, die Punkte hier. Juh, das heißt, du kriegst noch mal fünf Punkte obendrauf. Haben wir das Naturwunder bei uns schon gefunden, Daniel? Ich kann es gerade nicht sehen. Beschreib mal von deiner Stadt aus, in welcher Himmelsrichtung. Ich mache es auf in meinem Stream. Ähm, wie soll ich das? Es ist in der Nähe von Venedig, ist es. Ah, da. Wo ist Venedig? Also, ich weiß nicht, wie ihr gerade die Karte seht. Ah, jetzt wird es mal angezeigt. Aber ich habe es noch gerade offen im Stream. Ja, da ist das, ich ganz bestätigen, du hast es gefunden. Da ist sogar eine große Flagge drauf. Eine rote Flagge mit weißer Schrift, da steht drauf, gehört Marty. Hat ja einen Speer wahrscheinlich reingewandt. Ja, ja, habe ich, ich habe, ne, der Bienenschwarm, der beschützt das schon. Ich habe gerade erst mal panisch meinen Chat angeschrien, weil ich nicht wusste, ob das Naturwunder ist. Das war ein schöner Moment. Fünf Punkte, also schau jetzt taub. Ohrstöpsel, könntest du verteilen zur Not sonst, wenn das zu laut wird, oder? Machst du das regelmäßig? Ohrstöpsel, den Chat anschreien, ja, das mache ich schon sehr regelmäßig. Ja, die sind das schon gewohnt, die sind das schon abgehärtet. Wir wollen ja niemanden unter Druck setzen, aber bislang null Punkte für alle anderen, zehn Punkte für Marty. Oh Gott, jetzt versprich nicht zu viel, ne? Das waren ja nur so Glücksaufgaben bis jetzt hier, ne? Das kann ja alles noch kommen. Die Barbaren überrennen mich gleich, ich kann das spüren. Plus fünf extra Punkte für gnadenloses Understandment. Ja, das war hart, aber eh du dann schon gewohnt. Wir werden sehen, ich drücke mal P, ne? Man sieht und hört sich. Bis nachher. Go, go, go. Tschüss. Wir würden ja gerne auch mal mit einem oder mit dem anderen von euch mal unter sechs Augen oder unter sechs Ohren ein Gespräch führen über die Startposition. Mag ja einer von euch sagen, ja, gerne mal. Ich bin glücklich. Du bist glücklich? Absolut glücklich? Jetzt überhaupt oder insgesamt mit und in deinem Leben? Äh, alles. Ich fliege morgen nach Thailand für drei Wochen. Oh, wie schön. Wunderbar. Oh, neid. Leben ist gut. Matze? Ich bin da. Ja, ich glaube, wir haben niemanden, mit dem wir ein Schwätzchen halten können. Sollen wir wieder rübergehen in unserem Kanal? Ja, das ist sehr schade. Wir hätten uns so gerne mit euch unterhalten und ein bisschen vom Rundentimer abgelenkt. Aber wir lassen euch noch mal ein paar Sekündchen alleine und überlegen uns mal, wie die Gesamtlage jetzt gerade sich so entwickelt. Bis später. So, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja, Matze, Vater, hast du eigentlich überhaupt mit jemandem da geredet? Ich habe gerade keinen Einblick gehabt. Oder haben die sich alle gemutet, weil die immer nur mit ihren Zuschauern reden wollen? Ich glaube, die haben sich alle wieder gemutet, ganz schnell. Das war höchst faszinierend für mich. Wir haben gefragt, möchte einer von euch sich mit uns unterhalten? Und da kam als Antwort, ich mute mich. Sehr eindeutig. Sehr unfassbar. Also, echt? Ja, also es steht 10 zu 0. Ich dachte, die sind so kommunikativ. Die sind doch Streamer von Beruf. Oder sie sind zwar ein bisschen vor Ehrgeiz gerade. Also, Edo hat tatsächlich ein bisschen geredet, weist uns der Chat gerade drauf hin. Aber das war ja nur so allgemein. Ich glaube, er wollte seine Gegenspieler ein bisschen eifersüchtig machen. Hat vom Urlaub erzählt. Kann auch eine gute Strategie sein. Vielleicht diskutieren sie das jetzt ja bei sich im Chat aus, wie Edo es wagen kann, einen Tag vor dem Urlaub hier noch zu so einem Event mitzugehen. Aber, naja, ob das so vorteilhaft war, weiß ich nicht. So, wir werfen mal einen Blick über alle vier Fraktionen. Das hier unten sind die Römer. Das ist Changis. Er hat den Barrenansturm weitestgehend abgewehrt. Respekt. Hat einen Handwerker zu verteilen. Nein, er hat einen Handwerker rekrutiert. Er hat sich gleich hier oben vielleicht die Pferdchen holt. Mal gucken, ob das klappt. Und, wie gesagt, er hat eine sehr schlechte Startposition. Und dann gehen wir einmal nach links oben, wieder zu Tuni rauf. Und Matze berichtet euch mal, analysiert mal die Situation von Tuni, die gerade Besuch bekommt, Matze. Ja, Tuni wird gerade besucht von Chagis. Der ist mit seinem Speer vor Ort und guckt sich das mal ganz genau an. Stellt fest, aha, okay, das ist die Hauptstadt. Da sind irgendwie wenig Einheiten. Und er trainiert ja gerade seine Einheiten mit den Barbaren. Möglicherweise kann er auch die ein oder anderen Upgrades schon machen. Während Tuni noch dabei ist, jetzt gerade einen Siedler zu bauen und möglicherweise dann demnächst die zweite Stadt zu gründen. Ich bin gespannt, ob er versucht, diesen Nachteil mit den Barbaren jetzt zu einem Vorteil für sich zu nutzen und da mal vielleicht gleich noch weiter mit ein paar mehr Leuten zu Besuch kommt. Dann bin ich ein bisschen skeptisch. Also er kennt immer auch die Grenzen. Gleich sieht er die Stadt auch. Aber er weiß auch, das ist so weit weg hier von ihm. Und die Einheiten da oben hinbringen, an der, das braucht ja Minimum, 10 Runden, 12, 15, bis er oben angekommen ist, um eine Stadt zu erobern. Andererseits, er hatte auch nirgendwo... Wir gucken mal auf seine Sicht der Welt. Was sieht er denn sonst? Hat er aus deiner Sicht, wenn wir auf seine Perspektive klicken, Standorte aufgedeckt, auf denen er gut eine Karte gründen, eine gute weitere Städte gründen könnte? Also wenn ich mir das so anschaue, immerhin ein bisschen im Westen seines Reiches, ein bisschen jenseits des Gebirgspasses, wären zumindest sehr starke Nahrungsgeländefelder und auch ein bisschen Wald. Allerdings ist es trotzdem sehr dicht noch dran an der Tundra. Aber da könnte man ein bisschen was möglicherweise mitmachen. Und ansonsten, wenn er in Richtung Norden, Richtung Edo-P vielleicht ziehen möchte, das ist vielleicht sogar angenehmer für ihn, weil er da nicht irgendwie um das Gebirge herumlaufen muss. Das ist das Wahrscheinlichere, wo ich mir denke, dass er da womöglich mit dem nächsten Siedler, wenn er denn einbaut, hinziehen wird. Also wenn er Richtung Westen gehen würde, dann bald, weil Tunny sonst in der Tür runter marschiert ist, kann er sich denken. Die Startpositionen sind sicher. Er trifft allerdings hier oben auf Edo-P. Und die Perser, wie Matze es gerade erklärt hat. Edo-P hatte aus unserem Blick die zweitbeste Startposition, hinter Marti. Auch hier werfen wir einen Blick schon wieder, Marti, die räumen schon wieder Punkte ab. Bring uns nochmal rüber, Matze, bitte. Ich meinte gerade schon zu meinem Chat, ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber dann ist mir wieder eingefallen, wie Edo mich bei der Rimion-Chip immer fertig macht. Und dann ging's wieder. Wir haben die drei Burgenschützen gerusht. Ernsthaft? Die sind wunderschön. Wie machst du das? Ja, Skill, ne? Ne, war Laki. Hat ein paar gute Ulrikas und so. Das speist sie später noch in den Arsch. Wow. Hoffentlich. Also ihr macht jetzt einfach zu dritt Krieg gegen mich und ist das auch gelaufen, ne? Also ich weiß ja, wie es läuft. Ich mache mir da ja gar keine Illusionen hier. Das ist eine ziemlich gute Idee eigentlich. Wollen wir uns alle gegen Marti verbünden? Danke für den Vorschlag, ich habe gleich drüber nachgedacht. Wie gut, dass ich euch noch nicht gefunden habe. Ich mache Grenzen dicht. Toll, ich habe alle gefunden außer Marti. Ich auch. Also auch wenn ich Marti als der Coach beide Daumen drücke, ganz im Ernst, das ist wirklich eine super wichtige Info. Das ist wirklich so. Bei einem Multiplayer-Match, jeder gegen jeden, kann einer oder eine nur dann gewinnen, wenn die anderen das zulassen. Das ist wirklich so. Punkt, Punkt, Punkt. So. Und eure Strategie dagegen an jetzt? Ja, auch so viel Glück haben. Ich würde sagen, Chagis baut jetzt ganz viel Armee und kämpfe die ganze Zeit gegen Marti, während Toni und ich versuchen uns dann, uns auf den Reichtum zu fokussieren. Klingt, nee. Wie? Ich bin bei den Übungsrunden mit zu viel Krieg immer auf die Schnauze geflogen, also. Nun. Aber da ist er trainiert. Ja. Marti, nimm die Pause bitte wieder raus. Drei Bogenschutz sind da. Punkte sind bestätigt. Weiter auf. Weiter geht es. Weiter geht es. Wie viel kommuniziert ihr eigentlich mit euren Chats? Sehr viel. Ohne die wäre ich auch gespüßen. Ja. Die ganze Zeit ununterbrochen. Non-stop. Kommen noch Leute aus anderen Streams bei euch vorbei oder habt ihr das Gefühl, ihr seid unter euch? Ich habe das Gefühl, hier checken immer mal wieder Leute so ein bisschen aus so, die so vom Multistream kommen und dann mal gucken, was die anderen Teilnehmer so machen. Ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen reger Austausch im Chat. Aber ich kriege auch nicht so viel mit, weil ich nur auf Spielen fokussiert bin. Okay. Ich bin dann auch super konzentriert. Ich kriege auch nicht so viel mit drumherum. Ja, wir haben den Wink mit dem Zaunfall verstanden, Matsu. Und ich gehe weg. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, das war ja ein Riesenzaunfall. Ja, in der Tat. Wir wollten ihm doch die extra Challenge geben, das es noch besonders schwer ist durch uns hier. Ja, einfach mal abgewehrt und gesagt, nichts da. Wir haben schon genügend Stress mit Chatlesen und runden Timer und alles irgendwie gleichzeitig versuchen, einen Blick zu behalten mit Punkten. Welche Aufgabe mache ich vielleicht für mich als nächstes? Das fände ich tatsächlich mal, interessant zu hören. Vielleicht kommen wir beim nächsten Mal die mal ein oder zwei doch mal zwangsläufig ein Firm mal zu fragen. Mensch, was ist denn jetzt die Strategie? Worauf willst du denn als nächstes gehen? Würde mich sehr interessieren. Ja, es ist anscheinend, es ist schwer möglich, ne? Ja. Dann müssten wir, wir müssten mal von denen einen oder eine fragen, ob die rüberkommen in unseren Audioraum, ob man die mal entführen dürfen für zwei, drei Minütchen. Ja. Freut mich, wie viele Leute da seid. Liebe Grüße an euch alle. Wir spielen Civ 6, das Bootcamp mit den vier Streamern und Streamerinnen hier. Und Mats, man und mir als Kommentatoren mit Blick auf die ganze Karte läuft etwa bis 19.40 Uhr, dann große Punktevergabe. Das ist die aktuelle Punkteliste. Alle bisher vergebenen Punkte wanderten an Marty, eine saukohle Startposition mit ihrer Stadt bekommen hat. Die anderen Punkte kann man auch alle noch vergeben. Und es gibt nachher sicher noch die ein oder andere Quest, die Mats und ich in den Ring reinwerfen werden. Ah, bei Tunny passiert was. Sie hat einen Siegler und überlegt sich jetzt sicher, ob sie mit dem losgehen kann, wo Chaggis doch direkt vor ihrer Nase steht. Ja, das finde ich interessant. Also erst mal, wo wird sie dann die nächste Stadt gründen? Und ich habe auch gesehen, sie hat tatsächlich jetzt ein Weltwunder in Bau gestellt. Ja, Stonehenge, das ist gut. Stonehenge. Und das könnte tatsächlich schon fast zwei Aufgaben erfüllen, weil mit Stonehenge wird sie ganz schnell, wenn sie es schafft, eine Religion gründen können. Ja. Und eine zweite Aufgabe ist ja, dass man zwei Weltwunder fertigstellen soll. Also das kann so ganz geheim von hinten heraus, einmal von hinten rum und dann von vorne in die Mitte des Herzens reinkommen, dass man auf einmal hier die Punkte absahnt. Das kann man nur, kurz zur Erklärung, das Wunder bauen. Stonehenge, wenn man ein Steinvorkommen neben sich hat, neben einer Stadt hat, Flachland, glaube ich, daneben, Matze. Genau. Und da kommt dann das Weltwunder drauf. Sobald sie das Weltwunder gebaut hat, kann es kein anderer mehr bauen. Das ist dann weg. Und man kann darauf eine Religion gründen dann halt. Das ist die Initiative zum Bau einer heiligen Städte. Die generiert normalerweise große Prophetenpunkte. Mit denen kauft man dann einen großen Propheten, hat man stattdessen Stonehenge gebaut, bekommt man einen großen Propheten geschenkt und darf außerdem noch auf Stonehenge die Religion gründen. Sie baut einen Weltwunder hier. Wir gucken mal rein. Sie hat auch schon eine zweite Stadt hier oben, Guangzhou. Wird ein Kornspeicher gebaut, weil das hier halt Küste ist, weil die sonst hier nicht vernünftig siedeln kann. Und Siedler Nummer drei scheint mir unterwegs zu sein, in Richtung von Chagels. Und da könnten demnächst die Fetzen fliegen. Was sie eventuell noch nicht weiß, ich blicke mal auf ihre Perspektive, ob hier ein Barbarencamp ist. Sie hat es entdeckt. Und der Barbarenreiter daneben, der ist uncool. Aber wenn sie hier eine Stadt gründen sollte, wäre sie ja eigentlich in der Lage, den Pass abzuschließen, dass da keiner mehr durchkommt. Das ist der Blick auf sie. Wir gehen mal rauf zu Edo P. Matze und Edo P. hat mittlerweile auch zwei Städte gegründet. Jetzt muss ich doch vorhin Dankeschön loswerden. Erstmal ein Danke für die vielen Abos. Ich habe jetzt gerade von SpiderThor 10 verschenkt. Das ist super lieb. Vielen Dank dafür. Danke an Tyrodin, an Teng, an Herr DeBelle, an Bloody Rainbow, Dennis, an Utgard, an den Oranje Ritter, die kranke Nonne. Werde ich träumen. T. Sui, Holy Pivo, Victoria Gaming, Terralgar, Tilo, The Ecclerion, Tepa, so viele Abos. Unfassbar. Oder Cheerings. Vielen Dank. Ich fühle mich reich beschenkt, gerade vor allem von SpiderThor. Liebes Danke schon dafür. Ich gehe ein bisschen weniger darauf ein als sonst, weil es hier Adventcharakter hat. Aber ich kriege alles mit und freue mich wie Bolle drüber. Blick auf die Karte von Edo P. Matze. Also Edo hat auch ein kleines Barbarenproblem inzwischen. Er hat jetzt den dritten Siedler, den er gerade durch die Gegend schickt, hat er offensichtlich jetzt den Vorrang eingeräumt gegenüber weiteren Militäreinheiten. Und ja, muss jetzt natürlich sehen, er hat jetzt gerade das Bogenschießen erforscht, wird dann jetzt hoffentlich dann auch den ersten Bogenschützen für sich bauen und wird dann damit, denke ich mir, die nächsten Einheiten zurückschlagen können und dann mit drei Städten, ja, kann er mal gucken. Ich bin gespannt, wo er die dritte Stadt gründet, ob er runterzieht an dem Fluss oder noch irgendwo stehen bleibt zwischendrin. Aber beim Fluss, da sind auch viele Orangenfelder mit vier Nahrung. Also das sieht auch sehr lecker aus. Weiden gibt es dort. Ich schalte mal, entschuldige, ich schalte mal um auf die Karte aus seiner Perspektive und er hat dann gar nicht so viel gescoutet. Er hat Richtung Osten gescoutet, aber er hat nicht Richtung Süden gescoutet. Das heißt, er weiß im Omde gar nicht, dass es hier unterhalb, das ist hier, Moment, das ist hier ein bisschen hin und her gewechselt, dass es hier tolle Gebiete im Süden gibt. Die hat er alle noch nicht aufgedeckt. Er zieht vielleicht auch ein bisschen auf gut Glück dorthin. Er weiß, hier ist ein Fluss. Bei dem Fluss ist eigentlich alles gut. Er zieht auch Richtung Dschungel und Regenwald. Da macht man in der Regel auch nichts falsch. Aber es ist ein bisschen, er weiß noch gar nicht, dass er in sein Glück hineintappt. Auf jeden Fall ist Edo schon jetzt ein wahrer Ziv-Sex-Spieler, denn er hat seinen Siedler ohne jeglichen Schutz auf den Weg geschickt in den Fog of War hinein. Also das ist echt mutig. Das sollte eigentlich Bonuspunkte geben. Ja, also es ist zwar dein Schutzding, aber auch Hut ab. Ich bin für selbstmörderische Aktion mit Handwerkern und von Siedlern, da habe ich ein Herz für. Da geht mir mein Herz auf. Also ich wäre gerne bereit, deinem Schützling den Sonderpreis zu geben für die größte Dummheit des heutigen Streams, Matze. Ja, das wird sich noch herausstellen, ob es die größte Dummheit war oder ob das ein genialer Coup ist. Wir werden sehen und behalten mal einen Blick drauf, was mit diesem Siedler passiert. Der sieht so aus, als würde er sogar in das Flammenmeer reinziehen wollen. Sag mal, sind denn da Barbaren um ihn rum? Hier unten ist Barbarencamp. Und das Barbarencamp kennt er noch nicht. Er zieht auf, mit seinem Siedler auf, ein Barbarencamp drauf. Er kann da bei Taruga auch gar nicht siedeln. Der Stadtstaat nimmt ihm doch die Felder weg. Er kann eine Stadt nur auf vier Felder Entfernung davon hinsetzen. So, was macht er da, Matze? Ja, das ist tatsächlich etwas, ich glaube, das werden unsere alle vier Schützlänge bisweilen jetzt durchaus zeigen können. Ich meine, du hast das den Leuten bestimmt gezeigt. Drückt die Taste 4 wegen Wohnraum und wo könnt ihr siedeln? Genau das Gleiche habe ich mit denen auch gemacht. Aber das ist eine ziemlich neue Situation hier. A, Rundentimer, B natürlich dann auch noch live, dann alles im Eventcharakter hier zu behalten und unterm Strich dann noch so zu funktionieren, wie man das mal im Training gemacht hat. Ja, ist wohl nicht ganz so einfach. Er hat auch da gar kein Süßwasser, also es ist mehr ein Rätsel, wie er da ist mit dem Siedler durch die Gegend zieht. Wir werden sehen, wo er am Ende ankommt. Also ich wüsste gerne, schade, dass wir mit ihm nicht reden können. Hör mal, geht doch mal rauf, lass mich mal hier und frag ihn mal einfach so, ohne dass wir hier mitmörden, ob er mal mit uns zu drittem Gespräch führen würde. Wir würden es echt gerne mal machen. Mach ich mal. So, in der Zwischenzeit wollen wir hier noch ein bisschen weiter reingucken, wie es bei den anderen aussieht. Im Osten, Marti, ja, da wissen wir, die hatte einfach eine saugute Stadtposition. Mittlerweile auch Probleme mit Barbaren, reichlich. Sie hat zu meiner Verwunderung noch keine weitere Stadt gegründet. Die hat nur eine Stadt, die die monstermäßig weit hochbezieht. Ist natürlich leichter im Handling, da macht man nicht viel falsch. Hallo, hallo. Hallihallo, hör mal, das ist total nett, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Ja, klar. Wir haben ja Sicht auf die ganze Karte und wir können auch uns anzeigen lassen, was deine Sicht der Dinge ist und magst du mal deine Pläne mit Siedlungen und also ich selber, ich scoute manchmal mit Siedlern und mein Chat sagt dann immer WBB, das ist der Grund dafür, warum da keine Haare mehr auf den Kopf hast, die fallen dann aus. Willst du mein Schicksal haben? Nee, also wir müssen erst mal generell, glaube ich, mal klären, also was das Wort Plan bedeutet. Oh Gott, erzähl, was ist dein Plan? Naja, das ist der Fängster-Stamm, das ist die Definition von Plan. Ich hab nämlich keinen. Also ich, ich, ich lebe nach dem Motto irgendwie YOLO und ich hatte von oben, habt ihr ja gesehen, da waren auf einmal eine Million Barbaren bei mir und ich bin komplett von Barbaren angegriffen worden und da hab ich mir gedacht, ich hab den Siedler, mit dem muss ich irgendwas machen, den kann ich nicht stehen lassen. Ich brauche aber sämtliche Verteidigung gegen die Barbaren aus dem Norden und dann dachte mir, da sind zwei Staatsstaaten und ich bin da so ein bisschen Sandwich und ich hoffe, dass die einfach alle Barbaren auslöschen und ich kann mit dem Siedler runterlaufen und vielleicht dort schaffen, was zu gründen, ohne dass er umgebracht wird. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht darf ich es, vielleicht nicht. Es kann gut gehen. Sollte es gut gehen, hättest du den leider unprämierten Sonderpreis für die Tollkünste-Tat des heutigen Abends und ich zeig jetzt, du hättest beinahe gerade, du hättest gerade die Möglichkeit gehabt, also jetzt nicht mehr, mit dem Siedler, mit dem nicht begleiteten Siedler ein Barbaren-Camp einzunehmen. Das ist eine, ich kann mich nicht daran erinnern, in sechs Jahren zu spielen, so eine Aktion schon mal gesehen zu haben. Das wäre Wahnsinn gewesen. Ich muss auf jeden Fall gleich ein Dorf gründen. Okay. Ich glaube, Chagas hat was. Chagas hat Punkte. Hier mal, lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist. Bis gleich, jederzeit. Sehr gerne. Ich schiebe dich mal wieder zurück. Bis gleich. Danke. Wir haben dann, ah, das sind sie. Hallo, Chagas, du hast Punkte. Hallo. Also, meine Community hat mich darauf hingewiesen, dass ich nur eine Stadt habe, in der ich jetzt einen Gouverneur etabliert habe. Das heißt, ich habe in all meinen Städten Gouverneure etabliert. Ist das korrekt? Aha. Das wäre korrekt. Genau, lieber Chagas. So einfach kann es gehen. Bätes expandieren hat auch Vorteile. GG. Fünf Punkte für Chagas. Glückwunsch. Vielen Dank. Kann das weitergehen. Soll ich drücken? Ja, gerne. Ja, kann weitergehen. Ich frage mal kurz. Es liegt sich wieder stille über den Austausch. Ich zeige mal kurz die Punktliste von allen. Matze wird sie gleich aktualisieren. Ich glaube, wir können uns wieder zurückziehen, Matze. Ich glaube, es hört uns mal wieder niemand. Ja. Jetzt sind wir wieder unter uns und jetzt aktualisiere ich die Punktliste. Die Übersicht habe ich schon aktualisiert und jetzt wird das hier natürlich noch farblich alles richtig eingefärbt, dass wir hier auch sehen, Chagas hat die erste Aufgabe abgeschlossen von ihm. So sieht es aus. 15 Punkte bei Mati, 5 Punkte bei Chagas und das ist echt cool. Aus der miesesten Startposition ever, es hinzubekommen, dann hier 5 Punkte abzuräumen, weil man halt nur eine Stadt hat und da landet dann der einzige Gouverneur halt drin. Ja. Was sagst du zum Thema Edo P, seinen Plan, den er uns eben offenbart hat? Er hat ja wirklich eine Stadt gegründet, er hat das geschafft. Er hat es sogar hinbekommen und er hat sogar eine Stadt am Fluss gebaut mit drumherum guten Geländererträgen. Also so habe ich Edo kennengelernt in den Übungsmatches. Auch da hatten wir das schon. Ja, ich ziehe es hier mal mit beim Siedler durch die Gegend und oh, da ist ein Barbarn, da muss ich jetzt ja ganz schnell gründen, weil es hat geklappt. Unfassbar. Das ist ja eine unglaubliche Aktion hier. Und er ist geschafft. auf einer Weide, wenn ich das richtig im Kopf habe, seine Stadt gegründet. Er kann dadurch jetzt auf dem Stadtfeld viele Ressourcen abgreifen und so dicht am Dschungel und mit dem Naturwunder in der Nähe natürlich auch eine coole Position abgegriffen. Bisschen weit weg vom Naturwunder, aber möglicherweise wird er sich noch ein Feld da schnappen von können, um seine Kultur und sein Gold ein bisschen zu erweitern. Also unfassbar. Der hat also seine Startposition gut ausgebaut, kann man nicht anders sagen. Wir hatten zu Beginn festgestellt, das war so die zweitbeste mit anderen Wochen die drittschlechteste. Und er hat eigentlich relativ, also ganz gut was draus gemacht. Wenn der Move nicht geklappt hätte, hätte sein Siedler hier verloren an die Barbaren. Und die Wahrscheinlichkeit lag bei, ich will nicht übertreiben, aber sie lag bei, sagen wir mal, 95 Prozent. Denn wird alles jetzt ganz, ganz anders aussehen. Genau. Ja, also so ein Siedler zu verlieren, das tut schon weh. Der ist dann nicht für immer weg, aber der wird dann gekidnappt. Der wird die Einheit in der Regel dann zum nächsten Barbarencamp ziehen und dann muss man das erstmal wieder zurückerobern und das dauert sehr lange Zeit. Man wird super ausgebremst. Nochmal danke für die vielen Abos. Little Green Man, Revest, Paul Quapper. Liebe Grüße an euch alle. Danke euch. Wir werfen einen Blick auf die Starspielerin heute Abend. Zumindest diejenige, die die beste Startposition hatte. Was mich aber echt wundert ist, dass die keine weitere Stadt gründet, Martin, mit ihren Sküten, Matze. Das finde ich auch spannend und wenn ich das richtig sehe, sind Edo und Tuni die Einzigen, die schon drei Städte gegründet haben. Wir erinnern uns, für vier Städte gibt es nochmal fünf Punkte, die man sich holen kann und offensichtlich sind die Sküten sehr zufrieden mit dem Ort, wo sie gerade sind und wollen da gar nicht mehr raus aus dieser Komfortzone. Das ist natürlich insofern ganz cool, weil sie sieben Bürger mittlerweile hat und das ist natürlich extrem viel. Sie kann viele Bezirke bauen. Ich weiß nicht, was ihre, was dahinter steckt als Strategie. Ob sie eine One-City-Challenge macht oder oder vielleicht traut sie sich nicht raus wegen den vielen Barbaren, aber sie wirkt ja im Coaching keineswegs mutlos. Ich habe eine Idee und zwar gibt es auch nochmal fünf Punkte für eine Stadt, wenn man acht Einwohner hat und vielleicht hat sie selbst oder da steht sie darauf hingewiesen, Mensch, die Stadt ist so cool, es gibt so viel Nahrung, die selbst wird ganz schnell wachsen können und lasst uns doch diese Punkte versuchen abzugreifen vor den anderen. Vielleicht ist das ihre Ausrichtung jetzt zumindest, bis das Ziel erreicht ist. Also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass sie zu wenig Sicht auf die Karte hätte. Das ist ihre Sicht auf die Map. Sie hat extrem viel gescoutet, ich vermute mehr als jeder andere bislang. Ich hatte ihr beim Coaching eingeschärft oder sie kam selber auch drauf. Das muss ich ihr gar nicht groß sagen. Als Skuten anführen bekommt sie ja immer einen gratis leichten Reiter oder einen gratis Sakenbogen schützen, wenn sie einen baut. Das heißt hier ihre Spezialeinheit jetzt im Bau, dann ploppte gleich der zweite gratis auf. Das gilt auch für leichte Reiter. Und sie hatte so ein bisschen die Strategie, ich baue eine große Stadt, raufenweise Britene Einheiten, schicke die auf die Gegner und plündere mich zum Erfolg hin. Jetzt klingt das, ist das natürlich ein cooler Plan, aber sie hat nur Stadtstaaten, Ernährmatze. Ja, also das ist insofern eigentlich, also zusätzlich zu diesem super Startgebiet, in dem sie ist, ja noch ein Vorteil, weil sie sich ja in Ruhe ausbreiten könnte mit ihren Siedlern, die anderen Einheiten lange zu ihr Ruhe brauchen, aber sie kann ihren eigentlichen Vorteil auch nur eingeschränkt nutzen, gerade gegen die menschlichen Mitspieler dorthin zu reiten und zu plündern. Das wird sehr lange dauern, bis sie zum Beispiel bei Kyras angekommen. Also ich glaube, es wäre für sie die bessere Strategie zu wesen, ist natürlich leicht gesagt, wenn man als Einsteigerin sein SSMP-Battle macht nach anderthalb Wochen. Es wäre klüger gewesen, sie hätte dann angesichts der veränderten, also bei dieser sehr seltenen Startposition gesagt, ich weiche von meiner Standardstrategie ab, als Güten gehe ich nicht aufs Plündern, ich bade nicht nur hier in einer coolen Startposition auch drumherum. Das ist ja, die kann haufenweise die Traumstätte hinsetzen. Und wenn sie da schnell weitere Siedler erzeugt hätte, die legt jetzt schon uneinholbar vorne, bleibt aber bei der Strategie, die sich wahrscheinlich vorher überlegt hat und die spult sie jetzt ab halt. Vielleicht kann sie gar nicht selber so vom Gefühl her, vielleicht versteht sie gar nicht, wie gut ihre Position ist, weil sie denkt, ja, könnte jedem passieren. Andere haben vielleicht auch so eine gute Startposition. Ja, das ist richtig. Weißt du, was mich gerade brennend interessieren würde, dass wir vielleicht nochmal rübergehen, den beiden brennieren. Matti pausiert schon wieder und sammelt ihre Punkte ein. Okay, da stelle ich meine Frage gleich im Anschluss da einfach bei denen. Ich gehe mal mit dir kurz rüber. Ich habe gerade geschrien, dass ich Pause drücken soll bei Bauernhöfe, aber die hatten das falsch im Kopf. Es tut mir leid, ich mache die Punkte direkt wieder weg hier. Tut mir herzlich leid. Das ist die Schuld vom Chat. Ja. Chat, schämt euch. Dem Chat werden 1000 Punkte abgezogen, aber dir leider zwei. Es tut mir leid, hat mir so gesagt. Nee, warte, warte, aber der Chat sagt was anderes. Was denn jetzt? Das geht dann. Warte, warte, der Chat sagt was anderes. Was habe ich jetzt bekommen, lieber Chat? Der Chat sagt, ich habe Militärausbildung. Habe ich das? What? Warte, ich muss mal nachgucken. Wo ist Militärausbildung überhaupt? Erforsche die Ausrichtung, die kulturelle Ausrichtung, Militärausbildung im Kulturbaum. Nein, ich habe Militärtradition, lieber Chat, das habt ihr falsch gesehen. Ja. Militärausbildung brauchen wir. Wolltest du jetzt gerade auch Militärausbildung für uns claimen? Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. Schämt euch, Chat. Chat sind 1000 Minusungriffe. Für euch erspiele ich keine Kies hier. Mach die jetzt. Dann tut es mir leid, euch zu stören. Ich habe trotzdem keine Punkte. Ich habe mich vom Chat überreden lassen. Regel Nummer eins, hör nie auf deinen Chat. Die sollte ich anwenden. Das heißt, falls du gewinnen würdest, würdest du die fünf Kies dann nicht in deinem Chat verteilen, sondern im Chat von wem sonst? Die behalte ich für mich selber, die Kies dann. Also die gibt es nicht zu Weihnachten. Kann ich gut nachvollziehen. Sinnvoll. Oder jetzt mal ganz ernsthaft, hast du mit Absicht gerade nur pausiert, weil du gedacht hast, ich will das Spiel spannend machen. Ich liege ja so haushoch vorne. Nee, ich habe, also der Timer ist abgelaufen und der Chat hat mich die ganze Zeit angeschrien, Marti drückt Pause, Marti drückt Pause, Marti drückt Pause und ich habe mich überreden lassen, aber der Chat hat das leider falsch gesehen. Erst dachten sie, es wären vier Bauernhöfe und dann dachten sie, Militärtradition wäre das andere Ding hier. Also, ich habe mich vom Chat verführen lassen, das zu drücken. Zwei Punkte Abzug für dich und von Matze und von mir, die Bitte, ob du nicht vielleicht mal mit uns zu dritt kurz plaudern möchtest, denn wir haben ein paar Fragen an dich. Wir reden schon die ganze Zeit über dich. An mich? Ja. Äh, dafür gehe ich dann wohl in den anderen Channel wahrscheinlich, ne? Ich ziehe dich einfach mit, wenn ich darf. Okay, dann machen wir das. Bitte schnall dich einmal kurz an. Ich schnall mich an. Und dem Rest sagen wir schon mal, bis gleich. Und vielleicht kannst du trotzdem parallel schon mal das Spiel wieder freigeben, wenn du so lieb bist. Wir sind jetzt hier unter uns. Du hörst uns? Achso, ich höre euch. Ihr hört mich nicht. Entschuldigung. Jetzt hören wir dich. Alles gut. Ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass du eine Stadt hast, eine riesengroße Stadt und keine weiteren bislang gebaut hast. Verrat mal unsere, deine Strategie an uns bitte. Mein Plan ist es, die acht Siedler voll zu kriegen und da die Punkte einzuheimsen, bevor ich die nächste Stadt gründe. Das ist der Plan. Deswegen habe ich auch gerade komplett auf Nahrungsproduktion. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ja, okay, ich versuche auch gerade als erstes meine Spezialeinheit zu kriegen, aber ich möchte auch meine acht Siedler als erstes kriegen. Was war denn? Deine Stadtposition ist echt schon unverschämt, oder? Fühlst du dich schlecht damit? Der ganze Reis ist schon sehr, sehr praktisch, aber ich hatte anfangs echt wenig Produktion, muss man dazu sagen, wo es noch nicht ausgedehnt war. Also das ist jammern auf sehr hohem Niveau. Du hast ja nicht mitbekommen, wie wir aufgeschrieben haben, Mats und ich, als wir deine Stadtposition gesehen haben. Wir können uns nicht daran erinnern, jemals, ob privat, Solopartie oder Multiplayer-Partie irgendjemanden gesehen zu haben, der so eine Startposition abräumt. Die ist sensationell. Die ist so unwahrscheinlich, so unfassbar unwahrscheinlich. Das ist, ich will da keinen Druck aufbauen, aber wenn wir jetzt nicht... In den Übungsstreams habe ich ja auch irgendwie immer richtig Lack gehabt. Vielleicht ist das meine Spezialfähigkeit. Ich bin einfach so auf Glück geskillt. Das könnte sein. Wir wollen jetzt auch keinen Druck aufbauen, aber wenn du mit der Startposition das jetzt in den Sand setzen würdest, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da kommt WB nochmal zu dir vorbei. Dann gibt es Schäbe. Weiß ich Bescheid, ja. Ich gebe mein Bestes und ich höre jetzt auch nicht mehr auf den Chat. Sehr gut. Und auch nicht mehr auf uns. Wir lassen dich mal in Ruhe weiterspielen. Bis bald. Bis dann. Dankeschön. Tschö. Ja, jetzt sind wir wieder unter uns. Und was mich insgesamt nochmal interessieren würde bei der nächsten Gelegenheit, aber wir können gleich vielleicht doch nochmal so einen kleinen Rundgang machen zum Stand der Dinge, aber wäre tatsächlich, welche Pantheons sich die einzelnen Streamer hier geholt haben, weil es gibt ja nur einmal religiöse Siedlung. Ich glaube, alle waren so ein bisschen darauf angefixt, sich den kostenlosen Siedler zu holen. Und es würde mich doch sehr interessieren, was dann die anderen so gemacht haben oder wer überhaupt welches Pantheon sich abgeholt hat. Schau mal hier. Ich gehe mal rüber zu Toni. Du hast ja den Vorschlag gemacht, alle mal abzulaufen. Ich habe einen Moment gezögert, warum nennt sie ihre Stadt, ihre dritte Stadt Po und nicht Popo, bis ich dann kapiert habe, der Fluss heißt halt Po. Und Po liegt, darf ich kurz ein bisschen Karlau haben. Ich finde keineswegs am Arsch der Welt Po, sondern auf einer relativ guten Position. Da komme ich nicht mehr raus, Mats. Das wird langsam peinlich. Red du mal weiter. An der Po-Ebene sind wir hier gestrandet. Wie jeder weiß, liegt das im Chinesischen Reich und ist eine coole Position in der Tat. Das heißt, deshalb Po müssen wir kurz mal den Ziv-Einsteigern erklären, weil der Fluss als erster entdeckt worden ist von den Römern, sprich von Chagas. Und deshalb werden die Geländemerkmale, die Gebirge und Flüsse und so weiter, werden benannt nach den Entdeckern halt. Genau. Ja, also es ist auch schon irgendwie gemein. Da bist du als erstes dort mit dem Speer, sagst, hey, das ist eine coole Idee. Mati passiert schon wieder. Da hat sie wahrscheinlich ihre Spezialeinheit abgeschlossen. Was denn da muss? Ich muss ja hier die Anti-Chat-Punkte wieder rausholen. Nein, es ist ja lieb vom Chat, dass er aufpasst. Es ist ja lieb, dass der Chat aufpasst. Und, wie sieht's aus? Ich habe hier zwei Skütenbogenschützen rumzustehen und das ist, glaube ich, meine erste Spezialeinheit, nicht wahr? Wenn ihr gerade so schön redet, ich gehe mal kurz Pipi, ja? Also ganz kurz. Aber dann mache ich das auch. Einmal Pipi-Pause für alle. Alle dürfen für 30 Sekunden für eine Minute weg. Ich auch. Matze und Mati übernehmt, das sind die einzigen mit guten Blasen hier. Bis gleich. Eigentlich muss ich auch Pipi. Ja, ich wollte mich jetzt alle alleine hier lassen. Das ist ja unglaublich. Ich bitte um mehr Vorbereitung. Ich will euch jetzt nicht ausmalen, wie ich das hier immer mache mit den Streams, aber ich bin ja einer der wenigen, der jetzt hier nicht so durch die Gegend laufen kann. Bist du noch da, Mati, oder bist du schon weg? Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich ziehe das mit dir hier durch. Ah, super. Dann lässt du mich nicht ganz alleine. Wie fühlt sich das an mit gleich zwei Sargen Bogenschützen, die du da jetzt ausgebildet hast? Wieso sind das zwei? Du hast doch nur einen gebaut. Ja, das ist die Spezialfähigkeit von den Sküten. Wenn ich einen Bogenschütze craften, kriege ich einen gratis dazu, quasi wie beim Grabbeltisch. Das ist sehr cool. Die berittenen Bogenschützen und die Reiter, die gibt es, da gibt es quasi mal einen gratis dazu. Ja. Das ist, äh, ne, Schlussverkauf hier bei den Sküten. Und planst du das weiter fortzusetzen oder sagst du, ach nö, jetzt so die zwei, die reichen auch? Ja, ich hab überlegt, man könnte damit vielleicht so ein Städtchen einnehmen so, ne, aber ich glaub, da ist noch ein bisschen Zeit für, ehe hier Städtchen eingenommen werden. Hast du schon ein Ziel vor Augen, ein konkretes? Ja, als nächstes würde ich ganz gerne, also die acht Bevölkerung, da fehlen mir nur noch drei Runden für und ich brauche auch nur noch zwei Bauernhöfe. Das heißt, als nächstes würde ich mal hier so ein, aber ich darf ja meine Pläne hier nicht verraten, ne? Die anderen sind wieder dabei. Wir haben alles gesagt. Sind das die lieblichen Laute von Chuggis, die wir da hören? Ja, natürlich. Marty, wollen wir dich dann einmal kurz auch in die Pipi-Pause kurz entlassen, dass du auch die Gelegenheit bekommst? Ah, das wäre super, ne? Ich bin direkt wieder da hier, ne? Ja, und ich unterhalte mich in der Zeit mit meinem Padawan weiter mit Chuggis. Wie geht es dir denn bisher so? Äh, so mittel. Ich fühle mich sehr gebeutelt von Banditen. Ein, zwei kleine Fehlerchen sind mir unterlaufen, aber ansonsten läuft es eigentlich ganz solide. Bisschen Pech gehabt von den Aufgaben. Edo ist auch wieder da. Ich habe direkt, direkt nach Marty so ein Wunder gefunden. Ja. Die Speer wären auch eine Runde nach ihr fertig gewesen, also... Ah, knapp ist das Ganze. Es ist aber auch alles bei mir zugebombt mit Barbaren, wirklich überall. Ja. Hat mir sogar noch einer hier den Spaß gegönnt, das eine Camp wegzumachen. Das war gerade unbeobachtet und dann kam irgendwer anders und schnappt das weg. So, wieder da. Das ist ganz, ganz besonders bitter. Mir ist gerade eine super coole Überraschungs-Challenge eingefallen für euch, die euch gleich in nackte Panik versetzen wird. Zumindest eine auf eine ziemlich seltsame Geschichte. Matze ist nicht eingeweiht. Sind schon alle da? Dann könnte ich euch mal kurz aufschrecken. Ich habe Marty gerade auch noch mal 30 Sekunden Pause gegönnt, nachdem wir uns so nett unterhalten haben. Matze, ich brauche dich gleich. Das ist wirklich eine Überraschungs-Quest, die ziemlich, ich weiß nicht, also ich finde sie nicht bösartig. Ich finde sie sehr liebevoll und auf jeden Fall sehr chaotisch und sie wird gleich noch ein paar Punkte vergeben und dafür brauche ich gleich dich, denn du musst gleich. Ich mache nachher, ich verkünde gleich die Aufgabe, sobald Marty da ist, zähle dann runter von 30 auf 0 und Punkt 0 musst du etwas überprüfen. Du musst dafür, aber nicht ingame, du musst alle Twitch-Kanäle von allen Teilnehmern im Auge behalten und musst dann, wenn ich bei 0 bin, musst du küren, wer gewonnen hat. Alle gleichzeitig. Alle vier. Ich habe ja hier drei Bildschirme, das ist ja der Hammer. Das kann ich mir ja schon mal einrichten vorab. Ja. Dann gucke ich mir überhaupt mal an, wie das bei euch so aussieht. Ihr dürft alle schon mal nett lächeln und winken in die Kamera. Genau. Im Chat heißt es, wie Bese ein Pferl kam auf der Toilette. Ja, richtig geraten. Mache ich immer. Also bevor ich einen großen Gedanken habe. Genau. So in der Art, ja. Ob die Icons eine Bedeutung haben, werden wir gefragt unter den Spielerpunkten. Ihr habt die ja auch eingeblendet. Dieser Symbole, diese Punkteliste, ja, hat eine Bedeutung. Jeder Teilnehmer darf, wenn er möchte oder wenn sie möchte, zweimal im Match sich einen Joker holen. Entweder Matze einmal als Coach-Joker, um sich beraten zu lassen und einmal nicht. Hat bislang noch niemand in Anspruch genommen. Ist dann möglich und wird dann weggelegst. Keiner mag uns, Baby. Das ist echt traurig. So, ich bin auch wieder da. Wunderbar. Jetzt kommt eine Quest. Sind alle vier da? Eine Quest, oje. Alle hören es, eine Überraschungsquest. Tuni, du bist auch da? Ja, ich bin auch da. Edo P? Ich bin auch dabei. Jupp. Chagas? Ja, ja. Mati? Matze? Auch da? Das ist die Quest. Ich zähle jetzt runter von 30 auf 0. Ich habe leider nicht zugehört. Ich fange jetzt an. Hör gut zu. Ich zähle jetzt runter. Es gibt doch eine Stadt mit 20 Produktionen. Können wir auch kriegen. Es werden jetzt fünf extra Siegpunkte vergeben. Ich zähle jetzt runter von 30 auf 0. Wenn ich bei 0 angekommen bin, schaut Matze, Matzo Man, sich alle Twitch-Kanäle an. und derjenige von euch, dessen Zuschauerzahl am nächsten bei 1.000 Zuschauer ist, runter oder drüber, bekommt fünf Siegpunkte. Es geht los. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 24, 23, 22, 23, 20, 20, 600, Leute, müssen gehen. 800, verpisst euch. Geht alles zu Edo. Geht alles zu Edo. Geht alles zu Edo. Alles zu Mati. Die machen guten Content. 15, Edo auch, könnte mal reinfolgen. 14, geht alles zu Mati. 13, 12, ich will euch hier nicht haben. 11, aber in einer halben Stunde wieder. Nein, 15, wir haben die einfach für uns beide gejinkt. 9, was haben die getan? 8, naja, naja. 7, jetzt kommt die von Mati hier alle rüber. Geht weg. Gott, deine Emotien erschreckt nicht aus, Edo. wunderschön. 4, 3, 2, 1, 0. Ja, und ich habe mir jetzt ein Screenshot gemacht und ich sehe aktuell bei Edo P sind 1.635. Oh Mann. Bei Mati 1.800. Oh, oh, oh. Bei Tuni sind 616. Tuni ist am nächsten dran. Und bei Shuggles 489. Tuni hat gewonnen. 5 Punkte an, Tuni. Boah, toll, was? Chat, ihr habt verloren, ey, Chat, ihr Anfänger. So. Ja, du redest gerade mit meinem Chat, und ich redest gerade mit deinem Chat. Wir haben gerade einmal getauscht. Wir haben getauscht. Viel Spaß, Mati, mit dem Buben. 5 Punkte raus und weiter. Pause bitte rausnehmen, Mati. Auf geht's. Weiter geht's. GG. Good luck and have fun. GG später. Ich glaube, dass wir quasi mal für uns rüber gehen können. mach das mal. so, so, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja, war eine kleine Herausforderung. Nicht nur für die vier, für dich auch. Streamer, sondern auch für mich da ganz schnell, die Sachen zu sehen. Ich hab das selber nicht beobachtet. Wie haben die denn Einfluss genommen? Haben die auch Leute versucht, wegzuwinken oder anzulocken? Oder was ist passiert? Ja, sie haben gesagt, weg, weg, weg oder geht rüber und dann sind die, dann andere wieder zu viel gewesen. Es ging rauf und runter und war tatsächlich spannend bis zur letzten Sekunde. Ich fand das auch deshalb so nett, weil dann bringt man auch mal die Standzuschauer dazu, bei den anderen Streamern gucken zu gehen und dann bekommen die vielleicht neue Follower und lernen sich kennen und so. Ja. Ist ja nicht nur gemein, ist auch irgendwie, ist auch sozial gemein gewesen. Für deinen Konwort eine Herausforderung, eine technische und eine Meisterleistung, wer das so kurzfristig geschafft hat, ordnungsgemäß rüberzubringen und ich schaue mir einfach mal eben selbst ein bisschen auf die Schulter, dass das geklappt hat und Gott sei Dank habe ich inzwischen den Schweiß vor meiner Stirn getupft, dass ihr das nicht seht. So, wir schauen uns nochmal alle Sachen an. Einen Blick auf Toni, wir gehen von Westenost rüber, Matze. Ja. Toni pausiert, sie hat Punkte bekommen. Einmal rüber zu Toni, bitte. So drücken. Punkte durch Toni. Hallo, ich habe eine Religion gegründet. Cool. Eine wunderschöne. Wie heißt sie denn? Wir sollten dir alle beitreten. Ich weiß nicht wie, aber es kam auf einmal einfach da. Das ist ja Toniismus und mein Zeichen ist ein Schmetterling. Oh nein. Wie zauberhaft. Oh nein. Sehr, sehr süß. Weil deine Religion erlaubt. Äh, alles. Kann ich mal nicht holen? Außer mich angreifen. Das ist böse. Da kommt ihr nicht in den Himmel. Okay, okay. Ich trete bei. Cool. Danke. Ich habe eine Frage, wenn wir schon mal hier sind. Man soll ja vier Stadtstaaten finden, dann gibt es Punkte. Wenn ich die Stadtstaaten eventuell in der Zwischenzeit zerstört hätte, hätte ich dann trotzdem vier Stadtstaaten entdeckt, auch wenn einer nicht mehr existiert. Ich frage für einen Freund. Na, ich befürchte, du bist die einzige grausame Seele hier in unserem Kreis, die auf solche Ideen kommen kann. Matze, bist du auf sowas draufgekommen bei der Planung? Ähm, tatsächlich nicht. Also, ich würde denken, wenn du an Stadtstaat vernichtet hast oder eingenommen hast, ist es ja in dem Zeitpunkt kein Stadtstaat mehr. Ja, das ist dann nicht mehr in der Liste. Also, wir würden uns freuen, wenn das dann nicht zählen würde. Aus einem simplen Grund, es macht uns Probleme, das zu kontrollieren. Nee, da gehe ich mit. Ich wollte es nochmal gefragt. Also, ich muss auch wieder auf den Chat schieben. Die haben hier grausame Ideen die ganze Zeit, der Chat. Grausamkeit nicht zu überbieten, dein Chat. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Chat, der gewechselt ist. Oh, das war, eh, du's Chat warst. Ja, ja, ja. Okay. Du kannst zu Hause gerne schon wieder rausnehmen. Glückwunsch für die nächsten fünf Punkte für dich. Hey, Süd. Und, ähm, ich habe trotzdem noch eine Frage an euch alle, während ihr weiterspielt. Würde es mich tatsächlich und auch den Chat, äh, ganz stark interessieren, Religion ist jetzt gegründet worden. Okay, aber was habt ihr denn für, ähm, was habt ihr denn für Pantheons euch geholt und wer hat welches abbekommen? Äh, äh, wo kann ich das nochmal nachgucken? Also, ich, ich habe nicht das, ich habe nicht das Coole mit dem Siedler gekriegt, ich habe nicht das Coole mit dem Handwerker gekriegt und danach war ich nur noch irgendwas mit Militäreinheiten schneller produzieren oder so. Ich war traurig. Ah. Wer hat denn den Siedler bekommen? Ich habe den Siedler geklaut. Schei. Okay, und Handwerker hat sich wer geschnappt? Der ist sehr schagig. Ja, die holen wir mit dem extra Handwerker, okay. Und dann fehlt noch einer im Bunde, oder? Ich kriege, äh, Kultur für Weiden kriege ich. Aber ich muss auch sagen, das war unfassbar stressig, ein Pantheon zu wählen wegen des Timers, der runterläuft und ich bin tausend Tote gestorben und zwar ganz schlimm. Aber ich habe mir dann so den Rest irgendwie noch abgegrabbelt dann so. Ich habe mir genau zwei Pantheons gemerkt und beide waren weg. Das war der maximalste Stress. Ja, alle. Bei uns, bei mir im Chat wird M sich nochmal über die Stadtstaatenfrage von Mathe diskutiert und ich glaube, der Fairness halber sollten wir sagen, wenn man, eigentlich ist es doch, sollte es eigentlich doch zählen. Wenn man Stadtstaat erobert, hat man ihn ja vorher auch kennengelernt. Alles andere wäre unfair. Die Frage, es ist wirklich so formuliert, lerne vier Städte, kennen, egal ob die es noch gibt oder nicht. Wir machen das so, Mathe. Alles andere, es wäre unfair. Bin ich in Ordnung. Soll ich weitermachen? Ja, mach weiter. Let's go. Okay. Shuggles, wenn du noch da bist, dürfen Matzman und ich mal kurz mit dir fachsimpeln unter sechs Augen und Ohren über deine Startposition und wie es dir so ergeht? Wenn das für euch okay ist, dass ich euch nur halb zuhöre, weil ich super konzentriert bin. Ja. Möchtest du oder möchtest du nicht? Du musst nicht. Ich bin halt, ich versuche mich wirklich krass zu konzentrieren und deswegen bin ich nur so semi für euch da. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann fragen wir, ob es lockerer wird oder eher noch schlimmer immer wieder. Es wird nicht besser. Ist Edo P noch da, Matze? Ey, ich bin da, klar. Ja, wunderbar. Magst du uns mit uns nochmal ein Schwätzchen halten? Ja, klar. Hä? 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 Na ja, steht nächste Runde, aber ist kein Timer da. Ja, wir müssen warten auf Shuggles. Aber, äh, wieso geht's denn nicht von alleine weiter? Bist du in einem Stadtbildschirm dran? Es geht weiter. Keine Ahnung. Ja, ich hab jetzt gedrückt. Oh Gott, Widmung. Was ist ne Widmung? Ido, ich darf dich jetzt entführen, ja? Ja, klar, klar. Aber ich bin, äh, ja. Macht einfach. Aber ich muss nachdenken kurz. Nachdenken wird überbewertet. Ja, ja. Ich muss einmal kurz hier, ganz schnell, ich bin sofort hier. Mach das. Ich muss irgendwas auswählen, was ich forsche. Und ich muss jetzt einmal, weil der Zug gerade angefangen hat und zu Beginn so eines Zuges bin ich erstmal vollkommen drin und, äh, konnte ich schon Astrologie forschen? Konnte ich da schon forschen? Nein. Was wollt ihr denn fragen? Ihr könnt ja schon mal parallel fragen. Während du drüber nachdenkst, was du antworten könntest, wir bringen dich dann nur durcheinander. Warte, ich baue jetzt hier eine Sekunde. Ich brauche nochmal so einen Siedler. Es ist immer, zu Beginn eines Zuges ist es immer ein bisschen stressig, weil ich gerade genau dann in diesem Modus drin bin. Mach einfach. Alles zu erledigen. Alles gut, mach einfach. Und, äh, und der Timer tickt runter. Aber ich habe gleich Zeit, wenn ich das hier alles erledigt habe, was ich erledigen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt alles erledigt. Willst du friedlich spielen oder hast du schon den einen oder den anderen Nachbarn entdeckt oder hast du Kriegspläne? Ich, äh, habe, wenn ich dazu gebracht werde, werde ich auch Krieg führen. Aber ich habe eigentlich kein Problem. Aber ich habe das jetzt noch nicht so mir als Strategie ausgesucht. Generell glaube ich schon, dass meine Einheiten sehr mächtig sind und ich habe Eisen. Aber, die Frage ist, schon wieder, Toni hat schon wieder Punkte. Die Frage ist, ob es dazu kommt. Unfassbar. Die Frage ist, ob es dazu kommt. In der Kürze der Zeit. Einmal rüber zu Toni, Marze, bitte. Ich sage aber nichts, weil ich immer kurz warten will, bis alle da sind. Ich habe einen Sozeren von einem Stadtstaat meiner Wahl. Cool. Welchen denn? Ich, warte, das muss ich ganz kurz nachgucken. Ich habe einen Sozeren in Cinguetti. Wunderbar. Wann heißt das? Deiner direkten Nachbarn. Du bist ja absolut auf dem Religionstrip. Wenn das so weitergeht, müssen wir dich mit Heiliger? Ja, müssen wir dich entweder mit Heilige Toni oder mit Sankt Toni anreden. Ja. Ah, Sozeren. Ah, ja, ja. Ja, okay. Glorreich, Punkte für dich. Matze, Zwischenstand, mal kurz laut für alle gesagt. Wie sieht es aus? Wert wie viele Punkte. Ja, Marty führt das Feld an mit 18 Punkten, dicht gefolgt von Toni mit 15 Punkten inzwischen. Shark ist auf Platz Nummer 3 mit 5 Punkten und Edo wird alles geben, um über die Notpunkte hinaus zu kommen. Sad face. Ich trickse jetzt mal, weil ich muss ja gar nicht Pause drücken. Ha, aber wir sind ja schon in der Pause. Mir wird gesagt, ich hätte irgendwas freigeschaltet hier schon. Ja, da hast du. Ich habe irgendwie in Runde 1 habe ich eine neue Regierungsform freigeschaltet. Die hat vier Kartenslots und gepunktet. Ist das so? Ja. Welche Regierungsform ist das? Magst du uns mal sagen? Interesse halber. Musst du nicht, aber wird uns sehr interessieren. Nein, im Moment, das stimmt gar nicht. Es ist angekündigt, aber zum Glück habe ich nicht Pause gedrückt dafür. Okay. Ähm, ja. Okay, dann tue die Pause raus. Das war ganz knapp. Ja, ja, schnell weg. Schnell weg, bevor noch was passiert. So, können wir weitermachen. Haha, auf Spaß, kleines Späßchen, ne? Äh, Mati, hattest du denn die vier Stadtstaaten reklamiert oder war das eine theoretische Frage für irgendwann mal? Noch fehlt mir einer. Alles klar. Noch fehlt mir einer dafür. Und spielt weiter. Viel Glück euch allen. Ich habe uns jetzt mal wieder zu zweit. Danke dir. Mittlerweile sind wir auch ganz gut eingespielt dabei. Ich gehe auch noch mal rüber. Spannend, hör mal, was sagst du dazu, wie Tuni stillheimlich leiser auf leisen Pfoten dahin schleicht und plötzlich die Punkte abräumt hier? Das finde ich extrem cool. Ich hoffe natürlich, dass meine Herren das auch noch genauso ähnlich machen werden. Ähm, aber ja. Ah, jetzt apropos Shuggles. Äh, hat offensichtlich jetzt doch wieder was. Dann gehen wir doch mal wieder rüber. Was für eine Hin und Her hier? Ja, das, was ich eben schon so Foreshadowing-mäßig angekündigt habe. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt hier eine schöne Republik gegründet mit vier Kartenslots. Glückwunsch, sauberhaft. Fünf Punkte für dich. Klasse. Sehr cool. GG. Ich mache direkt weiter, ne? Pause wieder raus. Viel Glück weiterhin. Let's go. Das geht ja hier Schlag auf Schlag heute. Was ist denn? Aber nur Edo P. ist bei allem Wagemut, für den wir ihn gefeiert haben, punktetechnisch so ein bisschen langsamer unterwegs. Ja, der kommt noch. Also, ich habe ja mit ihm viel zusammengearbeitet. Ich glaube, der kommt zum Ende hinaus und wird dann alle verbleibenden Punkte für sich reklamieren. Ich glaube an ihn. Soll wir noch mal einen Überblick machen über, weißt du was, ich würde ja doch so gerne mal mit Turnien schwätzen halten. Das ist die Einzige, mit der wir noch kein Schwätzchen unter sechs Augen und Ohren geführt haben. Magst du die mal fragen? Und frag sie mal. Danke dir. Hol sie sie mal zu uns. So, in der Zwischenzeit gucken wir uns vorher mal kurz Tunis Lager an, bevor sie mitbekommt, was hier ist. Sie hatte ja die Nachbarn im Süden und Südosten. Das sind die Römer mit Chagas, der eine sehr schlechte Stadtposition hatte. Sie hatte eine bessere. Sie hat eben den Platz hier weggeschnappt. Dazwischen eine dicke Gebirgskette. Da kann sie schön in aller Ruhe bauen. Die kann friedlich ein schönes Reich ausbauen. Im Dschungelgürtel gespawnt. Jede Menge Nahrung, jede Menge Produktion. Frühzeitig. Religion abgegriffen. Vulkan hier vorne. Jetzt ist Tuni auch mit dabei. Hi Tuni. Hi. Ja, mit allen anderen haben wir schon mal kurz ein Schwätzchen gehalten. Wenn du dich abgelenkt fühlst, dann sag kurz Bescheid, dann schweigen wir. Ja, die anderen wurden ja auch schon abgelenkt. Deswegen ist das nur fair, würde ich sagen. Ein Fairheitspreis für dich. Also wenn ich könnte, würde ich dir gerne fünf Fairheitspunkte geben. Andererseits, du hast so viele Punkte gerade schon abgeräumt. Wir wollen dich auch nicht zu sehr verwöhnen. Ach, es ist schon wieder Pause, oder? Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Chaggis hat pausiert. Wir müssen schon wieder rüber gehen. Ich war auch gerade sehr verwirrt. Wir nehmen dich danach dann gleich wieder mit. Ja, ja, alles gut. Auf mich. Ja, acht Bevölkerung, ja. So. Hallo, Entschuldigung, dass ich schon wieder störe. Ja, also ich habe eben einen Campus fertig gebaut mit einem Bonus von plus vier. Das ist sogar eins drüber über den Anforderungen. Nice. Ja, du hast dafür ja auch einen guten Platz dir rausgesucht. Sehr cool. Das ging dann nochmal fünf Punkte für dich. Nice. Dankeschön. Okay, ich mache weiter. Ja. Ich halte Stopp. Ich will, ich will Chaggis Erfolg hier gar nicht. Ich will gar nicht Chaggis Moment klauen, aber ich habe da eine Stadt mit acht Siedlern gerade bekommen. Hm. Nein, würde ich drauf schaffen? Hätte ich gerne ein paar schmackhafte Punkte. Wie heißt die Stadt, Matze? Wie heißt wohl ihre Stadt? Naja, man kann ja die Städte auch umbenennen. Hätte ja auch Bienenstock oder so heißen können. Äh, Pokrovka. Äh, naja, gut. Ja, normalerweise mache ich das immer, aber dafür hatte ich keine Zeit. Dafür war es hier ein bisschen zu intens bis jetzt. Nein, man muss einfach sagen, Mati hat so viele Städte bereits, es ist verwirrend. Also, ihr so eine Frage zu stellen, das ist unfair, Matze. Lass das sein, bitte. Ja, na gut. Beim nächsten Mal werde ich da... Hallo, du bist das geliebte Einzelkind hier, die Stadt. Ja. Du willst die Liebe jetzt nicht teilen. Also, ähm, Punkte für dich. Matze, aktueller Stand? Den aktuellen Punktestand, den sage ich euch sehr gerne. Ähm, Mati führt mit 23 Punkten auf Platz zwei. Beide, Tunny und Chuggles und Edo holt noch Punkte auf und äh, holt sich ganz weit. Edo bereitet sich auf einen phänomenalen Endspurt hin. Insofern die große Herausforderung für alle anderen Edo-Stand zu halten, der noch im Vollbesitz aller Kräfte ist. Die anderen haben sich schon sehr verausgabt. Viel Glück euch allen. Bis nachher. Und mit nochmal. Tunny, wir nehmen dich wieder mit, ja? Bis gleich. Okay. Ja, genau. Alles klar. So. Wo waren wir gerade stehen geblieben, Tunny? Religion. Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, weil es direkt Pause war. Nein. Deine Leute sind... Wir haben Luft geholt und dann ging es schon los mit weiteren Punkten. Genau. Sag mal, Tunny, mit welcher Einstellung bist du in die Partie rangegangen? Hast du dir innerlich so eine Liste gemacht, wie, ja, boah, so viele Infos von WB bekommen. Die zwei, drei Sachen, die haben für mich Priorität. Und was wäre das dann? Ja, genau. Also eigentlich, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan, als es jetzt letztendlich geworden ist. Also ich habe mich nochmal ein bisschen vorher über meinen, ja, Herrscher, also Kublai Khan, informiert, was ich denn da am besten machen kann. Aber dadurch, dass jetzt die Siegeskriterien also eine ganz andere sind und auch mein Startpunkt und mein Game ganz anders läuft. Ich wollte mich zum Beispiel gar nicht auf Religion fokussieren, aber es kam mir irgendwie jetzt so zugeflogen und dann habe ich das genommen. Die Gelegenheit beim Schopfer gepackt. Genau. Magst du uns verraten, was denn so dein nächstes Ziel ist, wofür du vielleicht die nächsten Punkte haben möchtest? Auf jeden Fall die vierte Stadt. Ich baue jetzt gerade einen Siedler und dann gehe ich, ich habe schon drei Städte und gehe jetzt für die vierte Stadt. Weißt du schon wohin? Ja, ich weiß nicht, seid ihr gerade auf meiner Map? Ja, zeigen wir. Links von Peking, also eine Meeresstadt wird das quasi mit den Schafen, dem Fisch und dem Vieh dann später noch, denke ich. Das klingt richtig so, als würdest du an deinen Städten auch schon hängen, also ob du richtig so ein emotionales Verhältnis zu denen bekommst. In welcher deiner Städte würdest du persönlich am liebsten leben? Ich glaube, Peking sieht schon ganz schmackhaft aus. Also das ist auch die Stadt, um die ich mich jetzt natürlich am meisten schon gekümmert habe. Wir müssen leider wieder zu Marty zurück. Wir reden alle mal weiter. Marty ronnt schon wieder Punkte ab. Bis dann, ne? Ich habe vielleicht auszusehen sechs Bauernhöfe gebaut. Ich weiß auch nicht. Aus Versehen. Wir haben alle verloren. Matze, gibt es volle Punktzahl, wenn man aus Versehen was schafft? Also vielleicht habe ich sie komplett geplant gebaut. Ja, was denn jetzt? Leg dich fest. Ja, wir haben die sechs Bauernhöfe haben wir gebaut. Unsere Stadt hat extrem viel Reis. Also wir sind echt gut gesättigt hier. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer, wenn ich das den anderen mal kurz sage, weil wir sind schon relativ weit. Marty hat sechs Bauernhöfe auf sechs Reisvorkommen gebaut. Ich habe sowas noch nie gesehen. Noch niemals. Das ist der Hammer. Also echt Respekt. Die Stadt ist auch am explodieren hier. Das ist echt, also es ist wirklich ein Bienenstock. Es ist einfach ein Bienenstock, die Stadt. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, wann hast du das gemacht? Also läuft bei euch keine Pause? Nee. Also wann machst du das? Ich habe das Gefühl, letzte halbe Stunde war mein Pause-Modus. Und wann hast du sechs Bauernhöfe gebaut? Ja, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich so viel Nahrung habe, ist halt die Bevölkerung auch echt schnell gewachsen. Da kriege ich jetzt ganz gut Ressourcen hier. Also langsam sind das eigentlich schon fast zu viele Bürger, die in einer Hauptstadt leben. Vielleicht von euch dreien? Gibt es einer von euch, der sagen möchte, hier, eine meiner Städte kann noch Leute aufnehmen. Komm zu mir rüber. Hey, jederzeit. Ja, also im Bienenstock wird es auf jeden Fall ein bisschen überfüllt inzwischen. Das stimmt, das stimmt. Wird sehr kuschelig schon hier. Punkte für dich und euch allen weiteren viel Glück hier. Ja, Mann, Mann, Mann. Marty räumt ganz schön ab. Heftig, heftig, heftig. Was man mit einer Stadt nicht so alles erreichen kann, aber das ist schon auch eine extrem coole Stadt, muss man echt sagen. Ich bin gespannt, wann sie den nächsten Siedler baut. Und wir haben ja gerade schon gehört, auch von... Entschuldigung, hast du mir deine Kamera schon gegeben? Ich sehe sie gerade nicht. Nee, entschuldige bitte. Mhm. Jetzt. Solltet ihr mich auch gleich wieder sehen können? Du bist völlig im Spiel versackt und in den Abenteuern, die wir hier erleben. Ich finde das auch mega spannend. Schreibt auch gerne mal im Chat, wie euer Eindruck so ist. Aber das ist, also dass die Punkte erstens so schnell nacheinander kommen und wie sie sich verteilen, finde ich tatsächlich super faszinierend. Und auch die verschiedenen Strategien. Also ich sehe zum Beispiel bei Shaggis, der baut gerade ein Lager im Hintergrund, könnte dadurch dann wieder fünf Punkte bekommen. Wir wissen, dass Edo Pes einen vierten Stadt bald gründen möchte, aber auch Tuni möchte gerne die fünf Punkte dafür haben. Also es ist auch ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen für jede einzelne Aufgabe. Und das ist ja so ein bisschen das Gemeine hier. Nehme ich jetzt das, was vielleicht der andere auch macht oder suche ich mir jetzt vielleicht schon mal eine Aufgabe aus, die ein bisschen länger dauert, aber wo ich mir, wo ich glaube, dass die anderen da vielleicht nicht so ganz im Konkurrenzkampf mit mir sind. Und wir werden sehen, wer die nächsten Punkte bekommt. Und das Schöne ist auch, obwohl hier ist noch kein Krieg gegeben, obwohl nicht noch nicht eine Zivilisation wirklich versucht hat, die andere zu überrennen, ist es trotzdem sehr spannend. Und das war uns auch bei der Planung ein Anliegen, dass wir zeigen wollen, Civ ist mehr als nur ein Spiel, wo halt immer Testosteron ausgeschüttet wird und Leute mit dicken Keulen aufeinander drauf. Herr Mann, es ist auch ein Puzzlespiel, es ist auch ein Aufbauspiel, es ist auch ein Wirtschaftsspiel. Und das ist auch mit ein Reiz dafür. Und das sind auch ganz andere, das ist auch eine Art von Strategiespiel, die halt über, die halt auch Leuten, die eher friedlich spielen wollen, Möglichkeiten gibt, das Spiel zu genießen und viel Spaß dabei zu haben. Absolut. Und wenn ich das richtig sehe, ist mein junger Padawan, der Perser, der noch nicht nach seinen ersten Punkten steht, kurz davor, eine Stadtmauer zu errichten und würde dafür ja dann auch nochmal fünf Punkte bekommen. Also es ist noch überhaupt nichts entschieden hier und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Im Chat wurde eben das Thema angesprochen, ob es vielleicht für ein künftiges Event eine coole Idee wäre, den späteren Aufgaben, also die anspruchsvoller sind, dass dadurch mehr Punkte generiert werden, sodass die Spannung länger bleibt. Ich finde persönlich im Prinzip ja, aber das ist dann viel Input und viel Unübersichtlichkeit für die Teilnehmer. Wir versuchen das möglichst simpel zu halten, das Prinzip. Ich würde es eigentlich eher so lassen. Ja, also das sind ja alles Zilfen-Neueinsteiger und wir haben uns auch überlegt, Mensch, machen wir das so irgendwie mit Bingo, dass es dann irgendwie für eine komplette Zeile oder Spalte oder so dann noch mehr Punkte gibt. Das ist bei vier Gegenspielern, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als bei zwei Teams, die zum Beispiel gegeneinander anspielen und du sagst es jetzt gerade, wenn wir denen jetzt noch mehr Input geben und dann gibt es das eine mehr Punkte als das andere, bis man das alles überhaupt verdaut hat. Die Liste kannten die Streamer ja noch überhaupt nicht vor heute. Ich glaube, das ist echt schwer jetzt dann sonst für die. Nochmal ein Blick quer über die ganze Krachte. Diesmal gehen wir mal von Süden gegen den Uhrzeigersinn, den Ticker lang. Das sind hier unten die Römer. Chagas hatte eine echt saumiese Startposition. Wir hatten viel Mitleid über ihn ausgekippt, aber er macht was draus, kann man nicht anders sagen. Er ist Richtung Norden gegangen, hat Puteoli hier gegründet, am Fluss gelegen. Nahrungs- und produktionsmäßig geht das so. Er hat ein paar Luxusressourcen. Hier oben haben leider die Perser, hat Edopé ihm diesen super coolen Stadtplatz vor der Nase weggeschnappt. Das wird immer noch schwierig. Das wird immer noch schwierig. Die Tundra im Süden ist halt wirklich nicht gut geeignet, auch für erfahrene Südspieler nicht gut geeignet, um wirklich gut so rauszukommen. Und auch der Weg Richtung Nordwesten ist ihm leider verbaut worden von einem Mitspieler, dem Fall von Tuni, die hier die Stadt hingesetzt hat. Der ist von allen Seiten jetzt schon ziemlich eingebaut. Und es wird für ihn schwer sein, in der Partie Stadtpositionen zu Stadtpositionen zu finden, die wirklich richtig gute Erträge geben. Die sehe ich im Augenblick nicht. Es gibt überall nur so mittelmäßige Erträge. Würde ich ihn spielen, Matze, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde vielleicht jetzt sagen, ich produziere haufenweise Militäreinheiten und schicke die raus zu Edo P. Denn wenn eine kleine Stadt neben mir im Reich gegründet worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass sie schlecht angeschlossen ist zum Rest des Reiches und das mir die eventuell überlaufen könnte. Zumal ja, also gut, das ist jetzt sehr viel Flachland bei Ihnen, aber ich wollte gerade auf den Vorteil von den Römern hin aus, dass er ja seine Städte sowieso mit Straßen verbindet und man die Einheiten dann auch gut ziehen kann. Ich bin gespannt, ob Edo das vielleicht auch andersrum jetzt machen möchte. Edo hat ja Vorteile, die er auch kennt, wenn er... Einmal rauf zu Edo, er hat die Partie pausiert. Wo wir gerade von Edo sprechen, ne? Ähm... Kapitalismus pur, ey, reichste Mensch der Welt. Du hast deine ersten Punkte bekommen. Ja, alles Millionäre. Ähm, ich hab vier Städte. Du hast als erstes vier Städte gegründet. Wow. Hast du denen allen coolen Namen gegeben oder heißen die alle so irgendwie langweilig statt 1, 2 und 3? Äh, die heißen, klar, Sparda und, äh, Hakmatana und Bakhtiaria. Ich meine, ausgedacht natürlich. Ne, also nicht sowas wie Edo pa, Edo pe, Edo po und Edo pu. Edo pu. Ja, äh, leider nicht, aber es wäre gut gewesen. Auch ich hatte die Zeit nicht dafür, was zu schreiben. Ich schreibe sehr langsam. Hm. Aber zauberhaft. Du hast die ersten Punkte. Yay! Und viele Sympathiepunkte abgehäumt, zumindest bei mir im Chat, weil die Leute es hoch anrechnen, dass du ja gnadenlos weitermachst und immer nach guter Laune bist, obwohl du kurzzeitig ein bisschen zurückbleibst. Was soll das denn heißen? Ja, es sah ja nicht so gut aus. Es hätte andere Spieler gegeben, die würden in Tränen hier liegen und würden alle einen Schluck zu hören. Ich dachte, ich bin doch gut dabei. Oh, jetzt bringe ich dich doch zum Weinen. Das wollte ich gar nicht. Das ist jetzt viel subsistische Manipulation. Ich würde dich jetzt echt gerne in den Arm nehmen und knuddeln und sagen, alles wird gut, Edo. Oh Mann, ey. Die Coaches, die haben schon psychologische Kriegsführungen, wirklich drauf, ne? Nein, du, was würdest du jemals machen? Ach, du bist doch nachgetreten. Ja, ja, ja. Ne, lass dich nicht vom Bull da runter fliegen, der will nur seine Mädels gewinnen. Oh Mann, ich gehe jetzt weinen. Ich gehe von ernst. Wir lassen euch mal wieder alleine und ich schelte inzwischen unseren Moderator, wie er es wagen kann, einen meiner Schützlinge so hier unter Druck zu setzen, dass er weint. So, sieben, aus. So, Pause ist weg. Weiter geht's. Echt, Mann. Muss ich auch echt entschuldigen. Ich schule gleich mal eine Peitsche raus, die auch Schackes und Edo schon spüren mussten und probiere die mal bei dir aus. Das kannst du wirklich machen. Und ihr seht ja auch, es hängt, dass ich das gesagt habe, hängt auch überhaupt nicht mit dem Punktestand zusammen, weil Edo ja wirklich da in der Spitzenposition ist. Insofern, das habe ich mir wirklich gerade aus den Fingern gesogen. Es tut mir aufrichtig leid. Und es ist mir sowas von unangenehm gerade hier. Ja, wäre es mir an deiner Stelle auch. Ja, also, würdest du jetzt nicht live streamen, würde ich sagen, geh in die Ecke und schäm dich. Gib mir deine Kamera, bitte. Noch habe ich sie nicht. Jetzt sollte es gehen. Kleiner Augenblick. Aber ansonsten hättest du mich hier wahrscheinlich geifern gesehen, wie ich dich gerade fertig gemacht habe, weil du einen meiner Schützlinge so fertig gemacht hast. Das wäre nicht hübsch angesehen zu werden. Ganz gut ist, wie er da noch nicht war. Ja, Matze. Die Einfärbung des Bingos stimmt. Da hat gerade eine Frage kommen. Und ich bin gespannt, ob Edo gleich wieder Pause drückt, weil er gleich die Stadtmauer fertig haben wird. Das ist die Punkt. Also, die Hälfte aller Punkte ist etwa noch weg, die andere Hälfte ist noch im Topf. Was machen wir denn, wenn die Damen und Herren vor 19.40 Uhr vor dem Ende alle Punkte abgeräumt haben, Matze? Ja, das ist dann ein unverheugelndes Event und dann gibt es dann halt ganz viele... Entschuldige. Pause durch Edo. Schon wieder. Edo geholt plötzlich. Unfassbar, ja. Ausbruch melden. Schon wieder, Edo. Das ist das Gas. Früh-Meldesystem. Ja, ich wollte den Vulkanausbruch melden, dass ich alle in Sicherheit bringe. Ja. Ne, ich habe die Stadtmauer gebaut. In Passargadir. Sag mal, ist das so eine Trotzreaktion, weil ich dich eben gedisst habe? Auf jeden Fall. Jetzt zeige ich es euch. Nein, tue ich nicht, aber hier habe ich ja schon von mehreren Zügen einen Auftrag gegeben. Ich würde es gerne Ja sagen, aber... Sehr gut. Lass dich von Daniel nicht ins Boxhorn jagen. Auf keinen Fall. Hör ihm am besten nicht zu. Hör nur mir zu und ich sage dir als ein Coach super gemacht, mach weiter so. Danke. Zauberhaft. Toi, toi, toi. Viel Glück und weiter. Pause raus. Stopp, stopp, stopp. Ja, ja, ja. Wir ersparen uns einmal Pause drücken, indem ich sage, ich hätte jetzt auch Pause gedrückt, denn ich habe gerade ein Lager fertig gebaut. Oh, Lander. Oh, das müssen wir uns anschauen. Ich finde das cool, wie wir alle verschiedene Spezialisierungen haben hier. Das haben wir richtig schlau aufgeteilt. Autopia. Die Tunnel mit der Religion. Ja. Chages mit den Bezirken und den Verbesserungen. Ja. Fünf Punkte für Chages. Eindeutig. Ganz wundervoll. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir uns noch irgendeine unserer Spezialüberraschungsquests überlegen, aber das machen wir erst ein paar Minuten. Wir wollen, dass ihr euch vorher noch ein bisschen darauf freuen könnt. Bis nachher. Okay. Bis dann. Okay, warte. Ja, Mann. So schnell kann es gehen mit Punkten. Das waren es, glaube ich, gleich zehn Punkte für mein Team, lieber Daniel. Ja. Ich ziehe dir gleich Punkte ab, wenn du nicht mal endlich deine Kamera gibst, Matze. Nein, ich muss ja erst mal schieben und drücken und Punkte eintragen. Ja, aber die Kamera ist jetzt da. Hallo, könnt ihr mich sehen? Darf ich schon winken? Chat kann ich sehen. Sag mal, wir sollten uns wirklich noch mal eine Überraschungsaufgabe überlegen. Ich habe mir eben eine überlegt. Willst du dir eine überlegen? Aber leise überlegen, damit die Spieler das gleich wirklich in Echtzeit hören. Und ich kommentiere in der Zwischenzeit, damit du nicht gleichzeitig reden und denken musst. Ich persönlich schaffe das auch nicht. In der Regel pflege ich zu. Reden und im Nachhinein darüber nachzudenken, was ich gerade gesagt habe. Wir machen mal. Bist du schon soweit? Nein, nein. Ich wollte dir nur zustimmen und dir mitteilen, dass ich so mit einem halben Ohr zuhöre, während ich ganz angestrengt nachdenke. Okay, ein Überblick über die vier Positionen. Das ist die Position von Tuning. Gegründet Peking als Hauptstadt. Sie spielt die Chinesen. Bitte nicht verwechseln mit den Pekinesen. Die leben auch in Peking. Aber ist egal. Ich weiß auch nicht, warum ich beim Thema Chinesen an Trunden denke. Es ist mir persönlich ein Rätsel. Peking, Guangzhou und hier unten Po. Drei Städte gegründet. Religiös liegt sie sehr gut da. Aber Vierter Siedler sollte mittlerweile, wo ist denn ihr Vierter Siedler? Die wollte hier vorne eine Stadt gründen. Den kann ich gerade nicht entdecken. Sie hat darüber geredet immerhin. Dann hier unten im Süden Schackes. Schackes mit seinen Römern. Super schlimme, schlechte Startposition. Er versucht das Beste daraus zu machen. Ich würde ihm persönlich gerne zurufen, pack der deine Kriegermasch hier rauf und greife Edopä an. Vor allem, weil dann alles in der Familie bleiben würde und er würde dann andere Leute aus Marzis-Team massakrieren. Fände ich persönlich cool. Nein, finde ich nicht cool. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch mir was überlegt, wofür wir Punkte vergeben könnten. Ja, erzähl es mir nicht. Überrasche alle damit und spring uns einmal rauf. Ja, mache ich sofort. Ach so, bevor wir es machen, wie viele Punkte wollen wir diesmal vergeben? Wir wollen vielleicht irgendwie zehn Punkte oder so vergeben, damit das ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Wie viele hatte ich eben vergeben? Fünf oder zehn? Fünf. Fünf. Ist deine Aufgabe eine lustige oder eine spielbezogene? Eine spielbezogene Aufgabe, die ich lustig finde. Die geht schnell oder lange? Kommt drauf an. Ja, überleg dir selber was im eigenen Ermessen. Das Gespräch verläuft gerade im Sande. So, liebe Leute. Könnt ihr uns hören? Seid ihr noch da oder seid ihr gerade gar nicht? Wir sind da. Wir können euch hören, Ole. Überraschung. Gott. Ich habe mir eine eine Aufgabe für euch überlegt, die zehn Punkte geben wird. Also ein bisschen mehr als sonst. Also da könnte man ein bisschen versuchen, Priorität einzuräumen. Und zwar kriegt derjenige die zehn Punkte, der es erst als erstes schafft, eine militärische Einheit in die Kulturgrenzen einer anderen fremden Stadt zu schicken. Dann dürft ihr Pause drücken und bekommt zehn Punkte. Gelt es Stadtstaaten? Nein, es gelten keine Stadtstaaten. Es gelten nur Edo, Marti, Shagis und Thuni. Bleibt weg von mir. Krieg sein, um das zu machen? Das lasse ich euch selbst hinaus. Ich fürchte ja. Wobei, nee, ich sage gar nichts. Also wir können die Frage beantworten, aber dann müssen wir sie allen beantworten. Wollt ihr die Antwort hören oder nicht? Können wir, wenn wir sowas diskutieren, das Spiel pausieren? Nein, ich kann euch überhaupt nicht zuhören. Nein, das müssen wir selbst pausieren. Keine Pausieren. Keine Pausieren. Okay. Also, müsst ihr selber rauskriegen, zieht eine Einheit innerhalb der Kulturgrenzen einer anderen großen Zivilisation. Sie muss auch nicht beim Rundenwechsel da sein. Sie muss nur überhaupt da sein. Seht ihr die? Schreit ihr auf, drückt auf Pause und wir gucken uns das an und verteilen euch die Pünktchen. Alles klar? Aber man darf die doch gar nicht reinschieben. Oder? Ich darf doch gar nicht über die Grenzen gehen von anderen. Marti, erlaubst du uns mal laut drüber nachzudenken? Du hattest ja den Joker gezogen quasi und gesagt, nee, bitte nicht. Ich will nicht, dass alle so klug sind wie ich. Vielleicht gäbe es da auch eine friedliche Lösung. Also. Ohne, dass man den Krieg erklären muss. Ganz schnell. Tuni, erklären oder nicht erklären? Ähm, mir ist es egal. Danke für diese entschiedene Antwort. Wie sieht es bei dir aus, Edu? Äh, ich habe keine Ahnung, aber es ist okay. Danke, ihr seid meine große Hilfe. So bin ich schon mein Leben lang zurechtgekommen. Gut, dann wollen wir Schag jetzt nicht länger in der Luft hängen lassen. Das ist auch irgendwie fies. ist, also man kann, ähm, wenn ihr das Konzept offene Grenzen erforscht habt, dann ist ab dem Augenblick ist es so, dass ihr nur noch dann Einheiten woanders reinziehen könnt, wenn ihr entweder einen Krieg habt mit dieser Fraktion oder wenn ihr euch ein offene Grenzenabkommen über Diplomatie geholt habt. Falls aber das Gegenüber, das Konzept offene Grenzen als kulturelle Errungenschaft noch nicht erforscht hätte, dann dürftet ihr Einheiten reinziehen innerhalb dessen Grenzen. Ob ihr das könnt oder nicht, könnt ihr testweise dadurch rausbekommen, indem ihr mal eine beliebige Einheit links klickt und dann mal, ähm, einfach mit der rechten Maustaste nicht loslassen, aber mal so einen Pfad zieht zu einem anderen Reich rein, ohne loszulassen und guckt, ob ihr da reinziehen könnt. Könnt ihr reinziehen, hat die andere Seite die offenen Grenzen noch nicht erforscht, könnt ihr nicht reinziehen, müsst ihr denen entweder den Krieg erklären oder die dazu bringen, dass sie so doof sind, euch offene Grenzen zu gewähren bei einem diplomatischen Handelsgeschäft. Okay? Okay, danke. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Pause. Du bist drin? Ja, also, das, das, das ging tatsächlich schnell. Ich bin, äh, ich bin bei Shaggis drin, ja. Das gibt's doch gar nicht, wenn man wäre nicht im armen Shaggis, das erkläre, du hast das ausgenutzt. Schande mir nicht. Ich kann, nein, hab ich gar nicht. Ihr seid doch Teammitglieder, ihr seid beide Team Matze. Also, nein, ich, ich hab, ich hab, ich hab nichts, ich hab, ich will auch gar nichts Böses, ich wollte noch Hallo sagen. Matze, deine Leute nehmen sich gegenseitig, machen sich gegenseitig fix und foxy, was hat, was hast du für ein Teamgas bei dir? Ja, da sind die Punkte, fünf für mich, fünf für Shaggis. Was? Ganz ehrlich. Wir, 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 wir sind, wir sind cool miteinander. Also, Tuni und Marty würden, hätten sowas niemals gemacht. Ich auf keinen Fall. Niemals, nein. Auf keinen Fall. Ich hab auch effektiv zugehört und war grad nicht komplett überfordert, weil ich tausende Sachen mache. Ich bin auch total überfordert. Ich finde es auch interessant, dass ihr irgendwelche komplexen Sachen erklärt werden, wenn der Timer läuft und ich null zuhören kann, weil ich mich hier mein Gehirn beim Erklären war auch Wie bist du denn reingekommen? Ich hätte nicht dafür, dass die Pause drücken, wenn ihr uns irgendwie sowas erzählen wollt. Machen wir beim nächsten Mal, versprochen. Okay. Edu, wie bist du reingekommen? Ich stand, das war ganz zufällig, ihr habt gesagt, hier ist die Quest und ich stand genau, weil wir, unsere Grenzen ziemlich nah beieinander sind, ich stand halt wirklich so ein Feld daneben. Und ich dachte mir so, ja gut, jetzt gehe ich halt einfach rein und erkläre so gesehen den Krieg, um einfach ins Feld zu gehen. Also ich hatte einfach Glück, dass ich genau daneben stand. Es war jetzt nicht irgendwie geplant. Und um das vielleicht noch zu ergänzen und während wir darüber gesprochen haben, hat ausgerechnet Chages seine Einheiten, ihr standet da nämlich da relativ gut euch gegenüber und hättet euch da auch von fern treiben können, hat ausgerechnet seine Einheiten weggezogen und dir dann damit den Weg freigemacht. Chages tut mir leid, ich habe den Krieg erklärt, aber nur für die Punkte. Alles fürs Team. Alles fürs Team Matsumann. Du musst trotzdem sterben. Tschüss. Ich gehe jetzt wieder. Ich schicke dir Geld, okay? Ja, ja. Auf Wiedersehen. Hab dich lieb. Und ich habe auch noch Dings erforscht hier, dieses Astronomische Navigationszeug. Manno! Oh. Ach, das gibt Punkte? Ja, fünf. Oh. Erforscht dich noch hier Astronomische Navigationszeugen. Ich dachte mir, das macht bestimmt kein anderer Idiot. Naja. Ja, deswegen. Aber da hättest du mit mir rechnen müssen, in dem Moment, wo du Idiot ausgesprochen hast. Verdammt. Also, du klemmst jetzt noch mal fünf Punkte, Edu. Das wären fünf zehn. Jetzt zieht er nach hier. Das ist ja unglaublich. Edu. Bist du mir leid? Ist jetzt gleich auf mit mir? Ich glaube es nicht. Edu, du, also für beide, für euch beide fünf Punkte geht nicht, aber du hättest natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, hey, Chages war gerade abgelenkt, ich gebe mal einen meiner Punkte ab. Musst aber nicht. Ist nur eine Idee. Alternativ, du hast ja gerade gesagt, ich habe dich gern, Chages. Keine Almosenpunkte. So geht es auch? Okay, dann wird nicht. Oh gut, ich hätte sonst gesagt, du kriegst fünf einfach und wir teilen uns jetzt zehn. Ich würde es machen, aber Es you wish. Ich gehe auch wieder. Chages, ich bin, ich komme in Frieden, sagt man doch so. Ja, ich komme hinterher. Ich komme in Frieden, sagt man doch. Okay, soll ich die Pause wieder wegmachen? Die 15, glaube ich, haben wir. Du, lass die ruhig. Das ist doch, spielt sich doch super mit. Nimm sie raus, bitte. Weiter geht's. Tschüss. Weiter geht's. Ich mache meine Kamera auch gleich wieder an, bevor du mit mir schimpfst. Das ist sehr lieb von dir. Stand er denn bei der Aufgabenverteilung auch schon direkt vor dessen Grenze? Nein, das hat ja alles ein bisschen länger gedauert und da war er noch weit in seinem Kulturkreis. Das ist halt das Schwierige, dass wenn man, wenn wir uns die Karte angucken, uns nebenbei Aufgaben verteilen, dass dann halt bis zu dem Zeitpunkt der Aufgabenstellung dann Leute anders gezogen sein können. Im Chat wird gewünscht, bitte oben rechts mal die Punkte anzeigen. Was wird denn damit gemeint? Ähm, dass du mal auf Score drückst. Ach so, hier oben, jetzt weiß ich, was ihr meint. Alles klar. Ach, schon wieder. Diesmal die Punkte über Chagis. Wir gönnen sie ihm. Ja. Ich, ich besonders als, äh, als sein Coach natürlich. Bringst du uns rüber? Ich hab gehört, dass Marti jetzt ein Stadt-Stadt angebrachte. Entschuldigung, Chagis hat pausiert. Bringst du uns mal rüber? Ich vermelde das Erforschend von, äh, irgendeiner Sache, die Punkte gibt. Eine Militärausbildung. Sehr cool. Glückwunsch. Warte mal, ich hab, ohne Scheiße, ich hab so ein schlechtes Gewissen, dass ich dir eben die Frage erklärt hab und vorher noch gesagt hab, hier, wir spielen mal weiter. Das war echt die falsche Entscheidung. Es tut mir echt leid, ohne Scheiß. Ich bin hauptsächlich überfordert. Das ist gar kein, der kommt drüber hinweg. Oder Chagis? So. Klapp, ich muss jetzt bei Edo einreiten. Also. Glückwunsch für die Punkte auf jeden Fall. Oh Gott, ich krieg da sowas von wieder. Nun. Hat er die Militärausbildung wirklich erforscht, Matze? Ich kann das nicht prüfen bei mir. Ich müsste jetzt bei Ihnen mal in den Chat-Shats reingehen. Ich hab ihm jetzt die Punkte gegeben. Aber ich... Bei uns schreibt einer, er hätte es nicht erforscht. Wir können es selber nicht nachvollziehen. Ich geh mal, ich kann mal parallel den Chat, also den Stream von Chagis aufrufen. Äh, wie mach ich das? Und dann guck ich mal, was ich da so sehe. Die Technologie astronomische Navigation, da hat ja Edo P. die Punkte bekommen. Bei uns heißt es im Stream, die hätte er nur angefangen und nicht komplett erforscht. Also geht es jetzt um Edo P. oder um Chagis? Um Edo P. Um Edo P. hätte uns eine falsche Meldung gemacht. Die Militärausbildung sei falsch vergeben worden. Dann muss ich da... Ich geh mal kurz hin. Geh mal kurz hin. Guck mir das an. Weißt du was dann? Ich geh mal kurz rüber zu den Streamern. Ja, mach das. Lass mich mal alleine und ich rede weiter. Alles klar. So, und ich erkläre euch noch ein bisschen, was hier passiert. Wir haben hier im Süden die Römer, wir haben Chagis, der hat eine Kriegserklärung reinbekommen von Edo P. mit den Persern hier im Norden. Er hatte im Süden eine miese Startposition. Jetzt wird es noch ein bisschen schlechter, weil der Edo P. reinmarschiert ist. Aber Edo P. scheint das nicht durchziehen zu wollen. Er hat nur zwei Krieger hier. Der Krieger, die Stadt hier oben, sich ja nicht erobert. Es geht denen vor allem ums Punkte sammeln hier einfach nur. Dann haben wir, nee, wir können das, wir haben es eben ausprobiert. Wir kriegen das nicht hin, uns die Tags anzeigen zu lassen. Zum Grund bekommen wir das manchmal, funktioniert das mit der Mod nicht so gut. Wenn wir beide eben ausprobiert, kriegen wir nicht hin. Uns wird nur angezeigt, was im Augenblick läuft. Weil wir können nicht die einzelnen Schirme aufrufen, die einzelnen Bildschirme aufrufen. Wir können nur sehen, was im Augenblick erforscht wird. Das können wir sehen, sonst nicht. Und im Westen hier, Toni, mit den Chinesen, drei Städte gegründet. Im Osten, Marti. Hatte eine Stadt zum Beginn für das Thema. Nur eine einzige Stadt. Es ist nicht wahr, was macht. Da immerhin ein Siedler ist hier oben unterwegs. Es geht echt vollkommen auf die One-City-Challenge. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist, muss ich sagen. Ob ich auf die Tech-Trees mal gehen sollte, wird im Chat gefragt. Bin wir zurück übrigens? Oh, ich kann es mir doch nicht anzeigen lassen. Ich kann mir nur die eigenen anzeigen lassen. Und erzähl mal. Also alles gut, er hat die astronomische Navigation tatsächlich erforscht. Fehlinfo bei uns aus dem Chat. Alles gut. So, Matze. Bist du wieder mit Kamera da? Ich bin wieder mit Kamera da. In der Tat, genau. Manche Leute wünschen sich im Chat, dass wir weniger Zeit mit der Punktevergabe verbringen. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist schwierig, weil wir es ja mitbekommen müssen. Ja, und es ist auch deshalb schwierig, weil das für uns de facto, wir kommen es mit, die einzige Möglichkeit gibt, oder fast die einzige darstellt, mit den Leuten ein Schwätzchen zu halten. Das würden wir ja total gerne. Wir sind sonst so ein bisschen unter uns. Und wir kommen ja, finde ich, doch ganz gut voran hier, muss ich sagen. Also wir haben noch so eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde vor uns in den Runden 42. Also es passiert auch schon durchaus ordentlich was. Und ich bin gespannt, wie der Krieg sich jetzt entwickeln wird, den wir ja hier aus Versehen vor dem Zaun gebrochen haben. Glaubst du, die machen überhaupt einen Krieg? Also wenn ich mir das so angucke, ich glaube, Shuggles hat das ein bisschen persönlich genommen mit der Überraschungskriegserklärung von seinem Teamkameraden und zieht gerade mächtig Einheiten nach oben. Also ich fürchte, da gibt es jetzt ein bisschen was auf die Nase. In Valetta könnte Edo P noch einen dritten Gesandten reinschicken. Wäre doch zu zerrähn, dann würden die automatisch mit ihm mitkämpfen. Meinst du, er weiß das? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wir haben zwar mal grob da zugesprochen, dass es solche Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, da haben die Streamer jetzt alle wahrscheinlich andere Prioritäten. Mati greift ein Stadtstaat an, heißt es im Chat in der Tat. Haufenweise Truppen im Osten Jerusalem. Die heilige Stadt Jerusalem wird von den Brandschatzen ins Küten binnix eingenommen und geplündert. Ist weitestgehend schon runtergeschossen. Tolle Geländefelder zum Plündern gibt es hier nicht wirklich. Hat sie hier vorne die heilige Stätte, könnte sie noch plündern und Glaubenspunkte bekommt. Ist eine Option. Ja, dass sie ihrer Spezialeinheit, der berittene Sargenbogen schützen, kann nur eine Reichweite, hat nur eine Reichweite beim Feuern. Immer wenn sie einen baut, entsteht ein zweiter Gratis. Ein bisschen muss sie dabei darauf aufpassen, dass es bei ihr nicht ins Geld rangeht. Weil die kosten natürlich alle Unterhaltsrunde für Runde all die Gratiseinheiten, die sie da geschenkt bekommt bei diesen berittenden Einheiten. Und ich glaube, entweder weiß sie nicht, dass man plündern kann, oder das ist ja egal. Das weiß ich gerade nicht. Habt ihr den Plündern bei euch im Coaching stark im Fokus gehabt? Ja, intensiv, weil sie ja die Diskyten spielt und sie hatte sich das so vorgenommen als eine wichtige Spielstrategie. Aber ich weiß nicht, ob sie auf dem Schirm hat, dass man Bezirke plündern kann. Und genauso wie man es mit Modernisierung machen kann. Ich wechsle wieder rauf, rüber zu Tuni und zu den Chinesen, auf die andere Seite der Karte. Wir spielen mit einer Pangea-Zufahrtskarte. Sie hatte ja davon geredet, einen vierten Siedler Richtung Westen zu schicken. Davon ist im Augenblick nicht viel zu sehen. Ein Speerkämpfer entsteht hier, dort oben ein Monument. Das ist klug, gibt mehr Kultur und mehr kulturelle Forschung. Die Pyramide hat sie wahrscheinlich bald fertig. Das Weltwunder hier unten, das hätte ich ihr so schnell gar nicht zugetraut. Also ehrlich gesagt, als sie den Bau begonnen hat, hatte ich gedacht, das geht schief. Das wird nicht funktionieren, weil die Stadt spät gegründet worden ist und nicht viel Produktion hat. Aber es sieht so aus, als würde sie es hinbekommen. Matze, hast du einen Überblick darüber, wie es bei den anderen Spielern bei Weltwundern aussieht? Ich schaue mal ganz kurz nach, was ich da noch so finde. Aber ich glaube, die sind da tatsächlich gar nicht so drauf fokussiert gewesen. Gar nicht, nee. Und ja, kann auch kein weiteres finden. Ich auch nicht. Was ich sehe, ist, dass Edo P jetzt massiv auf seine Spezialeinheit drauf geht, auf die Krummseelekämpfer. Ja, ich meine, da hat jetzt ja nun Krieg, hat sich dazu hinreißen lassen, für ein paar Pünktchen mit seinem Teamkollegen Krieg zu führen. Und will jetzt wahrscheinlich die Vorteile mit seiner Spezialeinheit ausnutzen. Bin mir nicht ganz sicher, ob Schagges schon seine Legionäre irgendwo in der Forschung drin stehen hat. Also ich hatte den Eindruck, Schagges lässt sich relativ schnell aus dem Konzept bringen. Vielleicht gehen wir mal, Edo P ist irgendwie egal. Soll man mit ihm mal ein Schwätzchen halten über die Kriegssituation? Ja, ich gehe mal vor und hole mal Edo zu uns, ja. Danke. Das ist nochmal ein Blick über die aktuelle Punkteliste. Grün eingefärbt, unten die Legende. Und den Insgesamtpunktestand seht ihr immer rechts unten. Und die Hälfte der Aufgaben ist etwa weg. Bis 19.40 Uhr läuft die Partie, dann wird ein Schlussstrich gezogen. Irgendein Gewinner oder die Gewinnerin kann 5 Keys von der Civ 6 Anthology Version. Edo möchte weitere Punkte reklamieren, lieber WB. Oh, soll er noch? Glaube es oder glaube es nicht. Erzähl Edo. Ich weiß auch nicht was. Ich habe vier Luxusgüter. Ich besitze Zitrusfrüchte. Ich habe Kaffee. Ich habe Baumwolle. Und ich habe Schildkröten. Mhm. Ich sage mal, die sind doch geschützt. Es gibt eine Welt, wo abgeschützt kommen. Ich habe nur als Haustiere. Bist du dir ganz sicher? Bei mir im Chat melden sich gerade mehrere Leute, die mal nicht anzeigen. Artenschutz, internationale Abkommen. Also ich hätte ja auch vier Luxusgüter, wenn ich nicht so skrupulos wäre. Du sollst dich schämen, Edo, wirklich. Wow. Ich habe auch definitiv nicht gerade bei Schildkröten gesiedelt. Das ist wie das RimWorld. Du darfst gar nichts sagen. Ne, im Ernst, Edo. Edo, ist ja die Zukunft unserer Planeten denn so egal? Möchtest du das wirklich reklamieren? Dafür haben wir doch den Mars. Also ja. Also die Wasserschildkröten kann ich sehen. Einmal da unten die Zitrusfrüchte. Zweimal. Und im Osten Baumwolle und Kaffee. Baumwolle habe ich auch gesehen. und den Kaffee ebenfalls top bestätigt. Fünf Punkte für dich. Respekt. Edo, ich muss nochmal nachfragen. Es tut mir leid. Bist du sicher, dass das richtiger Kaffee ist oder ist das Filterkaffee? Oder der Instagram-Kaffee? Ey, jetzt hör auf, mir mal einen Filterkaffee zu lästern. Der ist der Beste. Edo, wir wollen dich gerne noch weiter entführen, wenn wir dürfen. Mach gerne die Pause wieder raus. Ich mach die Pause raus. Genau, aber ich brauch gleich so 30 Sekunden noch nachdenken, weil der Zug gerade gestartet hat. Wir holen dich in 30 Sekunden. Wir holen dich in 30 Sekunden, genau. Fertig, bis gleich. So, 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 so. Damit gibt es übrigens einen neuen Zwischenstand. Erzähl. Es hat sich nämlich was geändert bei der Übersicht der Punkte. Und Edo ist jetzt tatsächlich auf Platz 1 mit 30 Punkten vor Marti, die er leider zwei Punkte abgezogen bekommen hat durch etwas voreilige Ansage mit 28 Punkten hinterher. Schack ist 25 Punkte. Und Tuni wird wahrscheinlich gleich nachziehen, wenn sie ihre Welt unterfertigt hat mit 15. Mhm, dauert noch drei Runden, dann sind die Pyramiden fertig bei ihr. Krass, war mal. In welchem Tempo. Cool, dass das so eng beieinander ist. Hätte ich auch jetzt nicht gedacht nach dem Start der Partie. Das hat sich total anders entwickelt. Wer war nochmal derjenige, der die ganze Zeit null Punkte hatte von den beiden Herren? Edo, ne? Ja, das war Edo in der Tat. Wir haben Schimpf und Schande, also ich, über ihn ausgekübelt. Und das hat ihn anscheinend so angestachelt, dass er jetzt nach vorne schießt. Das ist echt heftig. Du hast es gerade gesagt. Wäre Marti nicht falsch gecoacht worden von ihrem Chat, hätte sie auch 30 Punkte. Ja, da hätten wir ja da einen Gleichstand jetzt gehabt. Und ja, inzwischen hat ja Marti immerhin eine weitere Stadt gegründet. Sie wird sich wahrscheinlich auch den Bonus holen für das Einnehmen des Stadtstaates. Aber es wird so ein kleines Kopf-an-Kopf-Renker sein. Und ich persönlich muss sagen, ich bin auch echt stolz darauf, was Schagges aus seiner schwierigen Startposition gemacht hat. Er hat hier fünf Aufgaben erfüllen können, trotz der Stadtposition. Und das ist keineswegs so einfach gewesen. Finde ich auch. So, im Rundenwechsel holst du schon mal Edo P. rüber. Ich glaube, der schafft das. So, gleich ist der nächste Rundenwechsel. Da müssen wir dich dann, glaube ich, nochmal kurz... Ja, alles gut. Ich bin zwar mittendrin, aber ich versuche das parallel zu machen. Zieh mal einen Krieg gegen die Römer. Einer Angriff von deinem Krieger auf die römische Stadt hier vorne auf Puteoli. In der ist allerdings eine Einheit gespawnt. Kannst du die sehen? Äh, ja. Das ist eine fiese, ne? Ist ja schon klar. Ja. Die tötet gerade alles von mir irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ja, das ist eine Spezialeinheit. Okay. Die hat mir gerade auch ziemlich wehgetan. Aber es ist okay. Ja, so wehgetan ist, glaube ich, ein sehr schönes Wort dafür, dass eine deiner Einheiten gerade ins Gras gebissen hat, ne? Ja. Aber es ist okay. Damit kann ich leben, erst mal. Es kommen ja welche von mir dazu. Ja, du kannst damit leben. Die Einheit vielleicht nicht, aber das sind so Details im Spiel. Das ist, äh, ich meine, Schwund ist überall, oder? Naja. Nun. Ähm, ja, wolltet ihr irgendwas Bestimmtes noch von mir? Ja. Ich, äh, stehe gerne. Du hast Spezialeinheiten. Du holst im Augenblick eine Spezialeinheit nach der anderen aus dem Reservoir, die Krummsäbelkämpfer. Hör mal, du hattest doch eben, äh, Schagges gesagt, es tut mal leid, dass ich den Krieg erklärt habe. Es ging nur um die Punkte. Das ist, glaube ich, Schnee von gestern. Jetzt willst du wirklich rübermarschieren und... Ja, ich wollte ja nett sein, aber Schagges hat dann ja gesagt, nee, nee, ich laufe dir hinterher, das war das Krieg. Und dann kann ich ja natürlich, äh, es gehören ja zwei Seiten dazu, um friedlich miteinander kommunizieren zu können. Daher, ähm, muss ich mich ja verteidigen. Genau. Das heißt, dein Angriff auf Schagges hat sich im Nachhinein als eine reine Notwehrsituation ähm, entpunktet. Ähm, das ist komplett Notwehr. Also eigentlich würde ich sogar so weit gehen und sagen, ähm, eigentlich hat, äh, Schagges mich provoziert. Ja. Glaubst du, dass ihr beide in dieser Partie beste Freunde werdet? Ähm, es hängt voll und ganz von Schagges ab. Ja. Wenn er mir seine Stadt überlässt, dann werden wir Freunde, ja. Ja. Und du glaubst, äh, dass das realistisch ist? Wenn du mit all deinen Krummsäbelkämpfern kommst. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich versuche ihn auf jeden Fall zu überreden. Ja. Mit, mit denen. Letzte Frage, wirst, was ist für dich wichtiger? Viele Punkte zu bekommen und am Schluss einen Punktesieg zu erreichen oder der Erst zu sein, der eine fremde Stadt hier dem Erdboden gleichmacht oder sie zumindest erstürmt. Was ist wichtiger für deine Ehre? Ehre, so ein großes Wort. Äh, ich kämpfe hier nur für die fünf Civilization Keys für meine Community. Alles klar. Ich bin aus meiner Community schuldig. Ja. Das sind keine richtigen Ziele. Das eine kommt zum anderen. Ja. Hauptsache es endet in Mord und Totschlag. Wenn du zwischendurch, wenn du nach dem Stream noch Zeit hast und mal googeln möchtest, das Wort heißt E-H-R-E. Chat, merkt euch das. Ich kann mir das nicht merken. Alles klar, bis später. Danke dir. Bis später, Edo. Bis später. Ja. Der römisch-persische Krieg. Wer kennt ihn nicht? Ja. Deine beiden Schützlinge, hast du mir die Kamera mal wieder gegeben? Noch nicht. Matze, echt. Weil ich gerade erst Edo wegschicken musste. Details. Du weißt, ich bin nicht um Ausreden verlegen. Ja. Eine große positive Eigenschaft von dir. Die Grundsache findest du. Das war der einzige. Ja. Dritte Stadt gegründet von Chuggles. Ey, Mensch. Ja, also. Und Mediolanum. Und auch okay, würde ich sagen. Direkt an Kaffee, Nahrung nebenan. Steine in der Nähe. Kann man machen. Thundra ist natürlich nicht ganz so cool. Aber wir sehen, zack, ist eine Straße hin verbunden. Monument wird er automatisch in der Stadt haben. Und ja, kann man was mitmachen. Schauen Sie mal auch oft mal kurz alle anderen an. Das sind die drei Städte von Thunni und den Chinesen. Die vierze scheint sie doch nicht zu gründen. Hängt vielleicht mit den Schiffen zusammen. Nachher wollen wir auch nochmal mit ihr darüber reden. Hier unten, das ist der große Krieg im Mittelpunkt. Hier, der Angriff. Ihr habt es gerade gehört. Der Perse auf die Römer. Edo P. stellt es persönlich andersrum dar. Er wurde angegriffen, weil ihm die Stadt nicht friedlich ausgehängt worden ist. Aber könnte sein, dass die Weltöffentlichkeit es ein bisschen anders einstuft. Mittlerweile baut Edo P. sogar Katapulte und will trotzdem Punkte reklamieren, Matze. Ja, mit Katapulte. Die müssen, glaube ich, wieder rüber gehen. Ja, bitte. Was geht ab? Punkte, schon wieder Edo. Ah, das ist cool. Okay. Hör mal, langsam wirst du zum Streber hier. Äh, alles nur Glück. Ich sag ja, das ist Edos Taktik, ne? Nein, ich hab keine Taktik. Ich würde auch gerne was einreichen. Ja, mach das. Erstmal fünf Punkte, schon mal bestätigt für Edo P. Martin? Hast du dir nochmal Asterix und Obelix geholfen? Ja, das ging wirklich sehr fix. Wunderbar. Da bist du jetzt Tuni fix und bekommst ganz fix nochmal fünf Pünktchen. Vielen Dank. Spielt weiter, Leute. Weiter, weiter, weiter. Tuni, magst du zu uns nochmal in den Chat reinkommen? In ein Gespräch? Ja, aber ich kann Tuni gerne nochmal fragen, aber dann ist meine Kamera wieder weg. Ja, Kameras werden überbewertet. Ich kommentiere gerade mal nicht, weil Tuni gleich dazukommt. Ich will nicht spoilern. Aber ihr seht es selber. Rogo, vielen Dank. Cool, Daddy. Danke dir. Hi, Tuni. Kein Problem. Hallo. Na, schon wieder ein Weltwunder gebaut. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich habe zwei Weltwunder, mit denen bin ich jetzt auch ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht, woher ich jetzt meine restlichen Punkte nehmen soll, aber ich liege ja ein bisschen zurück. Ja. Vergleich zu den anderen. Vielleicht überlegen wir uns gleich noch eine Überraschungsquest, aber ich kann ja leider nicht versprechen, dass die für dich fairer oder einfacher ist als für die anderen. Sag mal, du wolltest doch eine vierte Stadt im Westen gründen, oder? Ja, das ist auch jetzt demnächst mein Plan, aber gar nicht mehr im Westen, sondern jetzt eher im Osten, bei dem Barbarenlager. Das war aber, um die Punkte abzugreifen schnell. Dann wurde mir das aber leider schon weggenommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer die Punkte bekommen hat für die vier Städte. Das würde ich als kleinen Coach gerne etwas sagen, aber ich darf es nicht, weil ich partaisch sein muss. Das ist so bitter. Machst du immer nochmal schnell. Was, wenn ich den Joker jetzt einlöse? Das darfst du jederzeit machen. Das darfst du machen. Noch hat es keiner gemacht. Dann würde ich das jetzt machen und deinen Tipp abgreifen. Mach das mal. So, ein Joker gezogen. Der erste überhaupt im Spiel von Toni. Und wenn du auf die... Also, Joker heißt natürlich, du musst an mich eine Frage haben. Ich kann ja nicht einfach drauf losreden. Und deine Frage heißt... Äh... Äh... Meine Frage heißt... Ähm... Ich glaube, bezüglich der Städte. Wolltest du mir gerade einen Tipp geben? Ja. Formulierst du so, dass es nicht zu peinlich wird für uns? Etwas direkter noch? Ähm... Wo soll ich hin? Ja! Superhaft! Damit können wir arbeiten. Das funktioniert. Okay. Denk dran, Taste 4 drücken und dann siehst du... Ich kann es leider aus deiner Sicht gerade nicht mehr anzeigen lassen, aber da siehst du, wo du Städte gründen kannst. Und achte auf die Loyalitätszahlen. Oh ja. Da stehen so Symbole und minus 20 heißt, wenn du da, da stehen fremde Städte direkt neben deinem Reich. Und wenn du eine Stadt gründest, dann wird die flippen. Dann wird der Bevölkerungsdruck so sein, dass die Stadt die Grenzen wechselt. Also dahin ziehen, sagen wir mal, wenn die Zahlenwerte einstellig sind, dann geht es vielleicht gerade noch. Aber selbst dann musst du einen Gouverneur hinschicken. Ohne Gouverneur wäre das der nackte Wahnsinn. Hast du einen Gouverneurstitel übrig, kannst du nur einen Gouverneur rekrutieren und damit so eine Stadt halten. Aber auf Nummer sicher wäre alles so bis minus 7 höchstens oder minus 8. Alles klar. Das war's schon. Danke, dass du mich spontan danach gefragt hast. Bis bald. Ja, kein Problem. Bis bald. Und wir gehen mal gemeinsam mit Toonie rüber, weil Martin nämlich das Spiel pausiert hat und uns vielleicht auch was mitteilen möchte. Ja. Sehr versteckt. Das hätte ich vorhin auch schon geschafft. Mir wurde immer der Speer abgemurkst. Abgemurkst, da waren immer irgendwelche Engpässe mit Banditenlagern. Ich habe meine Speer da nicht nach außen gekriegt. Ich habe schon seit Ewigkeiten drei und war die ganze Zeit, wo ist der vierte, wo ist der vierte? Der ist ganz links unten in der Ecke gewesen. Wow. Was hast du geschafft? Vier Stadtstaaten hat sie. Ah, vier Stadtstaaten kennengelernt. Super, Glückwunsch. Der vierte Stadtstaat, der hat sich so versteckt die ganze Zeit. Mein Gott. Wir zeigen es auch gerade aus deiner Sicht. Magst du uns die vier mal kurz nennen? Na klar, wir haben hier einmal Jerusalem. Jerusalem geht es gerade gar nicht gut, aus Gründen. Dann haben wir hier einmal Venedig. Mit denen sind wir gute Freunde. Dann haben wir hier einmal Taruga. Ist auch ganz nett, aber ein bisschen zu sehr mit meinen Feinden am Rumtoteln hier. Das mag ich nicht so. Und hier ganz unten, ganz versteckt ist Shinguetti, was wir Ewigkeiten gesucht haben. Wunderbar. Fünf Punkte für dich. Und jetzt eine Sache, bevor du endpausierst. Gerade ist so ein bisschen von mir so eine etwas unfaire Aktion gekommen. Ich habe Toni nahegelegt. Sie soll doch mal in einer bestimmten Situation mich als Joker ziehen. Vielleicht mag Matsumen. Wenn du möchtest, gleicht das doch mein Karma dadurch aus, dass du sagst, hey, einer der beiden anderen braucht vielleicht meine Hilfe. Und biete ihm das an, dass du ihn coachst. Ich mache das natürlich gerne, aber ich mache das nur, wenn ihr das möchtet, liebe Leute. Ich würde nicht Nein sagen. Ja, Edo. Ich habe eine Frage nämlich. Dann, wenn du eine Frage hast, nehme ich dich und WB mal kurz mit. Und dann können wir das beschnacken. Und in der Zwischenzeit läuft das Spiel aber weiter. Ja. Sehr gerne. Ja, gerne. Tschüss. Schieß. Ähm, ich bin, ähm, wie kann ich ein Feld von einer Stadt abwählen oder es eine andere Stadt zuweisen? Ein Feld von einer Stadt, dann musst du die Stadt auswählen, in der du das Stadtfeld geben möchtest. Ja. Dann gehst du, äh, in das Feld hin. Dann solltest du eigentlich schon in die Bürgeransicht, solltest du dann reingehen. Ich glaube, es geht im Pausemodus nicht, dann gehe ich in die Bürgeransicht. Ach, da, dann kann ich auf Tauschen klicken einfach. Genau. Und dann klicke ich auf Tauschen. Jetzt habe ich das gekriegt. Gehört das immer der Stadt, wo du das gerade ausgewählt hast. Aber jetzt habe ich das, warte mal. Und wann aktualisiert, äh, okay, dann wird das gleich wahrscheinlich aktualisieren, hoffe ich mal. Weil ich habe jetzt dann insgesamt zwei, drei, vier, sechs, 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 sechs. Okay, guck mal, ich kann es nicht zählen. Prüf das gerne nochmal nach der Pause, ob das auch geklappt hat. Ich bin mir nicht sicher, wer das in der Pause jetzt ist. Genau, in der Pause war ein bisschen kompliziert. Ah, die Pause ist vorbei. Warte mal, jetzt, äh, hat das jetzt geklappt? Nochmal. Hat geklappt, aber ich habe immer, glaube ich, noch nicht genug, kann das sein? Nun. Immer noch nicht genug. Okay. Aber danke. Gerne. Ich schicke dich wieder rüber zu den anderen. Danke sehr. Ja, jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt kann ich dich auch wieder bei Kamera dazunehmen. Im Chat wurde gerade bei uns darüber diskutiert, ob das bei Tunny wirklich so extrem hohe Leulitätswerte waren. Äh, pardon, Minus-Leulitätswerte waren. Und, ähm, ich habe es gerade nochmal überprüft, ich habe es ja auch gesehen. Ich kann das nicht sauber mir anzeigen lassen, deshalb habe ich das auch so ganz allgemein formuliert. Und habe gesagt, klicke mal die Taste 4 auf und guck dir mal die Werte an, sind in dem, dem Bereich dann doof. Das heißt, von mir an der Seite aus sah es so aus, als ob die Werte viel zu hoch waren und welche es genau da waren, bei ihr nicht. Aber es wäre wahrscheinlich auch so schwierig geworden. Wir gehen nochmal gemeinsam zu Edo. Schon wieder? Er hat offensichtlich noch eine Botschaft für uns. Ja. Ach so, ich dachte, du machst Pause, weil du dich coachen lassen möchtest. Nein, ich bin schon fertig im Coaching. Ich wollte was einreichen. Mach das. Ach so. Ja. Ich habe Matsumann gefragt, was ich machen muss und der hat mir gesagt, was ich machen muss. Dafür kriege ich jetzt Punkte. Vielen Dank. Ich habe in meiner Passagardestadt 20,8 Produktion. Was dauert? Also zwei Produktionen. Deshalb hast du dir das Geländefeld mit dazu geholt. Natürlich. Ich habe mir das Geländefeld von einer Stunde nach die andere geswitcht, um draufzukommen. Auf die 20. Ich war die ganze Zeit bei 18,7. Oh. Was ist das? Noch eine Runde, dann hätte ich die Wassermühle. Ich schwöre. Das ist close, oder? Das ist echt close. Das ist echt zu verkaufen manchmal. Genau. Das war auf jeden Fall gut investiertes Coaching gerade. GG. Ja. Jetzt verstehe ich deine Frage auch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Mensch, was will er denn mit diesem Stadtfeld machen? Aber du hast natürlich absolut recht. So kann man das auf 20 erhöhen. Ich habe jetzt 20 Produktionen, Scheiß, gemacht. 20 Produktionen an der Stadt. Alles klar. Sehr gut. Ich mache Pause wieder weg, ja? Glückwunsch. Let's go. Bis dann. Glückwunsch. Danke. So. Wild hast du, Ton hast du. Hallo Welt, könnt ihr mich hören? Ja, ich kann nicht hören. Ich will unbedingt mit Marty reden. Du vielleicht auch, denn da passiert gerade etwas. Im Heiligen Land wird gemordet, gebrannt, schatzt. Ja. Soll ich sie mal rüberholen? Ja, bitte. So, Marty ist hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Sag Bescheid, wenn wir dich ansprechen dürfen. Jetzt dürfte er mich ansprechen. Weil jetzt gehört Jerusalem mir und dann hätte ich gerne die Punkte für eine Stadt eingenommen. Ein historischer Augenblick, den wir jetzt nicht, ja, jetzt sind die anderen nicht da, bekommst du, hast du geschafft. Wir wollten eigentlich dabei sein. Ja. Heilige Stadt des Morgen- und des Abendlandes, Brandschatz, Eroberst und Plünders. Hast du mitbekommen, dass die Anzahl der Menschen, die in Jerusalem nach der Eroberung runtergegangen ist? Hast du da eine Erklärung vor, da lebten vorher mehr Menschen, dann sind deine Truppen rein, dann waren ein paar tot. Hast du da eine Begründung für? Also jetzt mit reiner Menschenlogik würde ich sagen, es sind ein paar draufgegangen bei der Eroberung, aber es gibt dafür Bestimmnisse bei der Session Erklärung, die ich noch nicht kenne. Na, es waren deine Leute, die dich abgeschlachtet haben beim Plündern, im Ernst. Ja, ja, also ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, weil Jerusalem hat mir eigentlich echt nichts getan, aber Punkte sind Punkte. Ja, einmal zurück in den großen Kanal, wir müssen allen dir das Ergebnis verkünden und danach schwätzen wir auch mal kurz miteinander bitte, wie das sonst so läuft bei dir. Natürlich. Ja. Äh... Mati, neun Punkte ab, ihr Lieben. Mati hat einen Stadtstaat, erobert, gebrannt, geplündert, es gehört, peinlicherweise ist es sogar Jerusalem, die heilige Stadt, gefallen durch die Sküten. Und dann kriege ich Ärger wegen den Schildkröten, ja? Ja, das ist mir auch ein Nachhinein. Nee, weil du Chagels angegriffen hast. Chagels, ich hab dich lieb. Hä? Dafür siehst du aber ganz schön kriegerisch aus hier. Ich bin auf meinen Grenzen, du bist... Du bist gar nicht auf deinen Grenzen. Wir treffen uns in der Mitte. Du stehst doch hier zwischen unseren Grenzen. Ich hab das nur gemacht, weil Edo mit seinen Punkten aufholt und ich nachziehen musste. Der Edo hat mich quasi gezwungen, also es ist Edos Schuld, dass Jerusalem eingenommen wurde. Jetzt geben wir doch nicht die Schuld dafür, dass du hier steht im Brandschatz. So sieht's nämlich aus. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Chagels, wir haben uns in der Mitte getroffen zum Händeschütteln, okay? Ja, jetzt hau wieder ab. Ich hau ab. Und du gehst auch. Ich bin auch zu Hause. Ich geh jetzt wirklich. Ja, geh doch jetzt. Und wenn du aber nicht gehst, dann komm ich noch mit mehr runter. Ich wohne hier, ich muss hier gar nicht weggehen. Marty, Pause raus bitte und weiter. Okay. Weiter geht's. Ihr könnt euch gerne weiter beschimpfen und wissen oder freundlich auffordern. Ich geh mal zu uns. Ah, da bist du wieder, Marty. Hau mal, drei Städte jetzt. Marty. Uh. Ach so, ja, sorry. Irgendwie, ich muss immer nochmal meinen Button neu drücken, wenn ihr mich in einen neuen Channel reinzieht. Du hast die einzelnen deiner Städte verdreifacht. In einem Fall durch Mord und Totschlag, in einem Fall durch einen Siedler. Willst du noch mehr Städte gründen oder denkst du dir langsam, ach komm, ich will nicht angeben? Ich bin gerade allgemein am überlegen, was ich mache, weil das Einzige, was ich jetzt noch so sehe, was ich kriegen könnte, ist, glaube ich, Militärstärke 300. Wir dürfen dir leider keinen Ratschlag geben. Du hast ja noch keine Joker oder keine Coach-Karte gezogen. Ansonsten, wenn du eine Frage hättest, könnten wir... Ich möchte bitte von Writing Bull gecoacht werden, danke. Ja, wunderbar. Schieß mal los. Was hättest du gern gewusst? Also, es gibt jetzt dann noch, erreiche Militärstärke 300, baue vier Bezirke und besitze 500 Gold. Ich glaube, ich habe da bei allem relativ schlechte Karten, außer bei Militärstärke. Das heißt, ich würde jetzt so viele Kämpfer wie möglich bauen. Ich kriege ja bei meinen Pferden, kriege ich ja mal doppelt. Dementsprechend dachte ich mir, ich mache jetzt ganz viele Pferde. Oder gibt es da eine bessere Taktik? Und ich muss mich darauf achten, dass ich noch Geld kriege trotzdem. Du brauchst Geld für den Unterhalt. Wie viel Geld hast du auf der hohen Kante? 32, ne? Und welche Bilanz hast du? Ich habe 32 Geld und ich kriege plus 6,8. Die Bilanz ist tatsächlich ganz gut. Das reicht eine Weile aus. Also in meinem Kopf, in meiner Erinnerung haben, geben Reiter und Berittner, die sagen, Bogenschützen kosten, glaube ich, minus zwei im Unterhalt. Das heißt, wenn du eine Einheit baust, hättest du danach minus vier. Wenn du lieb bist, überprüfst du das mal ganz kurz, damit ich keine Scheiße erzählt habe. Wenn du mal eine der Einheiten rechts klickst, in das Zivilopädie-Symbol rein, in das Einheiten-Symbol rechts, dann ploppt die Zivilopädie an. Die Bogenschützen kosten in der Tat minus zwei pro Runde und die Reiter kosten in der Tat auch zwei pro Runde. Da habe ich das richtig erklärt. Dann musst du damit rechnen, dass jeder Einer, den du produzierst, dich danach vier Gold kostet. Was könnten Geldquellen für dich sein, um das zu finanzieren? Händler oder meine Spezialgebäude, diese Krügerns, Krugerns oder so, die ich neben Weiden bauen kann. Aber ich weiß gerade nicht auswendig, wo, auf welchem Gelände ich sie bauen kann. Ich habe aber gerade hier so ein schönes Lager beim Elfenbein gebaut und das gibt mir drei Gold. Das finde ich schon mal nett. Das ist sehr hilfreich. Halt eine Ausschau nach den Gold-Symbolen. Du kannst Burger auch manuell hin und her schicken. Du weißt ja, wie das geht. Statt Fenster aufrufen und mit dem Vorhängeschloss mal. Das kannst du ja auch zeitweilig machen einfach. Auf irgendein Feld draufklicken, wo du Gold bekommst. Du musst auch nicht die Bilanz im Positiven haben. Du musst nur dann, wenn alle Truppen da sind, noch knapp über Null sein mit dem Geld. Wenn mein Geld leer ist, meinte mein Chat, die Truppen fangen dann langsam an, sich aufzulösen. Ja, so ist das. Okay, aber eine Weile kann ich im Minus sein. Ja, ich würde es nicht machen. Das geht ganz fix. Ja, ansonsten, ich glaube, die anderen Punkte kriege ich nicht mehr. Weil 500 Gold, dafür gebe ich ein bisschen zu viel aus. Und vier verschiedene Bezirke. Ich glaube, da haben sich die anderen ein bisschen mehr drauf spezialisiert. Das darf ich dir nicht sagen, weil dann würde ich dir sagen, was der Blick auf die Karte zeigt. Das geht nicht. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen sich da ein bisschen mehr drauf spezialisiert haben. Die 500 Gold bekommst du in der Tat nicht, wenn du auf die Militärstärke gehst. Das ist das eine oder das andere. Also sag mal, ich kann dich jetzt nicht endlos coachen. Sagen wir nur eine halbe Minute, sonst wird es unfair. Gibt es irgendwo eine Stadt oder einen Stadtstaat, den du plündern könntest, wo du Modernisierungen einnehmen könntest, um Geld zu bekommen? In Reichweite. Ähm... Ich glaube nicht, ne? Nicht so wirklich. Ne, Venedig würde bloß eins Geld kriegen. Mhm. Ich könnte noch ein paar Kacheln kaufen, die mir Geld geben. Meist zum Beispiel. Ja, aber das kostet dich ja dann das Geld, das du brauchst. Ja, stimmt auch wieder. Der Edo holt ganz schnell auf mit dem Militär hier, ne? Schwierig. Ganz schnell noch ein paar... Dann so ein bisschen mich mal umschauen, was da so gibt. Das ist eine gute Idee. Mit meinen Einheiten. Bei Barenlager plündern könntet ihr auf der Spielgeschwindigkeit, ich weiß nicht, 30, 40 Gold bringen. Irgendwas in der Art. Ich habe auch gerade... Das wäre eine mögliche Strategie. Das könntest du machen. Okay. Dann werde ich das mal versuchen. Ich werde mal mit meinen Pferden... Die sind ja auch schnell. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken. Und mal gucken, dass ich so ein paar Einheiten vielleicht plündern kann. Machen Sie das, Frau Marti. Das war es leider, sonst ist das zu sehr ausgereist. Toi, toi, toi. Alles gut. Ich bin stolz auf dich. Ich mache das weiter so. Ah ja. Viel Spaß noch. Ja. Schönes Coaching übrigens. Jetzt spricht der Chat zu Recht darauf an, ob sie die Militärkarte drin hat. Wenn der mal einen Unterhalt spart, das habe ich gerade im Eifer des Gefechts vergessen, weil im Hintergrund tickte bei mir auch die Uhr runter. Ich darf die jetzt nicht minutenlang coachen. Und das ist sonst irgendwie unfair. Wir hatten uns ja vorher kein Limit überlegt, aber das wäre dann irgendwie unfair gewesen. Oh. Gerade kann ich dich nicht im Bild zeigen. Ich versuche es nochmal. Ich bin tatsächlich gespannt. Also Marti mit ihrer Fähigkeit, dass sie da zwei Reiter auf einem Stück ausbildet. Was ist denn jetzt passiert? Warte, ich habe dir den Kopf abgehackt. Das ist mir so peinlich. Nein. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Das ist mir sehr unangenehm. Soll ich meine Kamera nochmal neu an- und ausmachen? Ne, mach das nicht. Das liegt an mir. Oh nein, jetzt sehe ich das. Oh Gottes Willen. Wie furchtbar, ne? Das sieht ja spannend aus. Wie fällt der Himmel auf den Kopf, Leute? Dabei spielen wir gar nicht mit den Galliern. Oh, guck mal, Daniel, du brauchst ja auch nicht zu cremen. Oh Gott, guck mal, wie furchtbar du aussiehst. Das ist mir so unangenehm menschlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sonst alles okay? Weißt du was? Du kommentierst einfach weiter und ich versuche dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ja, also ich darf erstmal dir Mut zusprechen, lieber Daniel, weil der Chat uns gerade aufklärt mit der Militär-Politik-Karte, mit der man Gold sparen kann, dass Marty die schon drin hatte. Ja, Gott sei Dank. Also insofern ist da kein Tipp jetzt irgendwie verloren gegangen. Edo P pausiert. Das klappt. Oh, da müssen wir mal zu Edo gewarren. Edo, schon wieder Punkte. Hast du schon wieder? Ja, drei Matrizen, Militär. Achso, wer fällt mein Stein vom Herzen? Ich dachte, du hättest eine neue Tierart gefunden, die du ausrotten wolltest. Nun, das schaffen wir auch noch. 300 Militärpunkte für dich, Edo. Ja, fünf Punkte für dich, für 300 Militär. Danke, darf ich ganz schnell, ich könnte mir ganz schnell sagen, wie ich mit Chuggis Frieden mache, weil ich möchte wirklich mit ihm Frieden machen, ich weiß noch nicht, wie es geht. Ja, dann musst du eine Joker-Karte ziehen. Ich ziehe die Joker-Karte dafür. Welche? Von wem? Und willst du öffentlich gejokert werden? Mir ist das egal, mit Matzo, man, mir egal, mit wem, Hauptsache ich ne Matzo. Wünsch dir was, Matzo oder WB, wünsch dir was. Ja, aber ich hab ja schon gemacht. Achso, dann nehme ich WB. Jemand, der mir helfen kann, ich nutze die Joker-Karte dafür, dass ich mit Chuggis, weil meine anderen Verbündeten greifen die die ganze Zeit anders. Ja, aber wir müssen das Spiel endpausieren. Ja, ich mache Pause weg und weiter geht's. Du klickst auf das Porträt von Chuggis oben oder du klickst eine seiner Städte an, beides geht. Dann ploppt er auf, dann gehst du auf Abkommen oder auf irgendwas und da steht dann Frieden anbieten. Da steht unten, steht Frieden schließen. Ja, mach das mal. Da klicke ich drauf. Und jetzt Vereinbarung vorschlagen. Ja, jetzt könntest du ihm, jetzt könntest du dir überlegen, will der mit mir Frieden, will der keinen Frieden? Wie schätzt du das ein? Ja, will er, aber muss ich, äh, will er dafür Gold oder so, oder kann ich einfach auch Vereinbarungen vorschlagen? Das musst du privat mit ihm klären. Also du kannst ihm Geld anbieten. Aber ich will, ich will gar nichts. Ich möchte einfach nur umsonst. Einfach so. Einfach so. Dann klicke auf, einfach so Frieden. Ich will den blöden Frieden nicht. Ich will kein Frieden. Nee, ich will den für Gold. Du musst mir Gold geben für Frieden. Ja gut, dann ist, äh, geht's weiter. Nun, äh, viel Spaß mit meinen Verbündeten. Das ist es dir nicht wert? Das ist es dir nicht wert, mir irgendwie eine Mark 50 anzubieten für Frieden, nachdem du hier so brutal bei mir angeritten bist? Ich, ich bin da, ich mach ja gar nichts. Das sind meine Verbündeten. Mach mit dem Frieden. Ja, 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 nee, du nicht zurückgerufen hast zufällig, sind Rolfrohnen lang. Ich weiß ja gar nicht, worum's geht. Ich will jetzt 30 Gold von dir. 30? Du kannst ihm anbieten. Oder du lässt es sein? Das kann ich mir gar nicht leisten. 30 Gold ist ja, äh, 25. Du kannst ihm auch ein paar von deinen Wasserschildkröten anbieten. Du kannst ihm auch einen Luxus, im Ernst, du kannst ihm einen Luxusgut anbieten, dass er 30 Runden lang hat oder auf der Spielgeschwindigkeit kann ich 20 Runden lang. Ja, das würde ich gerne machen. Das Einzige, was mich davon abhält, ihm irgendwas anzubieten, ist, dass ich nicht weiß, wie das geht und ich keine Zeit habe und mein ganzer Zug dafür draufgehen würde, das zu tun. Ja. Weil ich nur noch wenige Sekunden habe und gerade wie wild hier durch die Gegenklicke, dass überhaupt irgendwas passiert. Chagis, wünsch dir was. Was hättest du gerne? Ich nehme auch deine Schildkröten. Ich nehme Geld oder Schildkröten, mir egal. Ja, Schildkröten gebe ich dir. Davon habe ich eh genug getötet. Die klickst du auf deiner Seite an. Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Nun. Dann klickst du dir auf deiner Seite einmal an, dann tauchen die oben im Tauschbildschirm auf. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass es schon weiter geht. Äh. Ja, und dann musst du noch auf Angebot rüberschicken klicken. Fordere was. Ich soll von ihm was fordern. Chad sagt, ich soll dein ganzes Gold nehmen. Ja, das musst du selber wissen. Also ob du der Meinung bist, dass du ihn auspresst oder ob du ihm etwas schuldig bist. Was machen wir jetzt? Chad sagt, ich bin zu gut, zu gnädig. Wie, was ist das denn jetzt? Chad sagt, ich soll dich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Wie willst du, wie ausnehmen? Ich verstehe nicht, was du mit ausnehmen meinst. Nee, ich soll Geld von dir fordern. Fordern? Ja, für den Frieden. Kann das sein, dass dein Chat ein bisschen doof ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wenn man Chad sagt, mach ihn fertig. Wow. Okay. Jetzt wollen die nicht mehr dein Geld, jetzt wollen die dein Leben. Äh. Was wie? Weil ich darauf hingedeutet habe, dass sie doof sind? Ich weiß es nicht. Das musst du mit meinem Chat klären. Wenn ihr nicht doof genannt werden wollt, dann seid doch nicht doof. Jetzt sag dem Edo P. doch mal, dass der mir Geld geben soll. Das soll wieder gut machen. Entschädigung. So, wir haben heute den... Ich finde auch, Edo sollte Chages Geld geben. Ja. Wir haben den vierten Advent. Frieden auf Erden. Wir sind alle freundlich zueinander. Willkommen beim Mord und Totschlag. Das Civ-6-Bootcamp. Lösch ihn aus. Chages, kann der Edo P. stattdessen eine Ampulle von seinem Blut rüberschicken? Ja, was? Nee, Entschuldigung. Kann ich nicht, außer dieses Geld wert. Nö. Nö, nö, nö. Also ihr wollt euch weiter die Köpfe einschlagen. Wir belassen uns dabei einfach. Du kannst ihm auch was anbieten, Edo. Also vielleicht mit der Blutampulle scheint ja nicht zu klappen. Er will haufenweise Geld. Du kannst ihm auch Zuschauer rüberschieben, wenn du möchtest. Ja, geh rüber zu Chages und sag dem, was wir fordern. Oh nee, jetzt schick mir hier nicht deine... Die meckern doch dann nur. Unterbreitet ihm unser Angebot. Wow. Aber lass die Heugabel zu Hause. Ja, Chages. Ja, Joker läuft aus. Ich habe jetzt schon drei Minuten lang versucht, dich zu coachen. Das ist okay, das ist in Ordnung. Wir finden eine Lösung, das ist okay. Wir sind ja erwachsen, alte Boomer. Denkt an die Highlander, es da kann nur einen geben. Aber ich will euch nicht anstiften zum Krieg, aber es kann nur einen geben. Ja, wir lassen euch glaube ich jetzt mal unter euch, oder? Bis nachher. Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, ob da noch vier Leute hier sind oder nur noch drei. Bis dann. So. Ich glaube, es schreit gleich auch mal wieder nach einer weiteren Überraschungsquest, oder? Ja, unbedingt. Wir sollten es unbedingt einüberlegen, Matze. Okay, jetzt hat sich schon wieder alles verschoben hier. Ist ja nichts zu fassen, ja. Du bist auch so zusammengesackt in deinem Stuhl. Kann das sein, dass du hinten so einen kleinen Eingang hast, wo man dich aufpumpen muss? Und dass da gerade Luft raus entwichen ist? Ein aufgepumpter Matze. Naja, ich habe einen eingebauten Fahrstuhl. Also ich kann hier mal rauf und runter fahren. Das hat euch dann, glaube ich, gerade gezeigt, wie ich hier rauf und runter fahren kann. Kannst du mich noch ein Stückchen weiter nach oben fahren? Hab ich schon gemacht mittlerweile. Ja, mein Zeitversatz. Ja, mein, das war doch hier Kino pur. Die beiden wollen, ne, Edo P zieht den Joker, um, weil der festen Meinung ist, Chagas ist bereit, mit ihm Frieden zu schließen. Und während wir ihm alles erklären, sagt Chagas, nö. Ja. Und beide, wenn ich das richtig sehe, beide haben die nächste Quest erfüllt, aber keiner drückt die Pause-Taste und sagt, ich will die Punkte haben. Beide haben über 400 Gold inzwischen. Ja, komm. Über 500 brauchen sie, ne? Oder brauchen sie über 500. 500. Martin, Martin. Ich dachte schon, es wären 400. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Martin wird schwer enttäuscht sein, ne? Hör mal, wir haben die Quests anscheinend zu leicht gemacht. Wir müssen denen mehr Quests jetzt machen, damit mehr Punkte rein sind. Alles, was uns einfällt hier. Was hältst du davon, wenn sie nochmal so ein Weltwunder bauen müssen? Welches? Weil die bauen gerade nicht so viele Weltwunder. Such dir mal eins aus, was keiner von denen bislang gebaut hat. Ja. Und das gibt dann gleich 10 Weltwunder. Oh, schau mal da in Westen. Tuni, hier ist ein Siedler unterwegs. Ein Schackes-Siedler. Schackes hat... Schackes hat Tuni einen Siedler gemopst. Boah. Die hat den ohne Bewachungszug losgeschickt anscheinend. Der ist ja gnadenlos. Wie hat er denn seinen Speer dahin bekommen in die Gegend? Den hat er da geparkt, glaube ich. Was ist das Böse? Schon seit mehreren hundert Jahren. Ist das Böse hier? Man merkt, wer von wem gecoacht worden ist. Ja, echt. Schäme dir. Nein, nein, nein. Also das geht nicht auf mein Konto. Also ich bin ja hier wohl der friedliebendste Civ-Sex-Spieler überhaupt. Aber wo friedliebend? Der Chat wünscht sich, dass wir uns Petra wünschen von den Spielern. Aber das ist ein bisschen link, weil Petra geht nur auf Wüstenfelder. Und das können nicht alle machen. Was würdest du spontan von der Zeus-Statue halten, die neben einem Lagerbezirk gebaut werden muss? Militäreinheiten boostet. Wir hatten die Quest mit dem Lagerbezirk. Das heißt, viele haben es auch versucht zu bauen oder zumindest angebaut. Neben einem Bezirk-Lager. Ja, da haben wir aber die mit Lager einen Vorteil. Zwei. Tuni hatten auch gar kein Lager. Das wäre irgendwie unfair. Das kann ich machen. Ja, ansonsten. Suche ich mir mal noch weitere. Hat jemand schon einen Theaterplatz gebaut? Noch nicht. Das könnten wir auch sagen. Ja, mach das. Bring uns einmal 10 Punkte, Matze. 10? 10 oder wollen wir jetzt weiter steigern auf 15? Nee, das ist mir zu viel. Dann lassen wir es bei 10. Na ja. Ja? Ja. Deine Überraschungs-Quest. Oh Gott. Leute, seid ihr alle da? Und eine gesprte Aufmerksamkeit auf uns. Lasst euch nicht von dem Timer ablenken. Deine verkündet sie euch. Matze, pausiert mal ganz kurz. Ja. Sind alle da? Hören mir alle zu. Tuni, hörst du mir zu? Wir hören zu. Spannend. Shuggles ebenfalls. Edo-P auch. Alles gut. Vor allem die Quest. Das kann ich dir auch zuhören. Und derjenige von euch, der als Erster oder die als Erste einen Theaterplatz baut, bekommt 10 Punkte. Den Bezirk Theaterplatz. Pause, raus, Matze. Das versteht man sofort. Viel Glück. Und ich könnte als Zusatz-Quest noch stellen, ich hab darüber nachgedacht, ich mach's aber doch nicht, wer als Erster auf dem Theaterplatz dann das Projekt Twitch-Stream oder Let's Play durchführt, bekommt extra Punkte. Aber ich glaube, das habt ihr noch nicht erforscht, oder? Habt ihr die Let's Plays schon erforscht? Hä? Noch nicht? Dann kannst du mal Minecraft. Nee, wir sind Twitch-Streamer. Wir machen keine Let's Plays. Dann bin ich schon drin. Wir haben vorhin nicht überprüft, wer der Atapeste schon erforscht hat. Das liegt dann an euch. Wenn ihr breit geforscht habt und Interesse an der Kultur hattet, dann bekommt ihr das jetzt hin. Wir stellen euch gleich noch mehr Überraschungs-Quests, aber jetzt noch nicht, weil die Anzahl der Quests sind ja nur zwei offen, gehen runter, deshalb kommen noch ein paar improvisierte Aufgaben gleich. Bis nachher. Bis später. Ja, das wird möglicherweise auch helfen. Wir haben ja noch eine offene Quest mit Bauer insgesamt vier verschiedene Bezirke. Also wird sich das auch motivieren, dann dort vielleicht sogar den Pfad weiter einzuschlagen. Und in der Zwischenzeit können wir uns trotzdem überlegen, bezüglich Weltwunder, welches Weltwunder wir vielleicht bauen lassen wollen. Das ist interessant. Die Römer bauen hier oben einen Theaterplatz, aber ich glaube, in ihrer Produktionsreichsten statt, stattdessen ein Weltwunder. Ja. Das ist verblüffend. Das ist Chagas und die Perser haben bislang noch, machen keine Anstalten, irgendwo einen Theaterplatz hinzubauen. Und die Sküten haben nur drei Städte, keine Anzeichen Theaterplatz. Ich wette, Tuni macht das. Ja, Tuni ist auch in vier Runden fertig. Also das ist cool. Da kann sie dann zehn Punkte absahnen für, wenn nicht noch was passiert. So vom Roleplay her. Der erste Theaterplatz der Welt in Peking passt doch irgendwie geschichtlich, oder? Ja, also in dem Peking mit Tuni auf jeden Fall. Ja, ja. Was ich jetzt spannend finde übrigens, wo wir gerade bei Tuni waren, sie hat ja leider diesen Siedler verloren. Ja. Ähm, was Chagas jetzt damit macht. Er zieht jetzt mit den Siedlern in die Kulturgrenzen hinein, ähm, wegnehm einen Speerkämpfer. Nein, warum macht er das denn? Was macht er denn da? Ich weiß, man soll nicht... Das ist so gemein, dass jetzt über unsere Schützlinge lache, aber was soll das? Vielleicht haben sie einen Deal gemacht, von wegen, gib mir meinen Siedler wieder und du kriegst 100 Gold oder so. Chagas will ja nicht so richtig, dass man mit dem reden, der fühlt sich so schnell abgelenkt. Frag doch mal Tuni, ob wir mit ihr reden können. Ich frag mal Tuni. Was ist denn da los? Hallo. Hallo. Hi Tuni, juhu. Ähm, was ist denn da passiert bei Peking? Bei... Was ist denn da passiert? Oh, wir wollen dich nicht auf Ideen bringen. Jetzt ist es gerade unangenehm. Betretene Schweine auf unserer Seite. Redet ihr von dem Siedler, den Chagas? Ja, genau. Ja, er hat schon gesagt, das war aus Versehen, aber den nur ich mir jetzt natürlich sofort zurück. Er gibt dir den freiwillig zurück und er hat den aus Versehen gefangen genommen, gekidnappt und traumatisiert. Genau, das war wohl sein Speer, der da Unsinn gebaut hat, meinte er. Hat er gesagt, warum er ihn freiwillig zurückgibt? Ja, weil es ein Versehen war und wir haben uns so ein bisschen gegen Edo P. verbündet gerade, weil der ist ja wirklich, also haushoch vorne. Habt ihr beide etwas vor gegen Edo P? Ja, in der Tat. Habt ihr ja schon ein richtiges Abkommen geschmiedet? Ihr zu zweit auf einen, zwei große auf einen kleinen, wie damals in der Grundschule oder kommt das noch? Ja, vielleicht sogar mehr als nur zwei. Oh la la, erzähl. Ja, wir haben uns alle verbündet gegen Edo P. Nein. Wie hat er das mitbegründet? Weiß er das schon? Ne, wir haben das über den Ingame-Chat gemacht, damit er das nicht mitkriegt. Zauberhaft. Also jetzt mal im Ernst, also jetzt für den Unterhaltungswert. Also Edo P. wünsche ich das allerbeste. Natürlich, natürlich. Also ich gönne ihm den auch. Ich meine, er ist ja wirklich auch wirklich weit vorne. Wer hat die... Da muss er es ihm ja nicht schenken. Finde ich sehr cool. Kannst du ihm ja auch etwas schwerer machen. Wer hat denn die Initiative gemacht dafür? Oh, er hat gerade das Spiel pausiert. Oh, oh, oh. Es war Marty. Ja, Marty hat es faustig hinter beiden Öhrchen. Mann, Mann. Wir gehen einmal schnell rüber wieder in die Gesamtlobby hier. Gerne. Das ist die Punkte, Krieg, ne? Wir sagen jetzt, wir sagen gleichzeitig, okay? Wer hat denn als erster pausiert gerade? Also, wir haben ein Problem. Ich sag's zuerst. Ich hab 500 Gold. Ich hab Pause gedrückt. Ja, aber ich hab 500 Gold. Ich hab auch 500 Gold, oder? Ich hab auch 500 Gold. Ne, im Ernst. Wer hat pausiert gerade? Der steht doch. Ich hab in der ersten Sekunde gedrückt als Pause. Der steht aber seinen Namen. Ja, tut mir leid. Also wir können, es tut mir echt leid. Also wir können uns nur darauf beziehen, was wir sehen halt, ne? Ich hatte gerade gesehen, pausiert durch Edo P. Und dann war das wieder weg. Und dann war es wieder da. Ich hab zweimal gedrückt. Zweimal sogar. Ich hab aufgeregt. Dann hat er einmal falsch gedrückt. Nö, hab ich nicht. Ich hab einfach zu schnell zweimal gedrückt. Aber ich bin in der Pause drin. Und das zuerst gesagt. Ich hab halt einmal umsonst Pause gedrückt. Ne, also umsonst nicht. Das ist jetzt sehr hin. Ne, das ist jetzt. Ja, Mann, dann macht man nur. Macht, macht man. Edo, was möchtest du reklamieren? Was hast du geschafft? 500 Gold. Sehr schön. Voll, hab ich auch gerade in diesem Moment. Lösen wir das anders auf. Wir lösen das Salomonisch aus. Können wir nicht beide 5 Punkte kriegen? Ne, das geht nicht. Aber jeder von euch hat ja 500 Gold. Wir lösen das Salomonisch auf. Wer von euch bietet uns Coaches einen höheren Prozentsatz davon? Derjenige gibt Punkte. Abzugeben. Kannst du alles haben. Kannst du mal in ganzem 500 Gold haben? Ja, danke. Die Punkte gehen an Chages. Eindeutig. Vielen Dank. Kannst du mein Schweizer Nummernkonto? Hey, Givok. Givok. Nein, die Punkte gehen an Edo P. Tut mal leid. Die Punkte gehen an Edo P. Nee, es war sehr verführerisch dein Angebot, Chages. Aber es geht leider nicht. Nein. Es geht nur, dass ich Matti einhole. Ich hab so hart versucht, Chages einem mein Geld zu senden. Nein. Ihr habt es angenommen. Deswegen hat der Chages auch so viel Geld, weil die ihm alle Geld geschickt haben. Ich hab es sogar angenommen. Die haben alle gegen mich gemogelt. Alle haben Chages Geld geschickt. Wow. Sabotage. Es tut mir schon in den Krieg gemacht. Es tut mir leid, Edo. Es ist Krieg. Ah, Matti. Du bist ja richtig hinterhältig. Das ist bitter, ey. Das ist so bitter. Ich hab mich schon gewundert. Ich war die ganze Zeit vorne mit meinem Geld. Da war ich so, hä? Oh, Matti, so viel Kohle. Matti hätte auch gewonnen, hätte er die Notification früher gesehen. Oh, Matti. Naja, man kann sich angenommen, ob ich sie jetzt oder vorhin angenommen hätte. Also bei mir sind jetzt genau 500 reingebröselt. Wow. Das ist der Aspekt. Matti sabotiert, um zu gewinnen. Nichts lässt sie aus. Ah, sie sabotiert auch nicht. Alle Mittel sind ihr gerecht. Fünf Punkte an Edo P. Der Verrat der Weltgemeinschaft in dir wird versüßt durch fünf Punkte. Pause wieder raus. Danke. Matti, jetzt wird das Spiel durch Schackes pausiert. Ja, ich hab vor Schackes. Aber ich hab nicht ge... Stopp. Warte mal, halt stopp. Ich hab nicht nochmal gedrückt gerade. Das heißt, wir haben beide gleichzeitig Pause gedrückt und die sind... Hä? Hm. Also ich hab meine gerade losgelassen. Jetzt nochmal Pause gedrückt. Nimm die Pause einfach... Nimm die Pause einfach wieder raus jetzt und dann machen wir weiter. Ich will damit nur sagen, dass wir beide offensichtlich gleichzeitig gedrückt haben. Und aber gut. Das ist... Wir können uns nur aufbeziehen, was wir sehen halt. Martin, du bist doch auch immer noch hier, oder? Ja. Bist du gemütet. Willst du öffentlich... Ich bin da. ... darüber reden, über diese... Ich hatte gerade subjektiv, also als Außenstehender den Eindruck, als ob gerade so eine Situation entstehen würde, dass Edo P sich so ein bisschen von euch ins Abseits gepusht und gedrängt in der ärmste Opferrolle. Und wie sieht das bei euch aus? Naja, das Ding ist, wir haben nur noch eine einzige Quest übrig für Punkte und der Edo ist gerade eine Führung und da haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Das heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Martin, wir hören dich nicht mehr. Du hast dich gemütet. Nee, irgendwie, das ist mal... Ich habe mich gerade in einen anderen Kanal gezogen, ne? Ich habe Discord gerade nicht offen, weil mir fehlen ein bisschen die Bildschirme gerade. Ah, okay. Ich habe das... Sind wir gerade in dem Moderatorkanal? Ja, ne? Ja. Wir sind unter uns. Du kannst offen über deine finstersten... Ja, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass du gleich deine finstersten Pläne mit uns verkünden wolltest. Ja, ich fand das eigentlich ganz nett, dass Martin so bereit war, öffentlich die Pläne auszulegen, aber okay. Die finster... Also ich habe jetzt überlegt, ob ich einen Edo P's Hauptstadt ziehe und da ein bisschen Brandscharze und rumstresse, weil viel mehr andere Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr. Allerdings ist ja auch ein echt starkes Barbarenlager in der Nähe, was mich gerade ein bisschen aufhält. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel es noch bringen würde. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, den Theaterplatz zu bauen, aber da sind die anderen, glaube ich, schon ein bisschen weiter, weil ich muss den gerade erst noch erforschen. Aber ich werde es versuchen. Also bis 19.40 Uhr läuft das, wenn alle zügig klicken, könnte es sein, dass du mit deinen schnellen Einheiten nach oben ankommst, sag ich mal neutral und ohne Coachkarte, aber ein gewisses Risiko ist natürlich da, Matze, ne? Ja, das... Aber selbst wenn, der Edo, also der hat sich ja auch schon fast alle Punkte eingeheimst, das wäre dann eher so auf persönlicher Ebene dann der Angriff. Ja. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay. Wir spielen ja auch nicht, um unbedingt zu gewinnen, sondern um anderen eins auszuwischen. Die süße Schadenfreude ist doch immer, wenn eine Edo-P auf einer Bananenschale ausrutscht. Kommt das häufiger vor? Genauso wie bei... Kennt ihr Tropico? Ja. Da kann man seine politischen Gegner ausschalten, indem man so heimliche Attentate macht und so und sagt, es war ein Haushaltsunfall. Kann passieren. Das ist so der Plan, dachte ich. Ja, und wir sind auch schon ein bisschen eingeweiht worden eben von Tuni. Die hat schon deutlich gemacht, dass da eine Spinne im Netz hockt, die auf den Namen Marty hört und dein Netz strickt über die ganze weite Welt und hofft, dass Edo-P reinläuft. Wir können dich gerade schon wieder nicht hören, als du mit uns redest. Ja, ich muss halt nebenbei auch noch klicken, ne? Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Also was ist jetzt wichtiger? Spiele oder mit uns reden? Du musst Prioritäten setzen. Also ich guck mal. Ich bin nicht traurig. Tuni pausiert. Ich wurde doch von dir gecoacht. Ja, stimmt. Also Writing Bull, ich wurde doch von dir gecoacht, ne? Ich weiß doch hier, was am wichtigsten ist und das ist das Spiel und der Sieg natürlich. Ja, hab ich leider gesagt. Stimmt. Danke fürs Gespräch. Wir gehen rüber zu Tuni. Ich habe einen Campus. Dann, das weiß ich nicht genau, wie das... Warte, ich muss kurz gucken. Ich habe das einfach schnell gebaut, um den Punkt zu kriegen. Also du hast reklamiert... Hast du es gekauft? Du reklamierst vier Bezirke, ne? Ich habe es gebaut. Wir zählen mal selber durch. Ach, ein Aquädukt. Ja, ja. Aquädukt? Campus? Äh, Campus, ich habe die heilige Städte und den Regierungsplatz. Ja! Nennst du bitte mal die Stadt, in der der Regierungsplatz steht? Äh, Guangzhou. Ganz oben die. Mhm. Im Norden. Und das Aquädukt war ganz im Süden, ne? Genau. Genau, und da ist auch der Campus. Und der vierte Bezirk war die heilige Städte und die steht in Peking im Osten, ne? Genau. Ja. Fünf Punkte für dich. Abgeräumt. Yay. Damit sind alle offiziellen Quests raus. Wir werden euch jetzt gleich überfluten mit Extra-Quests, die wir euch noch stellen. Einer ist da. Wer den ersten Theaterplatz hatte, bekommt zehn Punkte. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hätte ich nicht gedacht, äh, Daniel. Ja. Wann es nicht wieder hier ging, weil sie uns diese Aufgaben da, äh, überlegt haben, dass das tatsächlich, äh, so früh alles erfüllt wird. Wir müssen, wir sind gefordert. Es liegt an uns. Es sind auch offenweise jetzt noch Quests rausballern hier. Machen wir natürlich. Vielen Dank für die vielen Abos nochmal im Chat. Grüße an Real Woody und an alle anderen hier. Ob wir das Format öfters machen, Bullenhorn, bislang war es das Erste. Mal gucken. Also mir macht es unfassbar viel Spaß. Es scheint hier super zu funktionieren hier. Wer die erste Seeschlacht gewinnt, wird im Chat vorgeschlagen. Lass uns mal gucken, ob irgendjemand schon Schiffe hat und ob jemand überhaupt Schiffe bauen kann. Nee, das geht nicht. Tunik kann keine Schiffe bauen. Dann wäre die komplett raus. Das können wir nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Quest machen. Wer eine Hauptstadt erobert, bekommt 30 Punkte. Das können wir machen, ja. Und mit Hauptstadt ist natürlich kein Stadt-Stadt gemeint. Nein, die ursprüngliche Hauptstadt. Schagges, Edope, müsste zwei Städte hintereinander erobern. Tunik müsste rübermarschieren bis nach Pasegade. Das ist nicht ausgeschlossen. Schagges könnte, wenn er die Truppen hat, raufmarschieren zu Edope oder zu Tunik. Marti hat es ein bisschen schwieriger, aber sie wird nicht ausgebremst und sie hat die schnellsten Einheiten. Sie hat aber schwieriges Terrain hier, aber sie hat schon viele Einheiten in die Richtung geschickt. Das fände ich fair. Ich würde im Augenblick sagen, wenn es einer von denen drauf anlegt, hat jeder gleich hohe Chancen dafür. Im Chat wird das Thema angesprochen, was ist, wenn drei gegen einen Krieg planen. Ob das unfair wäre? Nein, weil nur einer das gewinnen kann. Wenn alle drei sich jetzt zusammenschließen oder zusammenschließen würden gegen Edope, dann kann es zwar sein, dass er es nicht schafft, aber die anderen drei müssen sich dann noch überlegen, wem gönnen wir die Beute. Die können nicht alle drei die Quest bekommen. Das kann uns sogar auf den letzten Metern noch ein gegenseitiges Hauen und Stechen geben. Das heilige Alte gebrochen werden. Ich finde das eine coole Sache, Matze. Sollen wir das machen? Wir können das ja vielleicht kombinieren, also dass wir dann diese militärische Herausforderung machen und vielleicht noch so eine zivile Zusatzaufgabe noch dann da weitere Tage machen. Ja, eine Quest von Meeren. Sollen wir die schon mal verkünden und dann gucken wir weiter? Wir müssen einmal rüber zu Toni. Sie zieht anscheinend Joker. Alles klar, wir gehen zu Toni. Hast du noch für den Theaterplatz? Hi Toni. Zwei Runden. Zwei? Aber ich muss ihn halt erst mal erforschen. Naja, ich brauch drei, da wärst du vor mir fertig geworden eine Runde. Oh dammit. Bin ich froh, dass Toni das jetzt hat. Toni hat den Theaterplatz. Respekt. Ja, 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 genau. In Peking. Wunderbar. Glückwunsch. Leute, letzte Pipipause für heute. Kurze Pipipause und dann gibt es eine Quest, eine Überraschungsfest, die euch die Schuhe ausziehen wird. Mit anderen Worten, kommt gerne barfuß zurück. Wir hören und sehen uns gleich in ein, zwei Minuten wieder, ja? Okay, bis gleich. Ja, gut. Pause drin lassen, bitte. Bis gleich. Alles klar. In der Zwischenzeit, ich glaube, es sind alle weg, oder? Ach Daniel, seid ihr alle weg? Das ist ja unglaublich. Alle weg, Daniel ist nicht mehr da. Ich bin ganz alleine mit euch, ganz alleine. Und mir ist gerade was aufgefallen, Leute. Und ich fürchte, und das war jetzt leider nur zu, falls mir aufgefallen ist, ich fürchte, wir müssen wahrscheinlich, na, ich weiß es nicht. Soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Wann spiele ich mal gegen WB? Übernimm den Streamer. Ja, also ich weiß gar nicht, bin ich jetzt hier live auf fünf verschiedenen Twitch-Kanälen. Ich darf einmal, ich winke in die Kamera, aber ich glaube, ihr seht mich gar nicht mehr. Also so viel Reichweite auf einmal zu haben, ist schon tatsächlich sehr spannend und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Wir haben uns noch ein paar weitere Questen natürlich auch ausgedacht für die vier Herausforderer und uns auch überlegt, Mensch, was kann denn da fair sein und was ist realistisch? Wir haben ja noch eine knappe halbe Stunde vor uns und das soll dann vielleicht doch noch mal spannend werden bis zur letzten Sekunde. Momentan führt Edo ja relativ deutlich. Matti und Tuni ziemlich gleich auf Platz zwei. Chaggis kann aber vielleicht mit der Quest auch noch hinterher kommen und das finden wir doch ganz spannend. In der Zwischenzeit beantworte ich euch gerne ein paar Fragen. Falls ihr noch so ein paar Fragen habt im Chat, gerne jetzt posten. Wo ist heute Mitzoman? Ja, ihr erinnert euch daran, ich habe meine schöne Weihnachtsmütze letztes Wochenende bei unserer Weihnachtsfeier getragen. Die habe ich heute leider nicht für euch und ihr könnt sie auch gerade nicht sehen. Wieder da! Ja, Edo ist der Erste wieder da. Dafür gibt es gleich noch mal fünf Extrapunkte, Edo. Herzhaft? Unter uns. Ich, ich, äh... Es lohnt sich nicht, die Hände zu waschen. Dafür muss ich dir leider zehn Punkte wieder abziehen. Oh, ich habe die Hände gewaschen, um sogar noch nachzudenken zu zeigen. Das ist keine Pipi. Nun, gab es jetzt wirklich fünf Punkte dafür? Nein. Oh, schade. Ich habe mir überlegt, wo ihr alle dann hier ja fast schon fluchtartig den PC verlassen habt und ich hier ganz alleine auf einmal saß. Ähm, ob ich da so was Teuflisches mir ausdenke, aber ja, da war ich leider zu spät für. Oh, Mann. Ich hätte es vorher ankündigen müssen dann mit den Leuten. Ich habe zu viel geplaudert. Nein, alles gut. Ist aber lustig. Hätte mich gefreut. Ja, also insofern, ähm, nichts verpasst. Mhm. Wie, Edo, du fühlst dich jetzt sicher mit deinen 50 Punkten? Nee, gar nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass, äh, zum Ende hin, man kennt das schon damals irgendwie von Schlag den Rab und so, es kommen bestimmt gleich irgendwelche Quests, die nochmal alles durch die komplett umwirbeln werden. Ja. Da kommt bestimmt so Töte eine Einheit für 500 Punkte oder sowas und dann ist halt alles komplett egal, was man vorher gemacht hat. Hältst du uns für so teuflisch, dass wir sowas machen würden? Ich weiß es nicht. Ich hälte mit allem. Nee, also ich würde auch Hältst du WB für so teuflisch oder mich für so teuflisch hin und teuflisch? Ich mach dir das mal einfacher ab. Wem traust du das mehr zu von uns beiden? Ich traue niemandem mehr, nachdem ich heute hier so hinterrücks betrogen wurde von Matzi und Schagges. Was? Da bin ich wieder, Verzeihung. Das war reine Diplomatie. Nun, ich weise nochmal drauf hin, dass Matzi mit den Sküten ja die Schlechterin von Kyros ist. Das hab nicht ich mir ausgedacht, das hat sich das Civ-6-Spieler sich ausgedacht. So ist es. Insofern wäre ich auch vorsichtig. So, ich glaube wir sind komplett oder ist Toni noch nicht da? Toni? Ich bin da. Wunderbar. Alle vollzählig. Liebe Civ-6-Snoobs, Mats, du mein und ich sind so stolz auf euch. Was für ein sehr, sehr selle Spektakel hier. Zuschauer gehen bei euch im Chat wahrscheinlich genauso ab wie bei uns. Macht Riesenfreude, ist total klasse. So, bevor Matzi die Pause rausnimmt. Wir spielen zur Erinnerung bis 19.40 Uhr. Dann werden die Punkte abgerechnet. Dann machen wir noch ein bisschen hier Plauderei gemeinsam nach Besprechung. Dann gewinnt einer von euch fünf Steam Keys der Civilization 6 Anthology Version für die Verteilung im Chat oder dafür sich selber unter den Nagel zu reißen oder hinter dem Bahnhof zu verkaufen an irgendwelche Leute. Also dort, wo man sich seine Drogen bezieht oder wie er möchte. Fünf Steam Keys von Grundspiel, Anthology Version, beiden Add-ons und so weiter. Folgende Aufgabe. Hört gut zu. Derjenige von euch oder diejenige von euch, die als Erster eine ursprüngliche Hauptstadt erobert, bekommt 30 Punkte. Die ursprünglichen Hauptstädten sind die Startstaaten eurer Reiche. Bei einem fremden Reich erkennt ihr die daran, dass auf dem Namensschild ganz links so eine Art Fußballsymbol drauf ist. Da ist normalerweise immer so ein Punkt neben einem Namensschild und eine Hauptstadt erkennt ihr daran, dass es so ein etwas gezackteres Symbol ist. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, ploppt ein Tooltip auf, da steht drauf ursprüngliche Hauptstadt von. Wenn ihr die schon entdeckt habt, irgendeine ursprüngliche Hauptstadt von irgendeinem einnehmen, ihr müsst sie nicht halten. Nur in dem Augenblick, wo ihr sie eingenommen habt, meldet ihr euch posierter Spiel und bekommt 30 Punkte. Wir haben uns das vorher angeschaut. Für jeden von euch scheint es uns in etwa gleich leicht oder gleich schwer zu sein. Sollte fair sein, 30 Punkte dafür. Wir wollen euch jetzt aufeinander hetzen. Wir wollen euch nicht aufeinander hetzen. Wir wollen euch bluten, leiden und sterben sehen. Es ist alles lieb gemeint von uns. Aber wir müssen uns ja nicht beeinflussen. Wir können ja alle pazifistisch weiter unterwegs sein und einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Also ich verstehe das schon richtig, dass wir jetzt alle auf Edo gehen. Ey, was soll das denn heißen? Ich wäre dabei. Habt ihr Edo schon getroffen? Ich sage jetzt und ich sind gute Freunde. Matze, Pause raus. Deine blöden Verbündeten sind immer noch bei mir in der Bude und reißen alles nieder, Edo. Aber das bin doch nicht ich. Alles andere als mein Freund. Ja, aber die sind, das ist ja ihr Ding. Ich bin da raus. Tuni, du hast pausiert. Ich mag den. Ach so, sorry. Du bist raus aus meiner Gunst, mein Freund. Oh Mann, nein. Geht jetzt weiter. Spiel läuft. Mach das Beste draus. Oh Gott. Okay, wir haben uns hier gegeneinander aufgehetzt, ja? Es wird nicht die letzte Aufgabe sein. Ja. Okay, das ist nicht die letzte. Das ist schon mal gut zu wissen. Das läuft, das läuft schon wieder hier. Da fehlt so ein Geräusch und pfumm, geht weiter. Ja. Jetzt gilt es, in die Kriegsvorbereitung zu gehen und offensichtlich wird das jetzt auch wieder intensiv mit den Chats diskutiert. Ich hatte den Eindruck, die Damen und Herren wirken leicht geschockt. Kann das sein? Naja, es ist schon so, dass man sieht, Mati und Edo P haben mit Abstand die größte militärische Stärke. Das liegt uns insbesondere aber auch daran, dass bei Edo P, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die anderen das so auf dem Zettel haben, der hat Valetta auf seiner Seite. Das wird dann, glaube ich, noch nicht reingezählt, oder? Wenn man die nicht ausgehoben hat, dann zählt das noch nicht wie an die eigene militärische Stärke, oder? Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also dann tatsächlich durch seine eigenen Einheiten mit den Krummsäbelkämpfern, die er ja hat. Schon gut aufgerüstet. Mati natürlich mit ihren Reitern und ihrer Spezialeigenschaft, dass sie immer für eine leichte Kavallerie eine zweite kostenlos dazu bekommt. Bei Shaggy und Toonie kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht eher so Supportarbeit leisten. Ja, aber was haben die davon? Also wir haben ja eben darüber diskutiert. Edo, es ist kein Problem, einen rauszunehmen. Wenn die anderen drei zusammenhalten, das geht immer. Die können auf EdoP gehen, weil der in der Punkteliste vorne geht. Vorne steht, ihr seht das auch nochmal im Bild eingeblendet, aber was haben die anderen davon? Ist deren Motivation die, zu sagen, Hauptsache EdoP gewinnt nicht, es kann auch jemand anders sein. Wenn ich es nicht bin, ist es auch gut. Da bin ich sehr skeptisch. Die Sache mit Valetta fand ich gerade super spannend. Das ist der Stadtstaat hier, das ist ein sogenannter militärischer Stadtstaat. Das heißt, die haben in der Regel besonders viele Einheiten. In Valetta, mal kurz den Ziv-Einsteigern erklärt, ist im Augenblick EdoP suzerän. Suzerän ist, wenn man mindestens drei Gesandte in einem Stadtstaat hat und mindestens einen mehr, als jede andere Fraktion dort hat. Er liegt vorne. Wenn Schackes nur einen Gesandten noch reinschicken würde, wäre EdoP nicht mehr suzerän. Würde Schackes zwei Gesandte reinschicken, wäre er suzerän. Eine Fraktion, die suzerän ist, hat im Kriegsfall automatisch alle Truppen des Stadtstaates auf der eigenen Seite gegen das andere Reich. Man kann die Einheiten allerdings selber nicht steuern. Steuern kann man die dann, wenn man als suzerän hingeht und sagt, ich hole mir die Einheiten dort als Söldner. Da klickt man auf Militär ausheben. Das kostet einmalig Geld. Dann hat man auf dieser Spielgeschwindigkeit online, die wir spielen, 15 Runden lang diese Einheiten wie zuvor auch an der eigenen Seite. Man kann sie aber auch selber steuern. Das heißt, nicht mehr der Stadtstaat hat die und zieht die wie Puppen über die Karte, sondern das kann man selber machen. Man kann selber entscheiden, verheiz ich die, auf welchen Feind schicke ich die, gönne ich den Beförderung und welche, will ich, dass die was plündern. In dem Augenblick allerdings, wenn eine andere Fraktion einem den suzerän Status wieder nimmt, indem man nur noch minimal, vielleicht genauso viel gesandt hat, wie diese andere Fraktion, sind die nicht mehr die eigenen Söldnertruppen und die stehen nicht mehr, die sind dann wieder neutrale Einheiten. Also die kämpfen zwar eventuell noch mit einem, nee, dann auch nicht mehr, die kämpfen auch nicht mehr mit einem. Also es sind, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also würden wir da spielen, Matze, und hätten wir einen Blick auf die Karte und wüssten wir, wo es steht, wir könnten im Prinzip, was würdest du machen, als Römer? Als Schagels. Ja, also mit Schagels als Römer, ich würde natürlich versuchen, mit dem Vorteil, den Vorteil, den Edu hat, mit Valletta, wieder wegzumachen. Ganz klar, da jetzt einen Gesandten reinschicken und dann irgendwie mehr Legionäre haben oder bauen. Da bin ich mir momentan nicht so ganz sicher, woran das scheitert, ob die alle jetzt irgendwie gegen Barbaren aufgerieben wurden. Hat er Eisen? Er hat Eisen, ja, in seiner Hauptstadt. Die Frage ist, wie viel hat er, ne? Er hat ein Eisenfeld, aber ich glaube, dass Edu auch nur ein Eisenfeld hat, zumindest bei seiner Hauptstadt und ansonsten sehe ich auch nichts. Legionäre brauchen, glaube ich, zehn Eisen, ne? Genau, wie die Krummsebelkämpfer, Auch auf Online-Geschwindigkeit auch zehn? Ich glaube, ja, ne? Also auf schnell war es so. Ob es jetzt auf Online möglicherweise acht oder so sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ein bisschen was muss man auf jeden Fall sammeln. Tuni spielt noch mal weiter. Die geht anscheinend nicht auf Hauptstadt erobern. Hier oben entstehen immerhin, ja, hier denkt sie vielleicht, man könnte sie angreifen, weil sie scheint nicht mit vielen Einheiten hier zu produzieren. Oben sind wir auch bei der Militärmacht Linse bei den Punkten. Mati liegt deutlich vorne, Edo P liegt vorne, Chagas und Tuni haben auch kaum was. Aber das kann man auf Online-Geschwindigkeit, kann man, wenn man einen guten wirtschaftlichen Unterbau hat, superschnell auch Einheiten produzieren. Daran mangelt es nicht. Und Chagas hat super viel Gold noch auf der hohen Karte, könnte sich damit Einheiten kaufen oder auch wiederum Mati zum Beispiel boosten. Ja. Die Frage ist, ob Chagas das weiß, dass man Einheiten, wir müssen einmal raufgehen, Mati pausiert, dass man Einheiten kaufen kann. Aber das weiß. Hallo, einmal Punktabzug für Mati. Erzähl, was passiert? Na, Mati? Ich wollte meinen Joker einlösen und mich bitte einmal strategisch mit Writing Bull unterhalten. Hattest du von mir nicht schon? Das geht leider nicht mehr. Du warst von mir schon angeguckt. Wenn Chagas meinte, ich habe noch einen. Ja, mit Matze. Ach, Chagas hat schon wieder gelogen. Mit Matze? Nee, nee, nee. Mit Matze hast du einen. Mit Matze hast du einen. Ach so. Den rede ich auch sehr gerne mit Matze. Also ich kann ja alle Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Gut, dann nehme ich dich einmal kurz mit und freut mich bitte auch mit zu hören. Sehr freundlich. Tschüss, Peter. Mati, erzähl. Ey. Also, wir müssen ja jetzt eine Stadt einnehmen, ne? Mhm. Ich habe damit nicht so viel Erfahrung mit Städte einnehmen. Ich schicke da gerade so ganz viele von meinen Reitern in Richtung Edo, aber ich weiß, ob es überhaupt nicht gut sind, um Stadtmauer nur niederzureißen, diese Reiter. Ja. Das stimmt. Das wird schwierig sein mit der Stadtmauer. Da gibt es dann eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen Rambok daneben stehen haben muss, aber der wird super lange brauchen, bis der da ist, wenn du den losschickst. Genau. Also, wahrscheinlich muss ich eine Randstadt von Edo einnehmen und dann da einen Rambok bauen oder gibt es da noch irgendwie andere Möglichkeiten? Das finde ich eine sehr gute Idee, nämlich Hack Martana, wo du, das ist auch die erste Stadt, ist, die hat noch keine Stadtmauern. Du kannst das beobachten, ob da auch eine Stadtmauer im Bau ist, dann ändert sich so ein bisschen, ja, dann wird da so eine Stadtmauer im Bau halt angezeichnet, so grob schraffiert im Vorkaufort. Da kannst du ein bisschen drauf achten, ob das jetzt vielleicht passiert oder nicht. Und das ist eine sehr gute Idee. Hab ein bisschen Gold auf der hohen Kante, dass du dir den Rambok kaufen kannst. Vielleicht einmal mit deinen Verbündeten gucken, inwieweit sie dir Gold rüberschicken können. Und dann von dort aus mit dem Rambok relativ schnell rüberziehen zur Hauptstadt. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, sonst noch irgendwelche professionellen Profitipps dafür? Ähm, du, was bei dem Rambok noch zusätzlich zu beachten ist, als das nochmal als Ergänzung zu haben, du hast ganz viele Reiter. Mhm. Und ich sehe ganz, einen ganz wilden WB. Was möchtest du mir das betreiben? Nein, 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 ich habe gerade eine Fliege, die fliegt um mich rum und die winke ich gerade weg. Ich wusste nicht, dass du zuguckst. Entschuldige bitte. Das war ein geheime Handzeichen. Nein, nein, ich habe heute eine Mücke auf meiner Stirn. Das ist alles gut. Das hat nichts mit euch zu tun. Also, das Thema mit dem Rambok, du erinnerst dich daran, mit dem Rambok, der ist halt nur für Nahkampfeinheiten da. Das wird dann bei den Reitern nicht so viel bringen. Eine zweite Alternative dazu ist, einen Katapult zu haben. Du kannst aber, also du kannst natürlich trotzdem mit den Reitern da reinziehen und auch Angriff Schaden machen, weil die relativ stark sind. Aber, ähm, zusätzlich dazu entweder noch Nahkampfeinheiten bauen oder einen Katapult hinterher schicken, um aus der Entfernung, ähm, das Ganze dann, äh, niederzuschießen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also eine Passiv-Einheit. was ein Katapult kostet, oder irgendjemand anderes. Weil, das ist wahrscheinlich keine schlechte Taktik, mir einen Katapult zu kaufen, sobald ich die Stadt eingenommen habe, ne? Wenn ich sie überhaupt einnehme, wenn ich überhaupt... Katapult kostet in den Grundkosten 480 Gold. Die spielen wir allerdings hier auf, äh, auf Online-Geschwindigkeit, da ist es in der Regel günstiger. Ob das dann nur 240 Gold sind, kann ich dir nicht versprechen. Das wäre dann die Hälfte davon, bei einer doppelten Spielgeschwindigkeit. Mein Chat weist mich gerade darauf hin, dass ich das im Kaufmenü sehen kann. Das ist natürlich ein richtig guter Hinweis. 240 Gold, das kriege ich so schnell nicht zusammen. Also da kannst du dir das natürlich allhandeln von deinen, von deinen, äh, Mitspielern. Ja, ich könnte den Shuggs anbenden. Der Shuggs soll mir mal einen Kredit zurückzahlen. Ich glaube, das mache ich. Ich würde mal der Fairness halber sagen, die Runde noch zu Ende, die halben Minute, aber dann ist das Coaching vorbei, sonst ist das hier ein Partie-Coaching, leider. Ich glaube, also, also mehr würde mir da spontan auch nicht einfallen. Denk dran, dass du mit deinen Einheiten flink bist, auch wenn sie vielleicht nicht so gut gegen Städte mit Stadtmauern sind, kannst du sie in dein ganzes Reich hinein senden, plündern, bringt Gold. Es gibt eine Plünder-Politikkarte, die du einsetzen kannst, die das Ganze verdoppelt, um dich zu heilen oder zum Beispiel Gold zu erplündern, um dann Angriff noch weiter zu finanzieren und auch um Einheiten von Edo abzulenken. Versuch, seine Einheiten aus den Städten rauszulocken, damit die Städte nicht so, ähm, ja, kampfstark sind und, äh, ja, ansonsten, äh, fällt mir, glaube ich, nicht mehr viel ein, was ich dir noch mitgeben könnte. Ja, das reicht aber auch. So viele Tipps wollen es nicht überreizen mit dem Joker. Ich werde mein Bestes geben. Viel Erfolg. Danke. Viel Glück. Also dein Gewedel hat mich total kirr gemacht. Ich wusste gar nicht, was du mir sagen möchtest. ich wollte dir gar nicht sagen. Du wolltest wahrscheinlich auf den Rambock hinaus mit den Reitern, Ja, ich durfte dir ja nicht sagen. Das war dein Joker. Ich durfte dir gar nicht sagen. Ich wusste auch nicht, dass du reinguckst. Da hätte ich auch nichts gemacht. Das war ja Beeinflussung irgendwie. Ich habe nur gelitten. Stell vor mich hingelitten. Gib mir bitte deine Kameramatze. Wo ist sie denn? Da ist sie. Sehr freundlich. Wir wollten noch eine, eine zivile Quest geben, oder? Weltwunder bauen oder sowas wie ein Industriegebiet oder so. Genau. Glaubst du, einer von denen schafft es mit der Hauptstadt? Motiviert sind die Damen und Herren, ja. Ich glaube, wenn Marty die Unterstützung bekommt mit dem Gold und dass sie die erste Stadt schnell einnehmen kann, also wir sehen natürlich, das durfte ich ihr jetzt ja nicht sagen, dass da tatsächlich eine Stadtmauer im Bau ist in der östlichen Stadt von Edo. Das wird es ihr dann nochmal schwerer machen. Ich meine, sie hat viele Einheiten, viel bringt viel und auch die berittenen Sargenbogenschützen, die machen schon auch ein bisschen Schaden. aber das dauert natürlich deutlich länger als mit einem Katapult oder mit Rambog und Nahkampfeinheit. Es hätte sogar sein können, dass sie es schneller geschafft hätte, runter zu den Römern zu reiten. Sicht auf Autopia hat sie, glaube ich, auf die Hauptstadt, denn da sieht sie ja, die Gegenwehr ist minimal, Chaggis hat kaum Truppen und sie wäre auch viel schneller dort hingekommen, weil hier unten, hier sind nicht wie hier oben Barren dazwischen und eine Gebirgskette und noch eine Stadt. Hier unten ist nur so ein Nest dazwischen und jede Menge Wüste und Ebene und da kann man eigentlich schön flüssig drüber ziehen. Also das wäre, jetzt sind wir natürlich auch in der beoberten Perspektive. Also für uns stellt sich vieles leichter oder anders dar. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Ja. Danke an Ruschi und all die anderen Abonnenten. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr euer Vergnügen gehabt und euren Spaß und ich weise gerne mal darauf hin, bis 19.40 Uhr läuft die Partie und im Anschluss machen wir eine Nachbesprechung mit allen gemeinsam und dann ungefähr um 8 verlosen wir hier, also hier auf jeden Fall in der beoberten Perspektive, verlosen wir ein Mainboard von Asus ROG, von meinem Ausrüster, der mir den PC stellt und Monitore und alles mögliche anders mehr. Ein Mainboard, das einen Ladenpreis von knapp 400 Euro hat und das verlosen wir heute Abend am Ende des Streams und gerne die Chatmods nochmal den Link auf das Asus Mainboard posten. Ich kann euch das auch mal ganz kurz im Bildschirm zeigen. Das ist dieses hier. So sieht das aus. Das verlosen wir am Ende des Streams. Link darauf, Textbeschreibung auf YouTube. Wir haben nämlich so eine Partnerschaft habe ich mit Asus. Wir haben immer einen Rabattcode mit denen, wo man viele Sachen billiger kaufen kann. Infos da drunter, das findet ihr hier auch auf Twitch. Auf YouTube, es gibt eine Aufzeichnung, steht es da drunter. Wir gehen wieder rein ins Spiel. Matze. Na? Was meinst du? Wir wollen doch Quests stellen. Du warst am Nachdenken wahrscheinlich, ne? Ja, ich war am Nachdenken. Ich fand die Idee tatsächlich mit den Bezirken eigentlich ganz gut, weil die nicht so lange dauern wie die Wunder und wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Ich versuche aber gerade ein bisschen herauszufinden, wie weit die Leute schon erforscht haben, ob es zum Beispiel an Industriegebiets schon baubar ist oder ob es schon Handelszentren gibt. Das prüfe ich gerade parallel. Also es gibt zum Beispiel noch kein Handelszentrum. Wir könnten sagen hier sowas wie für jedes oder für das erste gebaute Handelszentrum gibt es noch mal zehn Punkte. Das sollte auch schnell gehen. Vielleicht auch Industriegebiet noch dazu, dass wir für beides jeweils zehn Punkte geben. Ja, ich würde es ein bisschen, also 15 Minuten geht ja noch. Ich würde sagen 20 Punkte für oder 15 Punkte für ein Distrikt für eine Handelsroute, für die erste Handelsroute. Egal auf welchem Wege. Dann haben die eine freiere Auswahl beim Bau, ob die das über einen Hafen machen oder über einen Handelsdistrikt. Und dann, das sollte eigentlich aber ein Handelsweg haben sie ja alle automatisch. Dann für den zweiten. Haben sie den Edo hat zum Beispiel schon Händler. Achso, okay. Dann fällt das weg. Und wie hat er die bekommen? Über den Hafen. Er hat helfen gebaut. Okay. Ja, genau. Und er profitiert ja auch davon. Dann machen wir das mit dem Handelsdistrikt. Zehn Punkte. Ja. Soll ich uns mal rüber transportieren? Wir überlegen uns noch eine zweite Quest. Das ist zu dünn. Wir brauchen noch eine. Ja. Ich gucke mal, welche Wunder sie schon gebaut haben oder im Bau sind. Das sind tatsächlich nur die drei groß hängende Gärten Stonehenge und Pyramiden. Wir könnten ein frühes Wunder dazu holen. Wäre zum Beispiel Tempel der Artemis. Ich lasse mir auch gerne. Nee, wir machen wie das in dir. Wir machen keine Aktionen, wo die Zuschauer abstimmen, weil das führt nur dazu, dass Leute zu uns rüberkommen und dann für ihre Streamer und Streamerinnen abstimmen bei Zuschauer Votings. Das möchten wir nicht machen. Das wäre irgendwie Link. Ich gucke mir gerade mal die Geländemerkmale an um alle Berge, die wir haben. Ansonsten finde ich Machu Picchu eine ganz coole Idee zu bauen, weil das alle gleichermaßen machen könnten. Was ich sehr witzig finde, was wir machen könnten, obwohl da sehen wir auch, wer gewonnen hat, wer am Ende der Runde Das geht. Das ist Machu Picchu und wäre machbar. Wie wäre es mit jeweils zehn Punkten für den höchsten, wer am Ende des Spiels, um 19.40 Uhr, den höchsten Forschungsertrag hat, pro Runde, bekommt zehn Punkte. Wer den höchsten Kulturertrag hat, bekommt zehn Punkte. Und wer die höchste Punkteanzahl insgesamt hat, zehn. Dann haben wir das ein bisschen ausgeglichen. Können wir auch gerne machen. Dafür und zehn Punkte für den Handelsdistrikt, ne? Okay. Weltwunder willst du nicht machen. Welches? Matsu. Matsu Picchu. Hör mal, du bist ja echt so abgehoben. Ja, es ist so peinlich. Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Du fühlst verherrlicht werden hier im Spiel. Es dreht sich nicht alles um dich hier, Matze. Das muss ich noch lernen. Du weißt, da drin bin ich nicht gut. Unfassbar, ja. Alle hätten zumindest Zugriff auf den Berg und das würde ja alles geben. Matsu Picchu. Nochmal zehn. Die musst du alle aber auch schon mal eintippen unten. Das können die sich nicht alle merken. Und du packst sie schon mal rüber zu den anderen dreien. Und dann stürmen. Einmal rüber und dann bitte stoppen. Und dann stürmen. So, Matze tippt ein bisschen vor sich hin. Aus bei mir im Chat kommt der gute Idee. Wir verlängern um fünf Minuten auf 19,45 Uhr. Fragen die anderen, ob es ihnen recht ist. Und das sollte man eigentlich machen können. Denn sonst ist das mit den Aufgaben jetzt irgendwie Quatsch. Okay. Ja, so ein Format ist auch schwierig. Danke für das Komplimente da, Gruner. Dir gefällt das hier. Ist natürlich auch aufwendig zu organisieren. Hier kam die Initiative vom Publisher 2K Games. Die hatten halt die Idee, vier Sith Noobs gecoacht zu haben und hatten mich als Ersten dann gefragt. Und dann hatten wir daraus das Konzept entwickelt, dass Matze und ich, dass uns das aufteilen, dass wir hier auch diesen Schlussstream machen. Also das hatten die auch als Idee in der MP-Finale. Und dann haben wir das ein bisschen so ausgearbeitet mit den Punkten und wie man das machen könnte. Ja, und ich habe alles jetzt soweit niedergeschrieben. Alles sollte 10 Punkte geben. Dann gib dann bitte einmal rüber in den Chat. Pardon, in die Lobby quasi und pausieren. Hallo, hallo? Halli, hallo. Spiel wird gleich pausiert. Achtung, alle festhalten, es ruckelt. Ich hoffe, kein Schleuderträumer. Alles noch gut? Ich hoffe, das wird überhaupt keine traumatische Erfahrung hier, die Partie für euch. Wir haben... Ich komme davon, wie es ausgeht. Ja, jetzt kommt wieder mal eine dieser kleinen, schönen, feinen, gemeinen Überraschungen. Fünf letzte Quests für euch. Jede Quest gibt nochmal zehn Punkte, bevor wir euch die vorlegen. Werdet ihr damit einverstanden, will man statt 19.40 Uhr sagen, um 19.45 Uhr ist Ende hier. Für mich vollkommen in Ordnung, aber ich kann mir keine bestimmten Sachen merken. Ich habe keinen Stress nach hinten. Die haben wir euch aufgeschrieben gleich. Ich wollte gerade sagen, also. Die haben wir euch schriftlich notiert. Meine Gehirnkapazität ist angeschlagen. Das ist in der Datei aufgetaucht. Ihr könnt das lesen. Könnt ihr alle jetzt schon nachlesen. Wie? Wie ist das passiert? Ich lese den Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal kurz vor. Spiel läuft um 19.45 Uhr. Die zehn Punkte für den Bau des Weltwunders Machu Picchu. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das kann man bauen auf einem Berg. Guckt notfalls in der Zivilopädie im Ingame-Lexikon nach. Oder schaut mal, vielleicht wird es euch schon im Auswahlmenü einer eurer Städte angezeigt. Die geht nur auf einem Berg. Berg muss innerhalb der Kulturgrenzen sein. Zehn Punkte für den Bau eines Handelsbezirkes. Zehn Punkte für den Bau eines Handelsbezirkes. Also eines Handelsdistriktes. Falls ihr einen schon habt, zählt der nächste, den ihr baut. Das sind diese Distrikte, durch die man Gold generiert. Viel Gold ist immer gut. Und die anderen drei Quests, da schauen wir auf die auf die Uhrzeit 19.45 Uhr. Um 19.45 Uhr wird Matze Matze mal in das Spiel pausieren. Und dann schauen wir bei den nächsten drei Quests, wer ganz oben rechts in der Punkteliste, die seht ihr glaube ich alle, ne? Oh Gott. Wird euch allen eingeblendet. Habt ihr die alle, ne? Im Interface. Oben die vier Porträts und die Punkte, die unteren. Achso, ja, ja. Kennt ihr alle. Und da schauen wir auf die Erträge bei Forschung, Kultur und bei Punkte. Punkte ist die oberste Zeile, also die mit den bronzofarbenen Sternen. Das ist die Punkteliste. Die Kulturliste ist die mit dem Notenschlüssel, mit dem violetten oder lilafarbenen Notenschlüssel. Und die Forschungserträge sind die blauen Reagenzglaspunkte. Also die Zeilen 1, 3 und 4. Und Punkt 19.45 Uhr pausiert Matze Matze mal in die Partie und beendet die damit auch. Und dann schauen wir, wer hat dann in dem Augenblick in einer dieser Kategorien in dieser Runde den höchsten Ertrag. Oh Gott, jetzt so. Die Zahlen da oben, ja? Also ganz oben die Punkte, erste Zeile. Dritte Zeile ist die die blaue Zeile, die Reagenzklärer sind die Forschung. Darunter die violetten Notenschlüssel sind die Kultur. Dafür gibt es nochmal 10 Punkte. Ich wiederhole noch einmal 10 Punkte für den Bau von Machu Picchu, 10 Punkte für den Bau eines oder eines weiteren Handelsdistriktes. Handelszentrum? Ja. Das ist nicht nur ein Handelszentrum. Das ist das. Das ist okay, genau. Und 10 Punkte jeweils dafür, wer um 19.45 Uhr, wenn Matze pausiert, seine Uhrzeit entscheidet, seine PC-Uhrzeit oder was auch immer, wer dann den höchsten Ertrag dort oben stehen hat, Rundenertrag für Forschung, Kultur, Punkte. Okay? Also ich sag's wie es ist, es überfordert mich gerade sehr. Ja, mich genauso. Deswegen, ich bin halt so, ich hab so Machu, Picchu. Also jetzt muss ich hier noch Entscheidungen treffen, was davon ich machen soll. Wir lassen das Welthunder weg. Wir lassen das Welthunder weg. Wir nehmen nur die vier anderen. Lass das mal raus, Matze. Wir machen es einfacher. Wir nehmen einfach nur Handelsdistrikt und die drei anderen Sachen. Da müsst ihr über das Wunder nicht nachdenken. Ich hab eh keinen Berg. Nun. Okay. Let's go! Alles klar? Ja. Okay, keine Frage mehr. Dann Pause raus, Matze. Viel Glück. Ja, mal sehen, wer da am Ende auf Forschung geht, auf Kultur geht oder einfach nur Punkte sammeln will. Das ist ja auch sehr unterschiedlich gerade. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck gerade die Damen und Herren, die Kräfte neigen sich dem Ende entgegen. Zumindest das Nervenkostüm ist aufgeraut, oder? Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Aber gut, das ist auch klar. Ich meine, die vier haben nicht viel Erfahrung gemacht mit Civ. Sie wurden von einer Fülle von Aufgaben von uns jetzt hier in den Stream, die wir ihnen gestellt haben, mussten sie erfüllen. Gucken, wer der erste ist. So auf konzentriert man sich und es ist schon echt eine große Konzentration, die man hier gerade mit dem Rundentimer dann noch an den Tag legen muss. Und ein paar Stunden sind wir schon dabei. Das Schöne ist aber daran, oder das Brutale, das geht allen gleichermaßen. Es ist kein Vorteil für den einen oder den anderen, sondern jeder hat da irgendwie seine Herausforderungen dabei. Jetzt haben wir verschiedene Challenges, verschiedene Möglichkeiten, was zu machen, militärisch hier oben, wirtschaftlich auf die andere Weise. Es ist schön ausbalanciert. 19.45 Uhr ist Streamende, ja. Im Chat wird gefragt, wie die vier Streamer in dem Team zusammenkamen. Das haben nicht wir uns ausgesucht. Die hat Publisher 2K Games sich ausgesucht und die haben die vier zusammengestellt. Das Ganze, ihr seht in der Ecke auch der Sörtchen Vererbung ganz oben, die ganze Zeit eingeblendet. Das heißt, die Streamreihe wird allen Metallischen honoriert. Nur Matze nicht, der macht das ehrenamtlich. Vielen Dank an Matze. Aber du hast ein Paket zugeschickt bekommen von 2K Games. Da ist was Schönes dran. Ja, mal gucken, was denn da wohl drin ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ein kleines Weihnachtspräsent. Ich hatte mir gewünscht, es sollte ein bisschen Gold und Geschmeide sein. Ich bin gespannt, was sie reingelegt haben. Aber angeblich soll das grüne Gewölbe ja wieder komplett sein, die Edelsteine. Mal gucken. Mal gucken. Was ich ja spannend finde, dass sowohl Tuni als auch Shagg es hätten noch Joker frei, um sich jetzt vielleicht noch einen finalen Ratschlag zu holen. Konzentrier dich da drauf oder mach und dies und das. Aber ich habe den Eindruck, dass sie dafür jetzt gar nicht mehr den Blick haben und so im Fokus sind auf die letzten Minuten. Das wird denen so helfen, wenn wir als Pro-Gamer wissen. Wir sagen es jetzt mal nicht, aber es gibt so simple, also zwei der fünf der vier neuen Quests, die kann man sich so simpel einsacken, wenn man einen Joker zieht oder es selber halt vorher wusste. Ja. BärTigerPhoenix, danke fürs 23. Abo. Grüße an Dennis, danke fürs Erste hier. Willkommen. Ja, alle Beteiligten, beinhaltet auch die Zuschauer, OrgScout. Kurze Frage im Chat, welcher der Zuschauer hat ein Honorar bekommen vom Publisher 2K Games und welchen nicht? Bitte kurz in den Chat reinschreiben. Wer hat Geld bekommen für die Teilnahme hier? Und bei wem und wer ist darauf reingefallen, als die Chat-Moderatoren zu Beginn des Streams gesagt haben, hier, wir sind Chat-Moderatoren, wir brauchen bitte jeder 5 Euro und dann dürft ihr in den Chat betreten. Wer ist darauf reingefallen und bei welchem Chat-Moderator habt ihr das Ticket gelöst? Wenn ich den Damen und Herren mal die Hammelbeine langziehe, ja? Ich gucke freiwillig zu, meint Orgel Matze. Knödel Klausi hat 760 Euro bekommen, heftig hier. Wow. Cool. Bei mir haben sie einen Krieger vorbeigeschickt. WB hat meine 5 Euro kassiert. Pätze zappelst. Du bist echt eine Pätze hier. Ja, Matze. Blick auf die Karte. Es laufen die letzten 5, 5 Spielminuten hier. Dass eine Hauptstadt noch fällt, das wäre entweder die hier unten. Nein. Fällt die Hauptstadt hier vorne? Nein. Fällt die Hauptstadt hier hinten? Nein. Matis Hauptstadt ist sowieso die, die spielt ihr eigenes Spiel. Die ist wie auf einem fremden Kontinent. Die ist mit der epischen... Ja. Ja, echt spannend. Sie hat ja so viel Platz, um sich auszubreiten und sagt aber, nö, unser Bienenstock, wir sind eher so lokal angesiedelt und schickt dafür aber jetzt ihre, ja, Bienen oder sind es schon Westen halt rüber, die dann auf, auf Edopes Stadt am Westen gehen soll. Ich bin gespannt, ob wir diese Stadt vielleicht noch etwas unter Druck sehen werden, aber ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass sie die Hauptstadt jetzt einnehmen werden. So, mal schauen, wer von denen auf Handelsdistrikt geht, um die Punkte noch zu bekommen. Ah, guck mal hier. Tuni hat's. Tuni baut Campus Forschungsschipendien. Und sie baut hier oben ein Handelszentrum. Das wird knapp. Wenn die Runden zahlen in das Handelszentrum, kriegt sie durch Roden und wird sie es noch hinbekommen. Wenn sie ein Handwerker vor Ort hätte, der Holz ein Wald rodet, dann wird das noch klappen. Aber das Forschungsstipendium, das sieht gut aus. Das ist der Trick mit den Projekten, um Forschungspunkte zu generieren. Handelszentrum im Bau bei Inbaktiari wird auch zu spät kommen. Das kommt hier oben. Forschungsstipendium. Auch Edope macht das. Ich wette, die wurden vom Chat gecoacht. Ja, denke ich auch. Aber ist auch okay. Dafür ist der Chat da und eure Schwarmintelligenz. Theaterplatz entsteht hier vorne in Pogrovka. Vielleicht dann noch ein Projekt. Hätte auch viel Produktion. Würde reichen. Aber Mati ist eh schon vorne. Genau, bei der Kultur. Also insofern. Dass Edope so weit vorne liegt und dass die anderen es nicht hinbekommen, ihn fix und alle zu machen. Die haben halt kein gemeinsames Interesse. Sie müssten quasi aus ihrem egoistischen Einzelinteresse rausschlüpfen und sagen, Hauptsache nicht Edope. Wenn sich drei auf einen stürzen, hat er keine Chance im MP-Spiel. Was ich auch... Ja. Ist man oft genug bei den Pete's Meet Streams ist mir das so ergangen. Da war ich gefühlt irgendwie der erfahrenste Spieler. Aber wenn dann am Schluss zwei oder drei Leute sich auf einen stürzen, jeder Pete's Meet Streams oder Pete's Meet Streams endet im Multiplayer dann damit, dass ich am Schluss berutend und weinend auf dem Boden liege, weil wir eine Städte in Atombomben aufgeben, weil die sich halt denken, wer ist derjenige, wo wir die meiste Ehre bekommen, wenn wir auf den Los gehen? Das ist WB. Dann fliegen von allen Seiten die Atomraketen dabei und dann... Das ist halt so. Egal wie gut du bist, wenn mehrere sich gegen dich stellen. Ja, dann wird es immer schwierig. Spannend finde ich zum Beispiel auch, also es scheint jeder so ein bisschen für sich selbst zu sehen, da jetzt noch die letzten Punkte zu sich zu holen, statt sich irgendwie zu verbünden und zu sagen, nein, und wenn wir alle verlieren, Hauptsache der oder diejenige bekommt nicht die Punkte. Also es scheint ein Kopf an den Kopfrennen zu sein, um die Gesamtpunktszahl zwischen Chaggis und Tuni tatsächlich sehr nah beieinander, mit nur vier Punkten Abstand. Bei der kulturellen Forschung ist das sehr eng zwischen Marti, Edo P. und Chaggis und bei der Wissenschaft liegt Edo P. aktuell sehr weit vorne. Kann aber auch, also Chaggis dort auch auf Platz 2 ihm das vielleicht noch streitig machen. Mhm. Also die Punkte sollte Tuni eigentlich bekommen, es sei denn, Edo P. baut hier noch riesen Baumaßnahmen und Projekte. Kann sein. Tuni und Chaggis jetzt punktgleich bei der finalen Punktzahl. Wow. Wow. Das geht aber plötzlich schnell hier oben. Du musst hier irgendwas super cooles in Mediolanum in Mailand gebaut haben. Ja, Philanore, es ist schwer zu timen mit den Quests. Wir machen das Format das erste Mal und wir wissen noch nicht, schöpfen die ihre Minutenrunden komplett aus oder nicht. Das ist immer so ein bisschen Raten hier. Richtig. Und das Thema Fairness ist halt schwer für diese Spontanquests, weil wir ja immer gucken, es ist ein dynamisches Spiel und immer wenn wir uns auf eine Karte oder auf einen Standort fokussieren, sagen, hey, wie ist das Daraus, ist das jetzt für die zwei Spieler zum Beispiel fair, kann bei den anderen schon wieder was passiert sein, dann geht man da gucken und in der Zwischenzeit machen die anderen vielleicht weiter, also es ist tatsächlich eine kleine Herausforderung, aber auch da ist es so unterm Strich, dadurch, dass wir jetzt ja nicht gerade wenig Zusatzaufgaben gemacht haben oder auch allgemein die vordefinierten Aufgaben da waren, ist das so weit verteilt, dass jeder, glaube ich, ein bisschen Unfairness dabei hat und dann ist das ausbalanciert. Und man muss natürlich auch ein bisschen immer schauen, ihr habt ja mitbekommen, wie wir laut über die Quests nachgedacht haben, wir wollen ja einerseits diejenigen, die sehr erfolgreich gespielt haben, nicht dadurch bestrafen, dass wir jetzt plötzlich Aufgaben machen, die eher für die geeignet sind, die weiter hinten liegen, andererseits müssen wir auch schauen, dass wir das alle eine gleich hohe Chance haben, diese Aufgaben zu erfüllen und diese beiden Ansprüche, die beißen sich mit bisweilen. Man muss dann irgendwie, das geht oft nicht, beides auf einmal halt. Religionssieg, Markavian, hätte Tunir einen Religionssieg holen können innerhalb der Spielzeit, Matze, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube es auch nicht. Matze, Uhrzeit? Ja, ich habe schon die Taste gedrückt, bei mir ist gerade die Uhr umgesprungen. Aus, aus, zurück ins Hauptmenü, Punkte zählen, Matze, in die Lobby. Würde ich auch sagen, ich bringe uns mal rüber. Das ist ja noch nicht vorbei, die Runde. Ja, 45, Punkt 45 wird das Screenshot gemacht. Genau, das hat man ja gesagt. Aus, das war's. Boah, knappes Ding. Das Spiel ist aus, das ist aus. Ich habe auch keine Übersicht mehr. Glückwunsch an alle, was auch immer ihr gewonnen habt. Ich wollte ein einziges Mal Edo Brand scharzen, ein einziges Mal wollte ich was plündern. Da hast du fast geschafft. Ich hatte ein bisschen Angst, weil du standst, du standst mit deinem Pferd auf meiner Universität und ich soll meine Forschungspunte. Lass dich in Ruhe. Ich dachte mir so, nächste Runde, los, nicht meine Bibliotheken brand scharzen. Oh Gott, ich hatte echt Angst. Naja, naja, naja. Einmal Punkte zählen und Edo befährt doch demnächst in Urlaub. Morgen oder schon? Morgen, ja. gehen möchtest, Matti, es gibt auch außerhalb des Spiels Möglichkeiten. Sieh, also hier wird hart geschossen, ne? Das ist gefährlich hier. Ich glaube, Civilization verdirbt einen genauso wie RimWorld einen verdirbt, habe ich langsam so das Gefühl. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das frage ich mich auch. So, einfach Punkte zählen durch Matze und es ist, glaube ich, ganz, ganz knapp. Ich glaube auch, dass das relativ durchgemischt ist. Also, ich habe das, glaube ich, richtig mitbekommen. Keiner von euch hat einen Handelsbezirk fertiggestellt. Ist das richtig? Haben wir in der einen Runde doch dann leider nicht geschafft. Ja, das ist sehr schade. Ich hatte ja gehofft, ihr würdet euch da etwas beeilen, aber man kann nicht alles haben. Trotzdem gibt es noch weitere Punkte zu verteilen, nämlich den höchsten Forschungsertrag am Ende der Partie. Das ist die blaue Forschung. Wenn ich das richtig sehe, führt da Edo mit 40 Punkten. Eindeutig. Punkte rüber zu Edo. Er kommt da gleich nochmal 10 Punkte oben drauf. Leider will ich mich, dass die... Er hat doch schon genug. Ey, ich glaube, ich glaube, das wird super knapp. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Überblick darüber. Kulturertrag jetzt am Ende der Partie da führt Mati mit 26 Punkten. Mal hin. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Notenschlüssel weiter. Ein Notenschlüssel mehr. Kultur ist nicht so mein Ding. Deswegen war ich mit den Barbaren auch so dicke. Mati bekommt direkt von mir 10 Punkte obendrauf. Und dann haben wir noch die höchste Punktzahl insgesamt. Und da gibt es ein Unentschieden zwischen Shuggles und Toonie. Also alle bekommen hier Punkte, weil bei Unentschieden bekommen einfach beide die Punkte, oder? Ja. Hatten wir uns das vorher überlegt? Haben wir nicht? Müssen wir irgendwie... Puh, sollten wir machen, ne? Ja, ich würde sagen, beide haben die Punkte verdient. Oder? Ja, würde ich auch. Will jemand widersprechen? Fühlt ihr euch da irgendwie sonst blöd behandelt? Also ich bin damit einverstanden. Kommt auf an, ob ich verliere oder gewinne. Ich finde, beide haben das gleichermaßen verdient. Ja, alles gut. Ist auch eine Punktlandung zu landen, muss man erstmal hinkriegen bei 220 Punkten nach für drei Stunden oder so. Absolut. Habt ihr euch gut abgesprochen. Respekt. Mhm. Ansonsten hatten wir euch noch die Aufgaben gegeben, erobert eine der Hauptstädte, der ursprünglichen Hauptstädte. Das hat nicht so geklappt. Dafür gibt es leider keine Punkte. Der Gag ist halt, sie haben uns diese Aufgaben... Was? Also, ich wollte gerade sagen, ich bin müde. Ich wollte sagen, der Gag ist, dass wir uns die Aufgaben gegeben haben, so drei Züge vor Ende. Da kann man leider in dem Spiel, das dauert dann halt gerne mal. Ja, die kam zu später, stimmt. Ja, ja. Also, so eine Hauptstadt einreißen, da brauchst du halt gerne mal irgendwie ein Stündchen für, dich hinzubewegen. So, deswegen war das ein wenig schwierig. Ja. Das waren alle Punkte, die ich verteilen durfte. Endergebnis. Wie der Endstand. Auf einem... Alle Punkte sind eingetragen? Alle Punkte sind eingetragen. Ja. Auf einem ehrenvollen vierten Platz Scharges, danke, dass du da mal warst. Ganz im Ernst, wir haben zu Beginn uns angeschaut, wer wo stand, auf welcher Startposition, du hattest mit Abstand die mieseste. Du hast so ein Pech gehabt bei der Kartengenerierung, kann man nicht anders sagen. Also, wirklich, als wir live in der Beobachter-Perspektive mit einer Kartenposition gesehen haben, wir waren entsetzt, wir waren echt entsetzt und dachten, um Gottes Willen, was macht der da draus? Und dafür ist das nur ohne Scheiß eine verdammt gute Leistung geworden. Da haben wir auch oft gesagt, ich bin mega stolz auf dich, Scharges. Wenn Scharges geantwortet hätte, ihm gefällt seine Position, bei der Eingangsfrage, ganz zu Beginn, was wäre dann passiert? Nix. Was wäre dann passiert? Ich dachte, ich dachte, ich sage dann, naja, dann sucht ihr jemanden aus, wenn du ihn tauschen kannst oder so und dann hätten wir noch getauscht oder so. Dann hätten die beiden Coaches voller Anteilnahme gesagt, tja, Pech. Neun Start! Wahrscheinlich hätten wir sowas gesagt, ihr kennt uns inzwischen sehr gut. Wir hatten sehr traurig geguckt auf jeden Fall. Ne, also ich habe hier halt irgendwie so die Hälfte Tundra von meinem Gebiet und das Problem ist, ich hatte die ganze Zeit unfassbar viel Stress mit Barbaren. Also ich hatte irgendwie drei Barbarenlager um mich drumherum und habe die ganze Zeit da rumgestruggelt. Ähm, nö, aber... Aber Edo waren auch krank viele Barbaren, oder? Bei mir waren oben am Anfang. Also wo ich mich zu dir durchkloppen wollte, dachte ich mir so, Alter, nehmen die noch ein Ende hier? Das war ja richtig krass. Ich bin mit dem ersten Siedler losgelaufen, deswegen bin ich komplett mit dem Siedler losgelaufen ohne Einheiten in den Süden. Da kann man sich fragen, warum tust du das? Weil ich gleichzeitig oben gegen fünf Barbaren gekämpft habe mit allem, was ich besessen habe. Direkt zu Beginn. Ich weiß nicht, wo das alles herkam. Naja. Aber sie waren noch eine gute Verteidigung gerade, weil sonst hätte ich dich eventuell noch vor der Stadtmauer erreicht. Also tatsächlich waren die recht ausschlaggebend gerade. Gott sei Dank. Ich hab das Ding. Gott sei Dank. Was bei mir im Chat als Frage an dich rauskommt, Chag, ist von mehreren Leuten, warum du der Einzige bist, der keinen Joker gezogen hat und eine extra Beratung sich geholt hat. Das kann ich ganz einfach beantworten, weil ich komplett überfordert war und gestresst war und jedes, wenn noch jemand kommt und irgendwie mir was erzählt und so, hätte mich einfach, glaube ich, nur noch mehr verwirrt, als dass es mir geholfen hätte, glaube ich. Das war der Einzige. Wäre alles entspannter, dann hätte ich das natürlich gerne gemacht, aber... Das kann ich aber komplett nachvollziehen, so ging es mir nämlich auch. Wir hatten vorhin so ein paar Situationen, wo ihr dann uns irgendwelche lustigen Sachen erzählt habt, aber niemand hat Pause gedrückt und da war ich... Das ging in seine Ohren rein, seine Rausfächerin komplett überfordert war. Ja, nee, das war die Runde. Aber gutes Spiel, hat sich echt aus der Position verdammt viel gemacht. Platz Nummer 3 und die Bronzemedaille geht an Tuni. Respekt! Die Chinesen haben den Platz 30 geholt. Durch solide Bilderei, durch Bildern und durch viele Gebäude bauen, Weltwunder und viele Punkte am Schluss punktgleich mit Chagis weiter oben. Das heißt, die beiden anderen haben sich die Schädel wechselseitig eingeschlagen und ihr beide habt wirtschaftlich viel aufgestellt. Ich bin immer noch Fan deiner Religion mit den Schmetterlingen. Dankeschön. Darf ich trotzdem noch drinbleiben? Natürlich. Perfekt. Ich gründe sogar noch eine eigene Klärchen, eine eigene Ausdrehung. Ja, schön. Dein Fazit, Tuni? Ähm, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eine ganz gute Startposition. Am Ende hatte ich leider ein bisschen Pech, würde ich sagen. Mir wurde eine Stadt geklaut von den Piraten oder von den Barbaren-Piraten. Ähm, das hat mich gut gekostet. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, muss ich sagen. Sehr happy. Sehr viel Spaß gemacht. Äh, vor allem mit meinen Mitspielern. Ich dachte, ich würde ein bisschen mehr angegriffen werden, weil ich jetzt nicht so eine aggressive Zivilisation habe, sondern eher eine Defensive, die erst später stark wird. Aber ja, jeder hat so sein Ding gemacht. Das fand ich schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das ganz lustig. Bei jedem einzelnen Civilization-Match, was ich jemals gespielt habe, habe ich halt nie irgendwie geschafft, Sheena zu entdecken, weil Sheena mal voll weit weg ist von mir. Ja, ich hab mich auch. Ich hab mich auch gar nicht gefunden. Das Einzige, was ich für mich gesehen habe, also, das Einzige, was ich für mich gesehen habe, war ein Speer. Ich habe euch gesehen, sonst nichts. Kann man die Karte jetzt nochmal auftreten am Ende irgendwie? Ich glaube nicht. Also, wenn man normal gespielt hätten, dann gibt es am Ende der Partie die Möglichkeit, wenn man den Erdesatelliten startet, das ist eine der, eine Aktion im Late Game, dann sieht jeder sofort die ganze Karte. Aber so geht es nicht. Wir können im BOD schauen später. Das geht, genau. Bictater. Ja. Platz 3 an Turnier und Platz Nummer 2, Silbermedaille geht raus an, die Skütenkönigin, die Bienenkönigin. Glückwunsch, Antoni. Ich hätte ja schon gern meinem Spielernamen hier alle Ehre gemacht und dem, dem die Perser da mal so ein bisschen, ne? Aber, tja, da, 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 die Punkte zu verlieren. Ja, wobei, wobei, wenn Streamer auf Chat hört, ist Streamer selber schuld. Also das ist eigentlich Regel Nummer 1, mir auf den Chat zu hören und diese Regel habe ich gebrochen und habe direkt dafür auf den Sack bekommen, wie sich das gehört, weil das ist Regel Nummer 1 als Streamer, du hörst nicht auf den Chat. Oder man vergewissert sich wenigstens noch bei mehreren Quellen, aber wenn einer schreit, du musst das und das machen und wenn du das dann machst, dann hast du verloren meist. Du hast eine einmalige Startposition gehabt, also in der beobachter Perspektive sieht man das ganz gut. Der ganze, der ganze Osten der Karte. Riesengroß, Fruchtbar, Wälder, Dschungel, Bonusressourcen ohne Ende, Götter, alles Diamant. Das heißt, ein Drittel der Karte war Götter alleine dir und deiner Startposition hattest du sechs, sechs Reisvorkommen nebeneinander. Das habe ich noch nie gesehen. Sechs Reisvorkommen, also wir sind einfach die vollgefressenste Stadt aller Zeiten. Bevölkerung ist jetzt schon auf elf, es ist legendär. Die Pferde echt snalle unter dem Gewicht der Reiter. Wahrscheinlich bin ich deswegen nicht schnell genug zu Edo gekommen, die armen Pferde. Durch die Büste hier geritten. Ne, das war echt eine richtig coole Startposition, das hat mir natürlich auch Vorteile gebracht. So konnte ich halt zum Beispiel am schnellsten die ersten drei Speer bauen und solche Sachen, weil natürlich die Bevölkerung komplett explodiert ist und dann diese Riesencity alles verschlungen hat hier. Elf Brügger am Spielende, das ist ganz schön heftig. Was am Anfang halt echt immer so Einzug vor mir. Ich habe drei Speer hätte ich eine Runde nach dir gehabt, weil ich einen auch durchs Dorf gekriegt habe und Weltwunder, in so ein Weltwunder bin ich auch reingerannt, in so ein Naturwunder bin ich auch reingerannt, eine Runde nach dir. Ja. Ja, das war recht lucky. Aber mich hat das echt gewundert mit den vier Stadtstaaten, nach denen habe ich Ewigkeiten gesucht. Das hat mich echt gewundert, dass kein anderes weggeschnappt hat, aber ihr habt hier alle Ewigkeiten gesucht. Ich hatte ganz früh drei und dann ist, ich bin nicht in den Osten durchgekommen mit meinen Speern, weil hier so nur Engpässe sind zwischen den, zwischen den Gebirgen und da waren Banditencamps immer drin. Das heißt, meine Speer sind da mal draufgegangen, die auf dem Weg in den Osten waren. Deswegen konnte ich da, weiß ich nicht, ich will gar nicht wissen, wie nah ich dran bin, hier noch irgendwo einen zu entdecken. Jetzt hätte ich das schon sehr, sehr früh gehabt. Aber die beeindruckendste Leistung des heutigen Tages, Hut ab, Respekt. Von ganz weit hinten, von ganz tief unten, null Punkte zu Beginn, null Punkte nach zig Runden und Minuten noch. Niemand hat irgendwie, also ich nicht, nur einen Pfifferling auf ihn gesetzt und dann hat Edo P vor allem das ganze Feld aufgerollt. in einem wahnsinnigen Finish und am Schluss einen triumphalen Sieg reingeholt. Respekt, tolle Leistung, ganz im Ernst. Danke, vielen, vielen Dank. Ich gebe das direkt weiter an den Chat. Ich habe von vorne rein gecallt, ne? Von vorne rein, ne? Ja, ja. Das war nicht ich, das war der Chat. Ja, ja, mh. Ich habe gerade den Kommentar gekriegt, ja, bei Matti ist der Chat doof, bei uns der Streamer. Das habe ich gerade gelesen. Und das ist, ich hätte ohne den Chat vieles nicht geschaffen, weil der Chat hat mich schon wirklich sehr, sehr viel beraten. Ich hatte ganz viele Fragen immer, was baue ich als nächstes? Und es kamen 50 verschiedene Meinungen und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Unterstützung im Chat erfahren. Es war nicht immer einfach zu filtern, was ich als nächstes mache. Ich war sehr viel überfordert und habe rumgeschrien und mir die Haare gerauft. Aber der Chat hat auf jeden Fall gekarriert. Also muss man sagen, wie es ist. Der Chat hat mich ziemlich gekarriert. An dem Punkt muss ich natürlich sagen, dass der Chat natürlich auch sehr, sehr viel geholfen hat. Und die haben ja nur die eine Sache falsch übersehen, weil es natürlich Feuer und Flamme waren, mir zu helfen und mir die Punkte zu geben. Das war ja auch wirklich ein bisschen gemein, ob das jetzt hier die eine Militärforschung ist oder die andere Militärforschung. Die sind halt einfach sehr ähnlich. Die sind aber beide. Die sind sehr klug, aber auch doof. Das geht mir auch so. Ich versuche sie gerade zu loben. Nein, aber mir hat der Chat auch sehr viel mitgeholfen. Muss man auch mal sagen. Der Chat hat mindestens genauso viel geschwitzt wie ich gerade. Das stimmt. Was mir auch noch super positiv auffällt, wenn man sich mal die Punkte anguckt von Teamcoach WB und Teamcoach Matze, ist das komplett auf Augenhöhe. Also ich lasse jetzt mal diese zwei Punkte, die dir abgezogen wurden, wegen falscher Chat-Vorhersage außen vor. Unentschieden zwischen unseren Teams insgesamt um den Strich finde ich persönlich auch echt cool. Und ich kann sagen, ich glaube aber, dafür spreche ich auch für dich, lieber Daniel. Wir sind echt stolz auf euch, was ihr gemacht habt nach dieser wirklich kurzen Zeit, die wir gemeinsam hatten und dann jetzt hier im Multiplayer-Match. Ihr wart so schnell mit den Aufgaben durch, habt so viel hier uns gezeigt und es hat richtig viel Spaß gemacht. Hut ab an euch alle vier. Danke fürs Coaching. Das war ja nur möglich. Dank des guten Coachings. Kann man auch mal wiederholen. Hat Spaß gemacht. Na, ihr hattet aber auch... Ich glaube, das Szenen war alle gleich. Ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß. Ich muss auch sagen, Civilization habe ich jetzt auch ein bisschen angefixt. Ja, ich habe auch Bock auf mehr Runden. Wenn jemand von euch mal Lust hat auf eine Runde, sagt Bescheid. Ich meine, das ist auch zwei gegen zwei oder so. Bestimmt, ne? Ja. Man kann auch in Team zwei gegen zwei spielen. Das geht tatsächlich auch. Ja, ich hatte schon Bock. Also wenn ihr Lust habt auf so eine Streamer-Runde oder so, dann... Ich bin auch offener für, ja. Dann können wir noch mal vielleicht mit denen... Einer von uns vier das dann irgendwie mal klar macht. Weil sonst sagen alle nur so, ja. Ich bin erst mal drei Wochen weg, aber wenn ich wieder da bin, super gerne dabei. Und dann können wir vielleicht mit einem langsameren Timer spielen, um mehr Zeit zum Shittalken zu haben und mehr Zeit zum Bauen. Ganz ohne Timer und nur Shittalken, das ist... Ja, let's go. Das sehe ich mich. Da bin ich zu ungeduldig. Wir machen einen halben Timer. Nur die Hälfte der Zeit. Oh Gott, Shuggles möchte Speedrunnen. Ja, ich sehe schon. Speedrun zur Rakete. Ja, auf jeden Fall Lust. Also, sehr gerne. Was würdet ihr denn... Ihr wart ja jetzt in der Situation innerhalb von anderthalb Wochen, CYP6 lernen zu müssen. Habt das echt gut hinbekommen. Kann ich mich nur anschließen. Was würdet ihr denn allen Einsteigern raten, wenn die selber CYP6 anfangen würden? Was sind so die zwei, drei Dinge, die euch geholfen haben, gut durch das MP-Match durchzukommen? Die Sachen, wo ihr euch lang gehangelt habt? Schaut bei WB im Stream vorbei und stellt Fragen. Oder die Tutorials auf YouTube schauen. Ja. Ich hab mir halt sehr viel vom Chat auch irgendwie erklären lassen, so in meinen Übungsrunden. Also, ich hab ganz viel natürlich gelernt von Matsumann, aber irgendwie hab ich noch eine Weile gebraucht, bis ich die ganzen Puzzlestücke so zusammenfüge und ich das Spiel so kapiert hab. Also, ich würde schon behaupten, ich hab das Spiel jetzt dann eine Weile gebraucht. Und dann war das Multiplayer-Match, was ich gegen Kumpel hatte, sehr wichtig, um auf diesen Timer hier vorbereitet zu sein. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Spiel ist komplexer, als man denkt so nach dem ersten Tutorial. Also, ganz viele Sachen. Also, ich hab davor schon ein bisschen gespielt und dann saß ich bei Writing Bull im Coaching und war so, ach, so ist das? So, ganz viele Details merkt man anfangs gar nicht, dass man sie falsch macht. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass ich selber meine Bürger verteilen kann an solche Sachen. Da muss man erst mal drauf kommen. Also, ich glaub, sich ja nebenbei Writing Bull Streams angucken. Ja, ich glaub, das ist die Lösung. Und sich Zeit lassen. Ja. Und einfach spielen. Übung macht den Meister. So, ich überreiche mal feierlich, Edopi. Kannst du mal bitte beide deine beiden Patschhändchen mir entgegenreichen? Ich hab was ganz Schweres, was ich dir reinlegen will. Dein Gewinn? Fünf Zentner schweres Teamkies. Der Civilization 6 Anthology Version. Mit Grundspiel. Mit Add-on 1. Mit Add-on 2. Mit dem New Frontier Pass. Mit allen kleinen DLCs. Damit kannst du machen, was du willst. Im Chat verteilen oder dir später in den Sarg legen. Oder in der Familie verteilen oder auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Einmal rüber. Zentner schwer. Das sind jetzt deine Keys. Die gehören jetzt dir. Vielen, vielen Dank. Wird direkt auf Ebay verkauft. Nein, wird gleich verlost. Wird gleich im Anschluss verlost. Daher, wer was gewinnen möchte. Ich will jetzt keine Viewer von den anderen klauen. Aber falls jemand anderes einfach nur beim Gewinnspiel dabei sein möchte, kann er gerne natürlich trotzdem davon also ja, mitmachen. Chat, es ist Zeit nochmal, Edo zu raiden. Das ist unfassbar. Ich will nicht die Viewer klauen, aber ich dachte, ich möchte das an alle aufteilen, damit jeder eine Chance hat. Ich dachte, das ist fair. So, damit dann können alle irgendwie, kommt nur kurz rein. Ich mache das Verlosern, könnt ihr auch wieder gehen. So, ich dachte nur, vielleicht ist es fair, einfach an alle zu verlosern. Einfach, damit jeder eine Chance hat. Wisst ihr? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Sollte doch gut gemeint sein. Ich glaube, ich spreche auch für alle, wir sind jetzt auch im Hirn echt Matsche, oder? Wow. Mehr als verständlich. Da ist Sätze bilden nicht mehr so ganz so einfach. Ein sehr cooles Event hat mir auch, also ich kann mich Matsche nur anschließen, hat mir Riesenfreude gemacht, vor allem zu sehen, also welche enorme Lernkurve ihr alle hingelegt habt. Und nach anderthalb Wochen sich schon in Multiplayer-Match mit Rundentimer reinzutrauen, das ist echt heftig. Das kann man sich als Außenstehender, der selber noch nicht SIF oder wenig SIF gespielt hat, kaum vorstellen. Das ist der absolute Stress. Wenn man nichts nachgucken kann, weil ständig die Zeit fehlt für jede Kleinigkeit halt. Ständig bleibt irgendwas liegen, irgendwas hat man nicht geschafft. Und dann denkt man, oh Gott, ich bin doof, fühlt sich noch mehr unter Stress, muss die ganze Zeit wegblenden, dass irgendwas liegen geblieben ist. Man muss mit den eigenen Fehlern leben können. Das ist auch psychologisch ganz schön stressig. Und das habt ihr echt ohne Scheiß richtig gut hinbekommen. Das kann man nicht jeden Tag machen. Ich bin echt durchgeschwitzt. Also das ist echt anstrengend. Es macht unheimlich Spaß, aber das ist echt anstrengend. Ich muss mir das erstmal erholen. Wenn wir das wirklich nochmal wiederholen, ich hätte halt voll Bock, mal ein längeres Match zu spielen. Sehr gerne. Das ist halt ein Spiel, das ist ja nun mal nicht gemacht für eine Drei-Stunden-Runde. Man kann ja speichern. Wir können ja sagen, dass wir dann vielleicht zwei, drei Tage machen. Und dann, ich würde auch super gerne mal die ganze andere Forschung sehen, weil ich habe bisher immer nur so die Anfangssachen gesehen. Ich würde super gerne noch mal so Trom-Bomben und sowas sehen. Da kommen ja noch wilde Sachen. Oh, ich glaube, also ich glaube, da kommt noch so einiges. Ich glaube, wir krassen hier nur an der Oberfläche. Weswegen? Also Civilization ist ja RimWorld sehr ähnlich in dem Sinne, dass man es beenden kann, indem man Raumschiff baut, ne? Ja. Matthias, kommt uns zugezüge. Da passiert doch ein bisschen was, bis wir da sind. So gleichzeitig einen Atompilz hinterlassen und dann mit der Rakete wegfliegen, so. Das ist ja was. Coole Raumschiffe gucken nicht auf Explosionen. Ich verstehe. Ja, genau. Die Erde komplett zunichte machen und dann abhauen. Macht echt Spaß. Geiles Game. Also wirklich geiles Game. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange irgendwie gedodged habe. Ich habe ganz lange SIV irgendwie nicht gespielt. Ich könnte auch eine neue Angst davor haben. Und jetzt haben wir es nicht mehr. Dank diesem Event. Ja, aber es ist echt so. Man ist jetzt voll drin und jetzt habe ich ja auch Bock auf mehr. Es ist echt cool. War sehr schön. Auf jeden. Seid gewarnt, dieser Knopf da unten nur noch eine Runde weiter kann echt süchtig machen. Aber ich fürchte, dafür ist es schon zu spät. Ja. Ich würde mich auch gerne jetzt verabschieden, weil ich habe meinen Leuten gesagt, dass ich mit ihnen noch ein bisschen Siv-Sex-Socke im Solo-Play. Da haben wir eine Partie mit Japan, die würden wir jetzt fortsetzen. Und ich habe auch einigen gesagt, die will ich nicht zu lange warten lassen, dass ich auch noch was verlose gleich. Und deshalb drücke ich auch ein bisschen auf die Tube. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn wir nochmal was auf die Beine stellen wollen, sehr gerne. Würde euch allen guten Abend. Seid stolz auf euch. Grüßt eure Communities und bis bald. Ebenso. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für die ganze Orga, für die ganze Unterstützung hier. Es war super. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für das geile Event. Tschö.